Moin! Mahlzeit, meine sehr verehrten Damen und Herren! Willkommen in diesem Stream und der erste BadBlackWolf, der hat glaube ich darauf gewartet, dass er eben so subscriben kann. Kann das sein? Vielen Dank für den Sub und vier Monate ist er dabei. Mega, mega geil. Du hast, gibst zu, du hast da gesessen, ne? Hier, Finger auf der Maus oder so, sobald er da ist oder so, zack, will ich den Sub da lassen. Und genau so muss man es auch machen, genau so ist es richtig. Hu, Tani und BadBlackWolf, na, schreibt schon, na klar doch. Und Valkyra ist auch dabei und schönen guten Abend, Patrick. Und ich habe gerade, äh, von Noah, habe ich gerade vermisst, so Noah ja immer so, Punkt, so pünktlich 19 Uhr. Heute ist er voll rein, Monty, endlich on, es ist 19 Uhr. Jetzt habe ich extra 10 Sekunden gewartet und jetzt kam nichts, jetzt war ich enttäuscht, muss ich sagen. Da Crazy, Namen Monty und Schatz, da ist auch wieder mit dabei, RGB Beste und Love Deed. Guten Tag, Herr Monty, wie geht es Ihnen? Oh, oh, wie geht es Ihnen? Mir geht es sehr gut, ich hoffe, Ihnen geht es auch sehr gut. Kein Problem. Und der Rain, Rain, hat auch für drei Monate ist er jetzt dabei. Vielen, vielen Dank. Axe 04, ordentlich dabei. Malignus, auf die neuen AMD-Karten bin ich auch gespannt und ich auch. Aber ich habe ja gesehen, hier wird ja über die PlayStation 5 gesprochen in meinem Chat. Ich war ja ganz, ganz verwundert hier, konsolmäßig geht hier ja meistens relativ wenig ab, aber das finde ich gut und darüber reden wir gleich auf jeden Fall auch nochmal. Der Klütz, sie macht sich. Moin, Mahlzeit, Alucada, auch dabei. Ich bin seit neuestem in der 1070-Di-Befreibungsfront. Ähm, ja, das musst du mir jetzt auch mal ein bisschen näher erklären. Sandrine haut sofort mal im 2 Euro zum Anfang raus. Pünktlichkeit möchte belohnt werden. Ja, ich bin natürlich immer pünktlich und du, ja, Sandrine ist ja eigentlich auch immer pünktlich dabei, ne? Ähm, ja, trotzdem, Alucada, musst du mir eben erklären mit der 1070-Di-Befreibungsfront. Was, was, was habt ihr denn jetzt so vor? Hm? Was plant ihr denn? Aber ihr habt ja in einem meiner letzten Videos gesehen so, die 1070-Di möchte ja gar nicht in Rente gehen oder was. Die möchte ja weitermachen, ne? Hier geht es auf jeden Fall gut. Aber wer weiß, eine 3070-Di kommt ja höchstwahrscheinlich und könnte eventuell für Ersatz sorgen. Ja, der Monty, IMD-Findan 20, auch dabei, OXO 97. Und in Next Gear auch und gärmelt, na, der Monty schon die 28-Karat-Gold-PS5-Edition vorbestellt? Niemals. Äh, niemals. Schon allein, weil ich die Farbe Gold halt hasse. Naja, hab ich ja schon zigmal erzählt, ich mag Gold natürlich gerne so in meinem Tresor, den ich nicht besitze, aber die Farbe Gold finde ich absolut fürchterlich. Egal worauf. Also wirklich egal worauf. Gold in allen, äh, Art und Weisen und Farben. Ich finde Gold einfach kacke. Dieter, moin, moin, moin. Ist doch ein Schnapper nur, ne? Genau, die kostet ja auch nur. Weil 8000 Pfund waren das, glaube ich, ne? 8000 Pfund geht doch noch. Hau mal so hier eben locker aus dem Ärmel raus. Was mich gerade wundert, noch keiner hat geschrieben, ey, Monty, und kein Orange? Nö. Kein Orange. Ich beantworte das jetzt, obwohl die Frage gar nicht gestellt wurde. Ich hatte keinen Bock, mir ein anderes T-Shirt anzuziehen. Das war alles. Ich bin nämlich wirklich jetzt seit heute Morgen, 7 Uhr, bin ich auf dem Bein. Kaum Pause gehabt und jetzt nur den Stream reingeballert, weil ich ja für das, für morgen noch ein Video fertig gemacht habe. Morgen gibt es ein herkömmliches News-Video, kein größeres Wochenend-Video. Ähm, weil es sind jetzt so viele News aufgelaufen, nochmal für Grafikkarten. Das ist ja natürlich nicht mega aktuell, das heißt, so, falls jetzt ab heute Mittag noch irgend so ein paar Sachen kamen oder so, ist das nicht mehr mit drin, kann ich nicht ändern. Und ja, Leute, Splendor von Quattro ist auch dabei. Wunderbar. Und Lefty Dukami, Schwarz gegen, ey, was? Schwarz gegen 11.09? Hä? Was meinst du? Freiburg Let's Plays ist auch wieder da. Wenn es mit der goldenen PS5 im Spiel schlecht läuft, schmilzt sie einfach rein. Das kommt ja noch dazu, ne? Ich kenne mich damit jetzt nicht aus, ich bin ja kein Goldschmied. Aber so pures Gold wird das ja wohl nicht sein, weil die PS5 wird ja sehr heiß, eventuell, ne? Und dann wird das Gold ja auch ein bisschen weicher. Ich weiß nicht, ob das so hält. Da kommst du einmal mit irgendwie einem spitzen Gegenstand dran und schon hast du einen Kratzer drin. Ich weiß nicht, ob das so optimal ist, weil Gold ist ja bekanntlich ziemlich weich. Na, wenn Tau Silber oder bei? Kam eigentlich eine RTX schon bei dir an? Nein, kommt auch nicht. Sehr schade. Es haben ja diverse RTX-Karten bekommen. Diverse auch viel kleinere YouTuber als ich. Und ich habe bei Nvidia nachgefragt. Habe ich ja im Video auch gesagt. Ich habe bei Nvidia nachgefragt, ob ich zumindest eine 3080 gegen Bezahlung eher haben kann. Nicht mal das ist möglich. Das heißt, Nvidia hat mich tatsächlich trotz der sehr guten Zusammenarbeit die letzten Jahre absolut nicht berücksichtigt. Und ich muss es einfach so sagen, ich bin sehr enttäuscht. Ich bin so enttäuscht, dass jetzt kein Mimimi, sondern ich habe schon irgendwie damit gerechnet, dass was kommt. Das Einzige, was ich mir vielleicht vorstellen könnte, vielleicht waren die ja noch eine 3090 für mich auf, die ich dann kriege. Von daher jetzt nicht zu sehr aufregen. Nur eine 3080 kriege ich auf keinen Fall. Und das ist schon mal Fakt. Aber ich habe heute mit einer doch relativ bekannten Grafikkartenschmiede noch kurzen Kontakt gehabt, mit denen ich vor kurzem erst überhaupt den ersten Kontakt hatte. Und von denen werde ich sicherlich eine kriegen. Natürlich jetzt nicht zeitnah vorm Release. Ja, ich war eigentlich fest eingeplant, dass ich zum Release ein Video dazu bringe. Ein Review-Video, ein Test-Video. Aber wenn ich keine kriege, kriege ich halt keine. Und alle Videos, die danach kommen, die sind unnütz, weil die halbe Welt hat schon Videos rausgebracht. Nur, ja, was soll ich dann noch ein Review-Video bringen? Sagt es mir. Wie gesagt, sehr enttäuschend, weil das finde ich so lustig, weil Nvidia ist ja schon auf mich zugekommen, auf der Gamescom damals, als ich nur 15.000 Abos hatte. Da hat derjenige mich ja schon angesprochen damals. Und, ja, jetzt habe ich nicht ganz das Zehnfache, das Achtfache grob. Und, ja, Monty kriege ich keine 3080 reingeschickt. Nicht mal gegen Bezahlung. Ist das traurig. Wie gesagt, ich wollte sie bezahlen, ich wollte sie bezahlen, ich kriege sie nicht. Nicht mal gegen Bezahlung. Es ist so, ich wollte es ja nicht mehr umsonst haben. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Finde ich nicht gut von Nvidia, Danny. Ja, ich auch nicht. Wie gesagt, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ja, der eine oder andere mag jetzt denken so, oh, Monty sitzt auf einem hohen Russen, als ob der bevorzugt wird. Ja, natürlich werden wir Tech-Youtuber bevorzugt. Das ist doch überhaupt kein Geheimnis. Natürlich werden wir bevorzugt. Natürlich sollte einer, der deutlich mehr Klicks hat, bevorzugt werden gegenüber den kleineren. Mein Gott, ich habe auch mal klein angefangen und ich habe auch nichts gekriegt. Frontfuchs, vielen Dank für den Zopp. Du bist der Beste. Vielen, vielen Dank. Ist auch endlich dabei. Ne, Loti, genau. Genau, Loti schreibt jetzt, mi, 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 mi. Ist auch ein bisschen mi, mi, mi. Aber ich konnte nicht an mich halten. Eigentlich wollte ich da gar nicht darüber sprechen, aber jetzt ist die Frage gekommen. Und jetzt rede ich dann doch wieder darüber. Ja, ich bin ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen unzufrieden. Ich hatte gerade andere Wörter im Mund, aber ich bin ein bisschen unzufrieden. Was soll ich da machen? Was soll ich machen? Ich kann es nicht ändern. Review-Videos sind da, das wird so sicherlich ein Grund sein, weil Review-Videos bei mir halt nicht so ein großes Thema sind auf meinem Kanal, sondern nur die ganzen News-Sachen. Und der Video denkt sich auch, also ich kann den Video ja sogar verstehen, auch AMD und Co., die denken sich halt, guckst du euch an, der macht da sowieso so viel Werbung für uns. Der zählt den Leuten nur alles völlig umsonst, ohne dass wir denen eine Karte schicken müssen. Was darüber und warum sollen wir denen noch eine Karte schicken? Die Review-Videos kriegen eh weniger Klicks, dafür haben wir ja andere Leute. Und wisst ihr was? Die haben ja recht, die haben ja recht. Ist ja nun mal so. Und von Twitch oder so wissen die noch gar nicht. Lotit wird mal nicht frech hier. Einmal Mimimi reicht, das akzeptiere ich. Zweimal Mimimi ist schon, ne? Ist schon gefährlich. Und dreimal Mimimi, dann wird der Noah eingreifen, denke ich mal. Nein, Noah nicht, nicht, nicht übertreiben. Als Aufweiterung fünfmal die 1070T runterschmeißen. Man muss ja nicht immer runterschmeißen. Man kann ja auch mal, ne? So ein bisschen mit Schlägedruck. Das geht ja auch mal. Und der Xyz ist da. Ey, freu mich, dass du wieder streamst. Kopf hoch. Die wissen halt nicht, was gut ist und was denen geht. Nein, die wissen das schon. Also die sind ja alle nicht doof. Die haben ja schon ihre Auswahl. Das Einzige, was sich eventuell... Lotit. Der Smiley dahinter, der hat dich gerade gerettet. Der hat dich gerade gerettet. Dann schreib das auch noch mit Caps Lock, dich Dreck-Sau. Naja, die Dreck-Sau, das nehme ich nicht zurück. Nee, das nehme ich nicht zurück. Nein, die wissen ja schon, was sie machen. Überhaupt keine Frage. Da sitzen schon fähige Leute. Und es könnte allerdings auch so ein kleiner Hinweis vielleicht darauf sein, dass die Karten so ein bisschen knapp sind. Wer weiß, ne? Zumindest die Faunas-Edition. Vielleicht haben die auch einfach nicht genug, um sie zu verschicken. Alles, alles möglich. Aber wie gesagt, RTX 3000 Karten werden auch so oder so hier eintrifft im Laufe der Zeit. Definitiv. Ja, was steht denn heute überhaupt an? Ihr habt es in der Stream-Beschreibung eventuell gesehen. Heute wird ein bisschen Tech-Laberei, ein bisschen sonstig... Lotit? Spricht sich das überhaupt aus? Oder soll ich Lotite? Oder was willst du hören? Die hassen dich. Nein, die hassen mich nicht, weil ich schon viel zu oft mit denen gesprochen habe, ne? Also, das weiß ich, dass die mich nicht hassen. Die müssen mich doch eigentlich lieben. Über Nvidia rede ich so gut wie nicht schlecht, obwohl ich von denen nichts kriege, ne? Also, man muss doch Leute lieben, die kostenlos für Werbung machen. Was Geileres gibt es doch eigentlich überhaupt nicht, oder? Lieb dich, AMD. AMD wird mich auch lieben, natürlich. Auch wenn ich mit denen keinen Kontakt habe. Bad Black Wolf! 1000 Bits! Mal gucken! Vielleicht verschreibt er. Bekommst du eine Grafikkarte früher ab? Nein, allgemein, wie gesagt, beschwere ich mich auch gar nicht. Ich weiß ganz genau, dass ich 3000er-Karten kriege, eine 3090 vielleicht nicht. Dafür gibt es ja noch genug andere Hersteller. Nur jetzt gerade so vorm Release, ich hätte halt gerne eine gehabt und wie gesagt, gerne zumindest sogar eine bezahlt. Aber, was sollen wir machen, ne? Das Thema kommen wir auf jeden Fall bei den Big Happy Plays. Drei Monate bist du jetzt schon dabei. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Wenn man bedenkt, dass ich erst fünf Monate am Streamen bin. Wieder Mimimi. Das Prinzip fängt jetzt auch schon an. Ja, ihr habt ja recht. Aber Lotit, jetzt reicht's. Ich weise jetzt nur an, wenn du es jetzt übertreibst mit dem Mimimi, dann bist du erstmal für eine Zeit ausgestellt, ne? Das als Hinweis. Und ich akzeptiere der Mimimi, aber einmal muss reichen. Okay, vielen, vielen Dank! Nvidia braucht keine private Werbung. Ah, du hast ein bisschen Werbung brauchen die? Brauchen die schon alle, denke ich mal, ne? Monty besucht Werbung malignus? Was? Monty besucht Werbung? Was? Herr Baxter hat den schönes Mimimi. Ist ja doof. Das macht mich doch nicht so... Mann, ich darf da auch mal ein bisschen rumheulen. Muss doch mal erlaubt sein. Ich hab zwar überhaupt nichts zum Heulen, mir geht's nämlich ziemlich prächtig in meinem ganzen Leben und mit YouTube und mit Twitch und ich hab eigentlich nicht viel zu heulen. Aber ich... Ne, genau deswegen, weil ich nicht viel zu heulen hab. Da sucht man sich dann die kleinste Kleinigkeit raus, die negativ ist. Und dann muss man halt rumweilen. Das nützt alles nix. So, wie gesagt, heute ein bisschen Tech-Talk und auch anderer Talk. Also es ist eigentlich heute alles erlaubt, was so geht, ne? Am Anfang erstmal ein bisschen Tech-Talk. Eventuell können wir gleich so ein, zwei Konfigurationen angucken. Und, ähm, demnächst wird auf jeden Fall, hab ich euch schon ein paar Mal gesagt, demnächst ist jetzt aber ganz fest geplant, dass wir auch einen Reaction-Stream mal ab und zu machen. So vielleicht einmal die Woche. Oder einmal zwei Wochen. Heuleise, Monty-Shotty. Yeah! Denkt dir die Finger, ne? Ähm, dass wir Reaction-Streams auf jeden Fall machen. Und, ähm, könnt ihr euch schon mal ein paar Videos ausdenken, worauf man so reacten kann. Deutsche Videos, aber bitte keine englischen Videos. Möglichst von, äh, Tech. Also mit Tech meine ich jetzt Technik. Meine ich nicht PC oder Konsolen, ähm, sondern im Prinzip so das ganze Umfeld. Von mir aus aus Smartphones oder was euch sonst nur so einfällt. Aber jetzt nicht unbedingt von den ganz Großen. So, und spezielle Videos. Jetzt nicht einfach so ein Review von einer RTX 3080 oder was, ne? Sowas nicht. Obwohl, das suche ich mir nämlich schon selber raus. Sondern, äh, irgendwelche speziellen, tollen Videos, wo man wirklich mal schön drauf reacten kann, ne? Könnt ihr euch mal ein bisschen was ausdenken. Nicht heute, sondern dann irgendwann so die nächsten Streams oder was da mal mir reinschicken. Oder von mir aus auch per, per, per Nachricht auf Instagram, Twitter oder sonst wo. Und ich nehme jetzt erstmal einen Schluck. Flirt! Bailing Stole ist ja auch da! Ich würde das mit der Werbung nicht unterschätzen. Selbst kleinere YouTuber machen viel aus. Genauso ist es. Weil, ähm, die ganzen Hersteller setzen auf YouTube-Werbung extrem. YouTube-Werbung ist viel, viel wichtiger als alles andere. Das ist mittlerweile so mit das Wichtigste, würde ich fast so sagen. Und, ähm, wenn die Hersteller zum Beispiel sehen, ähm, das habe ich jetzt zwar noch nicht erlebt, aber ich bin davon überzeugt, dass wenn die Hersteller jetzt sehen, egal welcher Hersteller jetzt, ne? Irgendein Hersteller XY sieht, so, ähm, da sind ein paar YouTuber oder ein YouTuber, ähm, der mag uns wohl nicht so, ähm, ich glaube schon, dass die auf die zugehen und dann so ein bisschen Zückerchen geben und so weiter, um die so ein bisschen milder zu stimmen. Da gehe ich mal von aus, weil YouTube ist einfach ultra wichtig. Aber wie gesagt, ähm, mein halber Content oder 90% meines Contents bestehen zurzeit sowieso aus Nvidia. Also warum soll Nvidia denn mich denn, ne? Mir, was, ist nicht nötig. Es ist Fakt, es ist einfach nicht nötig. Moin zusammen, Brains2k, vielen Dank für dein Dasein. Für dein Dasein, für dein Anwesensein, wollte ich eigentlich nur sagen, nicht dein Dasein. Da, äh, muss ich mich dann eigentlich bei deiner Mutter bedanken und bei meinem Vater. Sanrel wird doch eh von Euros bezahlt, von Gigabyte. Da kannst du einen drauf lassen. Wenn Sanrel nicht von Gigabyte bezahlt wird, dann weiß ich's ja nicht. Der kriegt zwar höchstwahrscheinlich aufgrund seiner geringen Reichweite 5 Euro im Monat, aber das ist ja schon mal etwas, ne? Schön wär's, Tauersilver, 45 Bits, ich danke dir. Aber Sanrel, wie man so ein großer Gigabyte-Fan sein kann. Also der hat den Rocky, äh, der, 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 äh, der Echte ja aus, äh, ausgestochen, würde ich mal so sagen, ne? Der Rocky ist schon wieder nicht da. Ich glaube, Rocky, das war's jetzt. Rocky kommt nicht wieder. Ich guck mal, ähm. Ne, Rocky ist wieder nicht da. Äh, der kommt, glaub ich, auch nicht mehr wieder, der Rocky. Der, glaub ich, die Schnauze voll von meiner Apple-Hater. Äh, der Brains2K war ein Zufallstreffer, was meinst du genau? Weiß ich jetzt nicht, äh, keine Ahnung. Ich liebe die Twitch-Emojis, Lowteed. Ja, die sind ja auch geil, ne? Muss man so sagen. Ich bräuchte zwar noch ein paar neue, aber ich hab ein Riesenproblem. Ich bin nicht kreativ. Ich bin so unkreativ. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich hätte Bock auf viele Emojis. Ich hätte auch mal Bock auf so eine schöne Optik auf meiner Twitch-Hauptseite und so weiter. Aber ich kann das nicht. Hallo Kader, Rocky ist beleidigt, weil er keinen Apfel essen darf im Chat. Doch, darf er doch, darf er doch. Er darf's nur nicht sagen, ne? Sobald er was von Apfel sagt, kriegt Rocky einen drüber. Auf jeden Fall. Aber komm, wir müssen mal ehrlich sein. Dass Rocky überhaupt so lange noch ungebannt an meinen Streams teilnehmen konnte, das ist schon nicht schlecht. Also er hat sich zum Schluss auf jeden Fall benommen. Mad Max, was hast du gegen die TI-Bezeichnung bei NVIDIA? Erwähnst öfter, dass du die nicht magst. Ja, ich hab's aber auch schon zigmal erklärt, Mad Max. Ich muss übrigens etwas leiser reden. Meine Stimme will immer noch nicht wieder so richtig. Ich kann nicht mehr so laut rumschreien. Es ist einfach so, dass ich das verwirrend finde, das TI. Das ist für den Laien einfach absolute Grütze. Der Laie steht im Laden, sieht eine 1070-TI und eine 1070 und denkt sich im Prinzip, das sind fast die gleichen Karten. Okay, bei der 1070, ich hab den gleichen Vergleich, hab ich letztens zum Stream auch schon gebracht, der ist ein Blödsinn. Er sieht eine 2080-TI und 2080-TI und denkt sich, das sind die gleichen Karten oder fast die gleichen. Die eine kostet zwar 500-600 Euro mehr, aber ist ja egal. Und denkt sich dann auch, nehme ich die 2080-TI genauso schnell. Was ja nun mal nicht der Fakt ist. Genau, der Otto-Normal-Monti. Richtig Sanriel. Und das ist verwirrend. Einfach 2080-2090 nennen und gut ist, wo ist denn das große Problem? Es gibt doch genug Zahlen zwischen 0 und 100. Wo ist denn das Problem? Ne, und anstatt jetzt eine 3060-TI, wird es höchstwahrscheinlich geben, eine 3070-TI. Und anstatt das zu machen, sollen sie die ja einfach 3075 nennen und gut ist. Da kann man sich dran gewöhnen als Hardware-Fan. Das ist überhaupt kein Problem, aber nein, 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 die machen die blöde TI-Bezeichnung. Mich nervt's, ich finde das jetzt optisch oder vom Namen her jetzt gar nicht schlimm. Das mit der TI, das ist nicht die Sache. Nur diese Abgrenzung zwischen TI und Nicht-TI finde ich ein bisschen... Da macht das AMD ein bisschen schicker. Das weiß natürlich der Laie jetzt nicht, was XT bei AMD bedeutet. Das ist mir vollkommen bewusst. Nach außen hin ist es genau die gleiche Kacke wie mit TI bei Nvidia. Die haben eine 5700 und eine 5700 XT. Der Laie... Was soll die XT schon groß sein? Ein bisschen schneller halt, ne? Ist ja auch, da ist der Unterschied ja nicht so groß. Aber XT bedeutet bei AMD zumindest immer ganz klar, das ist ein Vollausbau des Chips. Wenn man eine XT-Karte hat, weiß man, mehr geht mit diesem Chip nicht. Ganz einfach. Ganz klar, eine Erklärung. Könnte man vielleicht so intern mehr XT nennen und nach außen nennen, dann vielleicht auch 5750 oder was, ne? Ja, von daher. Don Rai Senpai, Mindfactory Link, Shopping... Ach so. Und jetzt ohne was dabei zu schreiben, Don Rai Senpai, warum soll ich da jetzt draufklicken? Du musst schon ein bisschen was dabei schreiben, ne? Das hilft ungemein. Mad Max, also ich als Laie wusste Anfang an, dass die was Krasses ist, aber gut, muss ja nicht bei jedem so sein. Ja, außerdem, es ist ja nur meine Meinung, ne? Es ist ja einfach nur meine Meinung und meine Meinung muss niemand teilen. Wirklich niemand. Und darauf muss auch niemand hören. Nur weil ich das sage, wird irgendwie der das nicht ändern. Und der Korniger ist auch dabei. Einen Abend. So, ich klicke jetzt mal auf Don Rai Senpai, das Link hier. Guck mal, was der da reingeballert hat. Ahem. Du hast jetzt noch was dazu geschrieben, ne? Was hast du noch dazu geschrieben? Plus 3080, was sagst du, Monty? Äh. Also wenn ihr... Wir können ja gleich ein paar, ein, zwei Konfigurationen angucken. Habe ich überhaupt keine Bauschmerzen mit. Aber wenn ihr Konfigurationen reinschickt, dann bitte macht es nicht wie Don Rai Senpai. Er schickt einfach einen Link, schreibt runter, plus 3080, was sagst du, Monty? Was hast du vor? Was hast du mit dem Setup vor? Warum? Willst du das jetzt kaufen? Hast du einen PC? Willst ein paar Dings ändern? Äh. Ein paar mehr Infos. Also nicht nur ein Satz, finde ich ein bisschen schwach. Und da muss ein bisschen mehr kommen. Jung. Nützt nix. Setup neu für 4K. Das ist immerhin so ein bisschen, ne? Komm, wir gucken uns das jetzt einfach mal an, weil wir da jetzt gerade Bock drauf haben. Ähm. Ach man, meine Stimme geht mir im Moment so auf den Sack. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich glaube, das liegt am Wetter. Im Sommer hatte ich keine Probleme. Und jetzt wird es wieder, oder wurde es ein bisschen kühler. Jetzt wird es ja wieder wärmer in den nächsten Tagen. Und da geht die Stimme wieder ein paar runter. Es nervt tierisch. Und Tee bringt nix. Deswegen lasse ich den Tee jetzt auch weg. So, wir gucken jetzt einfach mal die Konfiguration von Don Rai Senpai an. Und wenn ihr Konfigurationen habt oder so, ne? Und mir die reinschickt oder auch nicht reinschickt oder so, ihr dürft natürlich gerne bestellen. Und vor Bestellung dürft ihr natürlich gerne auf meinen Link klicken, den der Noah gleich sicherlich reinpostet. Und der natürlich auch auf meiner Twitch-Kanal-Hauptseite ist von Mindfactory und Amazon. Und natürlich auch unter jedem YouTube-Video. Dann verdiene ich nämlich ein bisschen mit. Und ihr müsst gar nicht mehr bezahlen. Und ich schalte jetzt mal einfach um. Ach, wartet mal. Ich habe eben, ich muss die Monitorauflösung noch eben ändern. Jetzt kann es sein, dass mal ganz kurz eben schwarz wird. So, da haben wir es geändert. Ich hoffe, das klappt jetzt trotzdem. So, ein bisschen groß vielleicht, aber es klappt. So, das ist jetzt eine Konfiguration für 4K. Das ist schon mal Grütze. Die CPU ist schon mal Grütze. Der Ryzen 7 2700X würde ich jetzt nicht mehr nehmen. Da würde ich lieber ein 3600er nehmen. Auf jeden Fall. Was kostet denn jetzt aktuell so ein 3700X überhaupt? Warum mache ich das eigentlich immer so? Monty, schon seit 15 Millionen Jahren bist du mit PCs zu Gange. Und kriegst es immer noch nicht hin mit rechter Maustaste zu verlinken. 3700X. Der ist günstig geworden. Ja, verdammt der Axt. Der kostet nur noch 259 Euro. Wie pervers ist das denn? Das hat mich jetzt geschockt. Ich habe jetzt mit 289 oder so gerechnet. Krass. 259 Euro aus der Flasche hier. Malignus, Monty, ich habe dich überall dabei. Bin gerade mit meinem Welpen 10 Wochen halt draußen. Oh, geil, Malignus. Was ist das denn für eine Rasse? Oder ist das ein Mischling? Ja, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, die paar Euro. Okay, ein paar sind es jetzt nicht. Sind knapp 80 Euro. Die auf jeden Fall mehr auszugeben oder ein 3600er zu nehmen. Dazu erstmal das. Schon mal vielen Dank, schreibt er. Dann 16 GB, der berühmte G-Skill Aegis, 3200er für ein Apfel und ein Ei. Wobei ich jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Nummer höher gehst zum 3700er X, dann würde ich schon 3600er RAM empfehlen. Muss aber nicht sein. Asa baut Netzteile. Bauen die schon länger Netzteile? Habe ich noch nie gesehen. Ich kenne die nur mit Gehäusen. Die bauen Netzteile? Also ich kann nicht sagen, ob das taugt. Weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, Grafikkarte 3080 hat es geschrieben. Ne, ist zu wenig. Also es wird laufen, ja. Aber jetzt, ich würde schon ein 700 Watt Netzteile Minimum nehmen. Wird auch von Nvidia so empfohlen und von mir mittlerweile auch. Also 700 Watt würde ich auf jeden Fall nehmen. Dann hat er ein Gigabyte B450M Gaming. Das ist ein ganz kleine, schmale. Für, ja, auch einen schmalen Kurs. 67,62 Euro. Nicht schlecht. Also man merkt schon. Habe ich vorhin gar nicht geguckt. Ah, okay. Der PC soll relativ günstig werden. Du hast hier jetzt also einen ganzen PC ohne Grafikkarte für 468 Euro. Und willst dann eine 3080 reinknallen. Die Priorität finde ich an sich ganz gut. Priorität ganz klar auf Grafikkarte. Aber die Grafikkarte kostet nicht ganz das Doppelte vom PC. Ja. 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 Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, auf jeden Fall. Dann hat er die Kingston. Natürlich hier die beste, die man kaufen kann. Ein Terabyte. Alles gut. LC Power Gaming. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Das hier, wie gesagt, ein bisschen aufrüsten. Wie gesagt, ich kenne die Asa Netzteile nicht. Eventuell ein Bequiet oder Seasonic oder was nehmen. Und hier ein, komm, das Geld musst du zusammenkratzen für 3700X. Echt. Das musst du irgendwie zusammenkratzen. Also ich würde den echt nicht mehr nehmen. NT Only Bequiet schreibt jetzt Caro. Ja, ich will mich nicht als Bequiet-Fanboy outen. Habe ich ja schon oft genug gemacht. Es geht ja noch genug an andere. Nur ich habe halt immer Bequiet gehabt. Von daher ist das halt so. Ja, also den wechseln und das hier wechseln und dann die 3080 kaufen. Ja, und dann hast du auf jeden Fall einen PC, der ordentlich rund läuft, würde ich mal so sagen. So viel dazu. Guten Abend. Yo, Lars ist auch da. Dark Power 12 regelt. Dark Power 12 ist in dem PC aber völlig über. Wer soll das denn bezahlen? Das Ding kostet Schweinegeld, kostet fast so viel wie der PC. Straßenbänder ist auch wieder dabei. Abend. Dark Power 12 regelt. Donrei Senpai, okay, vielen Dank. Gerne doch. Gerne doch. Lotto, 1978 haut mal eben 1005 Bits raus. 1005. Wie kommen wir denn auf 1005 Bits? Wie geil ist das denn? Vielen, vielen Dank. Mega, mega, mega. Shitful, ne, Shitful, nabend, willkommen. Und Noob Gamer ist auch dabei. Moin, moin. Meinung zu Dark Power 12? Habe ich noch keine. Muss ich mir mal angucken, ne? Müsste ich mir einfach mal reinholen. Be Quiet, die würden wir jetzt, glaube ich, so mal reinschicken zum Angucken. Keine Frage. Ich habe ein bisschen drüber gelesen. Ist ja, soweit ich weiß, voll digital die ganze Grütze, wollte ich schon sagen. Das Ganze. Da gab es auch, ich habe heute noch gesehen, eine Seite hat einen Bericht dazu geschrieben. Captain Naragon, vielen Dank für den Sub. Wer hat den Bericht dazu geschrieben zu dieser Digitalgeschichte von Be Quiet? Wer war das denn? Weiß ich nicht. Apropos, Sandra schreibt, ist echt teuer. Was kostet der Spaß denn? Haben die das schon irgendwo? Ich weiß noch nicht mal, ob das überhaupt, ist das lieferbar? Dark Power 12. Da. 1200 Watt. Okay, das ist ein bisschen over, ne? Und wie viel hat das? Weiß keine Sau. Das gibt es gar nicht, deswegen wurde da nichts angezeigt. Dark Power 12. Äh, ja. Ja, Main Factory, das läuft. Das läuft auf jeden Fall. Dann gehen wir mal rüber zum Kollegen Geitz. Halt. Dark Power 12. Ah, Mann. Benachrichtigungs-Service. So, gibt es die nur mit so viel Watt, oder was? Was ist denn hier los? Ihr seht, ich habe mich darüber noch nicht großartig informiert. Das ist schon, äh, puh. Das ist schon viel, ne? Boah. Für ein 1200 Watt-Netzteil finde ich das jetzt aber nicht zu teuer. So, hier steht Main Factory. Hier ist es. Hä, warum wurde mir das denn da vorhin nicht angezeigt? Was soll das? Hier ist es aber Main Factory. Sehr komisch irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht habe ich das fast falsch gemacht. Ich weiß es doch nicht. Nur mit 1200 bzw. 1500 Watt. Ja, ist ein bisschen über, ne? Vielleicht, ja, die kleineren kommen höchstwahrscheinlich noch. Die machen das vielleicht wie, äh, NVIDIA und bringen erstmal die dicken Karten raus oder die dicken Netzteile und die kleineren kommen dann so nach und nach. Platinum, Platinum. Ja, so viel dazu. Und da gibt's zwei Euro von Jolas. Glaubst du, dass ein Ryzen 9 3600 XT mit der 3090 einen Flaschenhals erzeugt? Auf gar keinen Fall. Aber ihr müsst so, viele verstehen das nicht. Du hast immer einen Flaschenhals. Es ist immer ein Flaschenhals da. Immer, 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 immer. Das geht gar nicht anders. Entweder ist die Grafikkarte am Limit oder die CPU ist am Limit, ne? Irgendwas arbeitet sowieso immer am Limit und bremst das andere aus. Das ist einfach so. Nützt alle nichts. Nur am ehesten sollte man natürlich die Grafikkarte am Limit halten. Das ist sowieso klar. Und ein 3900 XT so schnell ins Bottleneck zu kriegen, das ist nicht allzu einfach, würde ich mal so sagen. So niedrig kann man die Auflösung kaum stellen. Da musst du dir überhaupt keine Sorgen machen. Das ist eine supergeile Kombination. Und HapsiBear, auch vier Monate schon dabei. Das finde ich super. Vielen, vielen Dank. Und Nogo ist auch dabei. Na, Monty und Chad. Mein Auge juckt. Mein Auge juckt. Mal rausnehmen und ein bisschen spülen, würde ich mal so sagen. Ah, das war das Pro 11. Ah, jetzt hat es Klick gemacht. Das ist das Pro 11 gewesen. Was? Das ist die ganze Zeit das Pro 11 gewesen. Ich habe doch auf 12 geklickt. Dark Power Pro 12. Habe ich hier unten drauf geklickt, die Volltrottel, oder was? Ne, Lodo. Was ist denn hier los? 1605 Bits. Was ist los? Vielen Dank. Granios. Das ist richtig, richtig viel, würde ich mal so sagen. Damit bist du heute auf jeden Fall an der Bitfront. Lodo hat schon insgesamt 2610 Bits rausgehauen. Und Bad Black Wolf, ey. Zweiter Platz. Nein, alles gut. Brauchst nichts. Brauchst keine Bits mehr raus. Alles gut. Okay, dann gucken wir nochmal. Monty hat einen Fehler gemacht. Ich habe es ja im letzten Video gesagt. Monty kann Fehler machen. Ja, Monty weiß nicht alles. Monty macht mal Fehler. Und ja, ich labere gerade in der dritten Person. Das ist mir vollkommen bewusst. Du bist los. Das ist Monty. Bad Black Wolf. Okay, das Ding ist natürlich dann schon ein bisschen... Ja, das ist zu teuer, ne? Also 342 Euro für ein Netzteil. Okay, das sieht auch jetzt ganz anders aus. Stimmt. Genau. Die Optik ist ja auch eine andere. Ich hatte ja schon Bilder davon gesehen. Hätte ich auch von alleine mal drauf kommen können. Die Optik ist ja eine ganz andere, weil es ja auch voll digital ist. Krasses Teil, ne? Optisch irgendwie ganz interessant, aber die Optik an das Netzteil ist ja wirklich zweitrangig. Verschwindet ja eh. Zehn Jahre. Genau, Titanium. Das kam mir vorhin auch schon komisch vor. Das ist nur Platinum. So ein teures Netzteil sollte natürlich Titanium haben. Bei 115 Volt allerdings nur. Das machen ja sehr viele, weil bei 115 Volt ist die Effizienz höher. Dumme Trickserei. Wir in Europa, beziehungsweise in Deutschland, haben ein bisschen mehr Volt, ne? 220, 230. 326 Euro. Was ein Schnapper, AMD-Fan, ne? Ja, schon. Aber hier steht auch Mindfactory. So, und was jetzt? Da steht es auch. Ich habe es vorhin nicht gefunden. Mindfactory, ich verstehe euch nicht. Und was ich auch nicht verstehe bei Mindfactory, warum hat Mindfactory noch keine 3000 Nvidia-Karten drin? Ich weiß, Mindfactory macht das immer so. Das finde ich in Einheit auch eine gute Sache von Mindfactory. Die kann es nur Sachen finden, die auch lieferbar sind. Finde ich geil. Mindfactory finde ich geil. Aber gerade jetzt bei einer 3000er Grafikkarte sollte man die doch jetzt vorab reinhaben. Warum ärgere ich mich darüber? Ganz einfach, weil ich weniger Geld verdiene. Weil wer jetzt eine 3080 oder so kauft oder vorbestellen will, der geht natürlich zu Case King und nicht zu Mindfactory. Mit Case King habe ich ja natürlich keine Partnerschaft in der Richtung und kriege keine Provision. Das ist halt schade. Also zum einen Mindfactory könnte im Moment einiges verdienen und der Monty natürlich auch mit den 3000er Karten, wenn es da dann entsprechende Möglichkeiten zu gäbe, da ein paar Sachen zu verlinken. Gibt es aber nicht. Keine 3000er Karten bei Mindfactory. Oder haben sie mittlerweile in den letzten Stunden reingeballert? Ne. Sieht immer noch düster aus. Sieht immer noch düster aus. Haben sie auch hier noch nicht drin. Ne, Case King hat glaube ich sowas nicht. Ich glaube zumindest nicht. Nur wegen den Karten werde ich jetzt hier Mindfactory nicht den Rücken kehren. Also das wäre ja auch ein ziemlicher Schwachsinn. Ich finde es aber schade, weil ich bin ehrlich, mir geht eine Menge Geld durchgelatten. Weil wenn jetzt einer eine Grafikkarte für 700 Euro kauft, ein paar Euro 50 kriege ich davon ja auch ab. Ich sage jetzt nicht genau wie viel. Darf ich glaube ich auch gar nicht erzählen. Aber schlecht ist das natürlich nicht bei so hohen Beträgen. Ich bin heute nur an Mimimi. Also hier wollte ich gar nicht drauf. Nur an Mimimi die ganze Zeit. Ist ja schlimm, Monty. Jetzt sind wir zufrieden. Ist Wochenende. Morgen machen wir eine kleine Ausfahrt mit Autos. Und morgen wird gegrillt. Das Wetter wird geil. Und Sonntag fahren wir glaube ich auch noch irgendwo auf ein Autotreffen. Und ich freue mich. Video ist nämlich fertig. Und am Wochenende wird nichts gemacht. Außer Sonntagabend wird natürlich wieder gestreamt. Ist klar. So, jetzt reicht es. Kein Mimimi mehr. Diese freaky Amonti, Mr. Mimimi, lol. Ich merke es ja selber gerade. Lodo. Verdammte Axt. Nochmal 1000 Bits. Du weißt aber wie viel das ist, Lodo. 1000 Bits sind 10 Euro. Und der Lodo bezahlt noch viel mehr dafür. Ich glaube das Doppelte. 20 Euro. Haut der Lodo jedes Mal raus. Du bist ja der blanke Wahnsinn. Verdammte Axt. Hier knallt es auf jeden Fall. Der Stream ist schon wieder bezahlt. Der ganze Stream ist schon wieder bezahlt. Von Lodo. Jetzt braucht ihr im Prinzip nichts mehr machen. Welches Netzteil wäre für die 3090 eigentlich optimal? Fragt der Lodo. 750 Watt empfiehlt Nvidia und empfehle ich auch. Also 750 Watt Markennetzteil natürlich. Markennetzteil. Das Axta kenne ich halt nicht. Aber sobald du Seasonic und wie heißen alle? Ja, Be Quiet natürlich und Co. Die ganzen bekannten Netzteilhersteller nimmst, bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. 750 Watt. Und natürlich genug an den PC-Express Lanes. Noah, nein. Dafür zahlt er ungefähr 15 Euro. Also nur 5 Euro mehr. Ja, er zahlt auf jeden Fall mehr als er mir gibt. Ich dachte, er zahlt auch das Doppelte, Noah. Danke für den Hinweis. Das hat mir sehr weitergeholfen. Äh, Lodo, klar. Muss ja vorher bestätigen, ne? Das ist sowieso logisch, ne? Aber trotzdem, weil Lodo, der haut die über 3000 Bits raus in einem Stream. Das ist schon krass. Nochmal 50 Bits so ein bisschen als Bonus. Die kommen auch noch eben, ne? Da kommen nochmal 50 Bits auch noch dazu. Der Lodo, der hat es heute auf jeden Fall locker sitzen. Bad Black Wolf hat sofort ein Corsair. Genau, Corsair, den haben wir für mich gerade nicht ein. Ein Corsair-Netzteil noch gepostet von Amazon. Genau, ne? Ja, er im 850, das kannst du auch nehmen. So, die Caro. Tagsüber ist unser Mon... Moment. Achso. Tagsüber ist es unser Monty. Doch, nachts verwandelt er sich in Mimimimam und er produziert gegen das Unrecht der Welt. Ab Donnerstag auf in ihr Kino. Caro hat nur Blödsinn im Kopf. Aber Caro, das mag ich. Ich mag so gerade Frauen. Das ist ja leider so. Viele Frauen, ne? Männer sind ja immer gefühlt immer für das Lustige da. Habe ich immer so das Gefühl. So, die Männer sind immer dafür da, um Frauen zum Lachen zu bringen. Und das finde ich doof. Ich mag einfach Frauen, die lustig sind. Das ist total geil. Die Blödsinn reden und Blödsinn schreiben, so wie Caro, das finde ich einfach klasse. Das feiere ich total. Ähm, der Kuniger, wann werden aus den Kanalpunkten eigentlich Kekse? Bei 5 Millionen oder so, glaube ich. Dann kriegst du ja einen Cookie auf jeden Fall. Ein Cookie kostet aber genau 5 Millionen, danach hast du keine Kanalpunkte mehr. Ja, muss ich mich auch noch darum kümmern, Kanalpunkte. Ich muss mich um so viel kümmern, aber ich bin doch so eine faule Sau, wisst ihr doch alle. Lifty mag aufrauen. Ja, ich glaube, ne, sind wir überein, würde ich mal so sagen, ne. Cookie Dent, DJ Freaky, das habe ich auch noch nicht hier auf dem Schirm gehabt. Cookie Dent ist auch nicht schlecht. Na, aber Leute, The Day Walker ist auch da. Blade, The Day Walker. Boah, Leute, ich liebe diesen Film. Blade 1. Es gibt nicht viele Filme, die ich öfter geguckt habe. Ihr wisst es ja, über Matrix habe ich schon oft genug geredet. Und Matrix ist mein Oldtime-Pfeff, den habe ich auch kaum noch geguckt. Aber Blade habe ich viel geguckt. Ich kenne alles auswendig in diesem Film. Als wir den damals im Kino geguckt haben, da waren viele von euch noch nicht auf der Welt. Ich bin aus dem Kino gegangen. Ich wollte sofort noch am liebsten nochmal direkt ins Kino gehen. Ich war so geflasht davon. Lodo, was ist denn los? 500 Bits nochmal. Vielen Dank. Lodo, haut hier einen raus. Megageil. Matrix 4, ne. Bad Black Wolf. Soll ja auch kommen. Und Sandriel, 5 Euro nochmal, um deine Motivation, an deinen Kanal zu arbeiten anzuregen. Sponsert bei AORUS. Boah, Sandriel. Das ist gemein, ne. Jetzt haut Sandriel 5 Euro raus. Sandriel ist ja, glaube ich, jetzt auch noch ein bisschen jünger. Ich weiß nicht, Sandriel, vielleicht willst du sagen, ob du arbeiten gehst und in der Lehre bist oder was. 5 Euro. Spendet der. Und am liebsten würde ich Ihnen jetzt den hier zeigen, ne. Wegen der AORUS-Geschichte. Am liebsten würde ich Ihnen jetzt hier die beiden Finger zeigen. Sandriel, das blöde Sack. Ich werde 20, mein Freund. Ja, aber trotzdem, mit 20 war ich, äh, noch lange in der Lehre. Ich bin mit 20 erst in die Lehre gekommen. Nicht, weil ich sitzen geblieben bin, sondern weil ich ja noch, ähm, Fachabi gemacht habe. Und in der Lehre verdient man ja nicht so wahnsinnig viel. Siehst du, Sandriel ist auch in der Lehre. Da wird man jetzt nicht unbedingt mit Geld zugemüllt. Also vielen Dank, Sandriel. Aber trotzdem, ne, die Finger musst du dir jetzt denken. Er will mich hier ein bisschen triggern hier. Der kleine Sandriel. Frech ist er. Freiburg Let's Play, was hast du gelernt? Kaufmann. Ich sage nur Büro. Mehr sage ich nicht. Was genau ist solche? Ich sage es einfach nicht, weil ich keinen Bock drauf habe. Keine Lust drauf. Ähm, wir wollten auch über die PlayStation 5 reden, oder? Wollen wir oder wollen wir nicht? Ähm, ach Leute, meine Stimme. Mann, was mache ich denn mit meiner Stimme? Ich meine, mein Hals ist schon wieder am Röcheln und ich muss da auch ein... Äh, 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 äh. Ja, ich weiß, ich bin alt, dann ist das normal, aber... Ah, das nervt mich so unglaublich. Geh mal zum Arzt. Der Arzt kann mir da nicht helfen. Ähm, das kommt vom Quatschen. Das kommt vom Quatschen. Jammern. Gib ihm irgendwie. Ja, Mann. Meinst du, das bringt was? Nee, Tee bringt nichts. Habe ich schon versucht. Gut, Hoffi, den ganzen Tag schweigen und nur im Stream reden. Ähm, habe ich quasi, Hoffi. Ich war den ganzen Tag alleine hier und habe ein Video gemacht. Da habe ich eine halbe Stunde, habe ich das Video gemacht. Da habe ich natürlich geredet und das war's. Okay, ich bin, ne, ich bin ja alleine den ganzen Tag hier und da redet man ab und zu mal ein bisschen mit sich selbst. Aber so viel war's nicht. Obwohl, ich habe auch ein paar Mal telefoniert. Ich habe heute noch mit Gigabyte telefoniert. Ähm, ja, mit Gigabyte und mit der Versicherung, das war's noch. Aber war jetzt auch nicht so lange, das ging noch. Lodos, Freundin, sagt, sei bei, Tee. Aber der schmeckt auch kacke, genauso wie Kamillentee. Kamillentee schmeckt auch so scheiße. Ich muss einfach ein bisschen leiser reden. Ihr versteht mich. Immer ein bisschen Eis im Meer. Habt ihr Bock auf Eis im Meer? Kommen wir jetzt den ganzen Abend Eis im Erstmal machen. Das ist total schön. Bibi ist jetzt auch da, sehe ich gerade. Wollen wir ein bisschen über die PS5 sprechen? Nein, ich trinke jetzt nichts, sondern Eis im Ball. Kommt das gut? Der Eis im Meer Mund. Das ist geil. Ich leide. Also, man muss sagen, das macht Spaß. Das macht Spaß, so zu reden. Das macht riesen Spaß. Ich halte zwar von euch, der wäre eigentlich nichts, aber... Ja. Lodo 200 bis. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich kann das nicht, aber ich finde, das klang schon ganz geil eigentlich irgendwie, oder? Ja, dass man davon einschlafen kann, glaube ich. Und das geht wirklich überhaupt nicht auf Stimme. Also, rein theoretisch könnte ich das den ganzen Abend machen. Aber ich muss mich jetzt auch selber so ein bisschen zurückhalten, dass ich einfach ein bisschen leiser rede. Das klappt aber gar nicht gut, weil ich das gewohnt bin, wenn ich hier so ein Mikro hier... So ein Mikro hier vor mir habe, dann rede ich ein bisschen lauter. Auch jetzt für die YouTube-Videos rede ich ja noch lauter. Das seht ihr ja auch immer. Ich habe ja auch so dieses kleine Ansteck-Mikrofon, was jetzt auch nicht unbedingt so viel Strahlkraft hat. Von daher muss ich da auch lauter reden. Monty, mach mal einen Kassenwart. Wieso Kassenwart? Was? Meinst du Freiburg? Was willst du das so sagen? So, wir wollten noch um die Playstation 5 quatschen. Denke ich. Es ging vorhin um die Preise der Playstation 5. Die Preise sind... Nicht final. Die sind definitiv nicht final. Wir können aber ganz fest davon ausgehen. Ganz, 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 ganz fest, dass die große Playstation 5... Wenn die weh, moin! Dass die große Playstation 5 maximal 499 Euro kosten wird. Egal, was Sony bisher geplant hat. Und wenn Sony gesagt hat, die soll 1000 Euro kosten, jetzt kostet die nur noch 499 Euro. Ist Fakt. Da brauchen wir auch jetzt keine großartigen Gerüchte mehr oder sonst was. Das Ding kostet maximal 499 Euro. Sony wird die nicht teurer machen als Microsoft seine Xbox. Aber ich habe schon erste Berichte gesehen und das habe ich ja auch selber schon... Ach man, Monty's Stimme. Das habe ich ja auch selber schon. Ähm, die 3 Stunden könnt ihr heute übrigens knicken. Tut mir leid, das sage ich euch jetzt schon. Ne, Noah, tut mir leid. Ähm, ähm, genau. Habe ich ja auch schon gesagt, dass Microsoft die Xbox höchstwahrscheinlich subventionieren muss. Höchstwahrscheinlich wird die subventioniert werden müssen. Das kann nicht anders gehen. Du kannst nicht eine Konsole wie die Xbox Series X mit so unfassbar viel Power. Und Lodo, 565 Bits, was ist denn los mit dir? Ist Zahltag gewesen oder so? Oder bin ich heute sympathischer als sonst? Lodo, vielen, vielen Dank. Ähm. Eine Abstimmung ist da. Welcher Mainboard-Hersteller? Ähm, machen wir mal eben mit. Äh, ich wähle aus gar nichts. Ist einfach so. Nur wie gesagt, die Power einer Xbox Series X kann man für 499 Euro meiner Meinung nach nicht herstellen. Ähm, natürlich bin ich jetzt kein Analyst, der da irgendwo auch in der Industrie oder so arbeitet. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Eine Xbox Series S, die wird definitiv nicht unter Wert verkauft. Aber die X, ähm, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Die holen dann das Geld halt entsprechend mit den Spielen rein. Achterbahn-Fanatica ist von seinen Achterbahn-Trips auch zurück. Ist jetzt auch dabei. Moing! Boah. Da musste gerade ein bisschen Luft raus, glaube ich. Musste gerade Luft raus. Redstone auch dabei. Ähm, der Tobi. Die Konsolen werden eh durch die Spiele subventioniert. Ja, Tobi. Aber jetzt bei den letzten, ähm, Generationen war es nicht so. Da haben die Hersteller an den Konsolen auch was verdient. Also an der Playstation 3, an der Xbox 360, PS4 und an der Xbox One. Da haben die Hersteller auf jeden Fall was dran verdient. Das ist Fakt. Das sahen die auch von Anfang an. Ähm, davor sah es anders aus. Ich glaube PS2, PS1 und so wurde alles subventioniert. Die Konsolen davor sowieso. Die waren auch nicht ganz so teuer. Ähm, aber ich finde die Preise gut, muss ich sagen. Ihr wisst ja, ich habe mit mehr gerechnet auf jeden Fall. Und Blue-Effizienz Go! Zwei Monate schon. Nicht schlecht, ey. Nicht schlecht. Zwei Monate ist natürlich besser als ein Monat, ne? Und natürlich auch viel, viel wichtiger. Vielen Dank. Ähm. Ich habe ja mit höheren Preisen gerechnet. Aber ich glaube, die haben beide einfach zu große Angst vor der Konkurrenz. Das ist genauso wie mit Nvidia und mit AMD. Ähm, die Nvidia-Karten wären ja im Leben nicht so günstig, wenn AMD nicht jetzt so lauern würde. Und AMD hat was in der Hinterhand. Also wir werden, glaube ich, dieses Mal von AMD auch nicht enttäuscht werden. Also die 3090 wird nicht erreicht. Da lege ich diese beiden Hände für ins warme Feuer. Definitiv. Ich habe übrigens den Finger schon lange nicht mehr gezeigt, ne? Kann das sein? Seitdem die Webcam nicht hier weg ist. Ähm. Seitdem. Ja, die Webcam weg ist. Und, ähm. Ja, AMD lauert da halt. Und Nvidia weiß, glaube ich, ein bisschen mehr als wir. Nur ich, als jemand, der jetzt gar nicht so viel weiß wie Nvidia, sage, dass die 3080 erreicht wird und die 3090 halt nicht. Und Nvidia auf jeden Fall, äh, AMD auf jeden Fall lauern wird. Und das ist das Gleiche jetzt halt mit Sony. Und deswegen hat Microsoft, glaube ich, ist auf Nummer sicher gegangen und hat gesagt, komm. Wir müssen zwar eigentlich mehr haben, aber komm, komm, 499 Euro. Machen wir. Wir haben ja noch die Xbox Series S, die ich übrigens, äh, sinnlos finde. Einer der sinnlosesten Konsolen, äh, auf diesem Planeten. Ich weiß nicht, was das soll. Heute bei uns in der Zockergruppe. Wir haben ja so eine Zockergruppe mit der Xbox. Da zocken wir ja seit Jahren schon Call of Duty drauf. Leider jetzt seit einem halben Jahr nicht mehr, weil die alle nur PUBG zocken. Ein Kumpel fragt auch. Er weiß zwar, dass ich einen YouTube-Kanal habe, aber fragt nicht mehr. Und das ist dann eherlich. Stimme, hört ihr mich denn zumindest noch? So, jetzt wird es wieder grün. Und jetzt geht der Stream natürlich auch weiter. Kennt ihr doch schon, ich weiß nicht, ob es dann bei einer Internetleitung liegt oder an Twitch. So einmal im Stream ist einfach ein Aussetzer. Ist einfach so, willkommen zurück. Hier geht es auf jeden Fall wieder weiter. Stimme und Stream waren weg. Okay, war beides weg. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ihr noch mitbekommen habt. Ich habe nur gesehen, der Chat ging plötzlich soterisch ab. Und da dachte ich, oh, da kann aber irgendwie was nicht stimmen, glaube ich. Der Hoffi hat es geschrieben. Nein, Monty, wo bist du? Aber wie gesagt, keine Panik. Ich komme ja immer nach ein paar Sekunden auf jeden Fall wieder. Jetzt läuft es hier wieder alles grün, alles bestens. Umfrage ist fertig. Genau, die gucken wir uns auch mal an. Wir haben die letzten Streams, glaube ich, so gut wie keine Umfragen gehabt. Kann das sein? Wo haben wir denn? Umfrage, 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 Abstimmung verwalten. Ergebnisse ansehen. Das Ganze mal auf den anderen Monitor rüberziehen. F11 drücken. Und jetzt umschalten. So, welcher Mainboard-Hersteller? Oh, Sandel. Oh, Sandel. Das tut mir jetzt echt wahnsinnig leid. Aber die Überraschung ist jetzt relativ wenig überraschend. Asus ist natürlich... Also da hätte ich jetzt wirklich drauf wetten können, dass Asus natürlich oben steht mit 38%. Da kommt Gigabyte. MSI Gigabyte habe ich in... Ja, hätte ich jetzt, wenn ich darüber nachgedacht hätte, hätte ich auch so... Boah, schwierig zu sagen, wer von den beiden oben steht. Ich hätte Gigabyte jetzt oben getippt, aber sind beide gleich. S-Walk natürlich drunter und Biostar... Ja, Biostar... Es liegt aber mehr daran, dass Biostar in Deutschland einfach überhaupt nichts zu sagen hat. Biostar ist, glaube ich, jetzt gar nicht mal so eine schlechte Marke. Ich habe ja auch schon ein, zwei Worts gar nicht da gehabt. Das BIOS ist nicht meins. Das BIOS, haha. Aber sonst sind die so halbwegs brauchbar. Natürlich relativ preiswert. Das ist immer das Schöne daran. Oh, Sandel, bitte keine Diskussion. Wegen Gigabyte Asus, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte lasst es. Jetzt sehe ich schon wieder... Asus ist ja nicht mehr besser. Nein, es gibt auch keinen schlechten Mainboard-Hersteller. MSI ist auch nicht schlechter. S-Walk ist auch nicht schlechter. Jeder hat mal ein, zwei Boards dabei, die nicht so geil sind wie die anderen. Aber eigentlich sind alle Boards ganz geil. Und je mehr man zahlt, desto geiler werden sie. Aber desto schlechter wird das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ist einfach so. Digger Ficky, du bist sehr sympathisch. Abitboard war gar nicht dabei. Oder Elite Group. Elite Group gibt es übrigens noch. Oder? Vertue ich mich jetzt. Gab es nicht Elite Group noch irgendwie was? Ich glaube, ich vertue mich gerade. Wartet mal. Das war jetzt ein bisschen zu schnell rausposaunt. Elite Group gibt es nicht mehr, oder? EZ ist der Hersteller. Ne, die Firma gibt es auf jeden Fall noch. Also die Firma gibt es noch. Hier können wir mal eben gucken. Hier. Bei Wiki, 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 Wiki. Ich vertue mich gerade aber trotzdem, glaube ich, mit einer anderen Marke, oder nicht? Genau, Elite Group gibt es noch Elite Group gibt es als OEM, schreibt der Adlan. Du auch hier. Das freut mich aber, dass du auch schon da bist nach einer ganzen Stunde. Wo warst du? Hast du eine gute Entschuldigung dafür, dass du nicht da warst? Ach ja. Le Mabel, jeder pickt sich das raus, was für seine Bedürfnisse das passende Angebot ist. Das ist völlig relle, was da nachher für Name draufsteht. Das ist die beste Einstellung. Mir sind die Markennamen völlig Wumpe. Völlig. Also ich käme niemals, niemals nie auf die Idee, ein ganz PC mit Aorus-Klamotten zu füllen. Warum? Was habe ich davon? Da hat nur Aorus was von. Sonst hat da niemand was von. Also ich hole mir immer das beste Mainboard für das Geld, was ich gerade ausgeben will. Die beste Grafikkarte, die beste CPU, das beste Gehäuse. Aber jetzt nur von einer Marke, so verbrüllt könnte ich gar nicht sein. Gibt es gar nicht. Ich bin auch, wie gesagt, habe ich ja schon 5 Millionen mal erzählt. Ich bin auch kein Xbox-Fan oder kein Playstation-Fan. Wenn ich jetzt nur eine kaufen würde, ich kaufe ja beide, dann suche ich mir einfach das Beste für meine Bedürfnisse daraus. Und das wäre tatsächlich sowieso die Xbox. Hat ja mal einen bestimmten Grund. Und nicht den, dass ich die Playstation tatsächlich schlechter finde, sondern den Grund, den die meisten haben. Die Playstation kaufen viele, weil Kumpels auch alle Playstation haben. Warum würde ich die Xbox kaufen? Weil Kumpels alle die Xbox haben. Und die auch die neue Xbox kaufen werden. Oder bei der alten da bleiben werden. Deswegen würde ich auf jeden Fall, wenn ich nur eine kaufen würde, die Xbox Series X nehmen. So ist das. All diese Markenwaren, es geht mir so auf den Sack, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ghetto, Monty, mit der Xbox Series X. Wirst du dich täuschen beim iPhone? Geht das XR auch am besten? Was meinst du mit täuschen, Ghetto? Verstehe ich jetzt nicht. In welcher, also mit der Xbox Series X meinst du? Ja, okay. Ne, ich bin ja, also, ich kann auf eins stolz sein bei mir. Wenn ich mich irre, gebe ich es zu. Das mache ich im privaten Leben auch. Und das mache ich hier auch, ne. Also wenn ich Unrecht hatte, dann bringt es auch nichts abzustreiten. Wenn hinterher dann die Listen da sind, die Verkaufslisten. Und die Xbox Series X geht ab wie Sau. Dann ist es halt so. Ich habe ja auch damals gesagt, dass die Switch nicht gut gehen wird. Das Konzept finde ich zwar immer noch irgendwie, weiß ich nicht, gar nicht so sinnvoll mit der Switch. Aber die wird trotzdem gekauft für Blöde. Und ich habe ja auch eine, ne. Nein, die S wird höchstwahrscheinlich sogar gut gehen. Da hast du recht. Aber nur aus einem einzigen Grund, weil die günstig ist. Das ist nur Preissache. Das sind sehr viele Konsolen. Ich kenne jetzt keine Zahl. Aber sagen wir mal, 50% der Konsolen werden von Eltern gekauft. Liegt vielleicht gar nicht so verkehrt. 50% der Konsolen werden von Eltern gekauft. Und Eltern, die kaufen dann, ja Moment, eine Xbox Series X, eine Xbox Series S, kostet 200 Euro weniger. Nehmen wir doch die. Der wollte eine Xbox Series irgendwie was haben, ne. Das ist es dann. Die vergleichen die nicht großartig. Die holen zwar natürlich vielleicht mal hier einen Mediamarkt, einen Sachbearbeiter ran oder so. Wo ist jetzt der Unterschied? Ja, die ist ein bisschen langsamer und hier und da, ne. Aber die kaufen die günstige. Das ist so. Und deswegen wird sich die Xbox Series S trotzdem sehr gut verkaufen. Nur ob die sich jetzt besser verkauft als die X, das wage ich dann doch zu bezweifeln. Das glaube ich dann doch nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Der Chat ist ausgeblendet. Wieso ist der Chat denn ausgeblendet? Sag das doch mal er. Tatsache. Ne, das war der falsche Chat. Ne, der ist gar nicht ausgeblendet. Hä, wieso läuft der Chat denn nicht? Verstehe ich jetzt nicht. Der Chat ist ganz oben. Da muss das was mit Streamlabs zu tun haben. Weil den Chat, über Streamelements gibt es ja keinen Chat. Den habe ich über Streamlabs am Laufen. Schau doch in OBS. Ich habe OBS vor mir. Gucke ich doch gerade. Der Chat wird ja nicht angezeigt. Ne, weil der Chat war gerade leer. Deswegen war ich, da ist er doch. Ich dachte, ich war gerade völlig, völlig verwundert. Keine Ahnung, was da jetzt war. Jetzt geht es wieder. Also vorhin lief der Chat oder was? Vorhin lief der Chat jetzt im normalen Streamfenster oder wie war das? So, bin weg. Lotto, vielen, vielen Dank nochmal, Lotto. Schade, dass du schon weg bist, ne? Aber du, was du heute da gelassen hast, ist auf jeden Fall aller Ehren wert, ne? Danke, danke, danke. So, jetzt, wieso, wieso ist denn jetzt die blöde Umfrage noch hier oben? Ich will die Umfrage nicht mehr haben. Mach die Umfrage weg. Geht nicht. Umfrage ist gleich bestimmt weg. Score mal bitte etwas hoch, Monty, damit du mein Statement siehst. Ach, Sanriel, Mann. Du hast hier keinen Vorzug, du wirst hier nicht bevorzugt. Bei anderen riech ich mich auf, wenn die schreiben, ey, Monty, ich habe gerade das und das geschrieben. Und die schreiben das nochmal. Nein, ich scrolle jetzt wirklich mit Absicht nicht hoch. Monty redet über alles bei Black Wolf. So ist es. Moin, guter Mann, erwoks, man, willkommen. Lotto, dafür nicht. Ja, auf jeden Fall, Lotto, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Noah, warum, warum? Warum, Noah? Wieso machst du das? Ja, Sanriel, da hast du recht. Wenn du mir blinde Magenverliebtheit vorwirst, kann ich das nicht stehen lassen, das ist richtig. Aber ich muss es jetzt trotzdem nicht im Chat lesen. Wenn jetzt jeder so ist und sagt, ey, Monty, skomm hoch, lies, was ich geschrieben habe, dann wird der Chat dir ganz übel aussehen. Ne, Noah, mach das weg, will ich nicht sehen. Das mag ich nicht und das weiß der Anrede auch, weil ich das schon zigmal gesagt habe. Ich mag es nicht, egal ob hier oder auf Instagram oder sonst wo, wenn da immer drauf gepocht wird, boah, Monty, lies das jetzt, lies das jetzt, sonst lies das. Kann ich nicht ab. Ist einfach ätzend. Der Crazy, was sagt deine Glaskugel noch bis zum Black Friday warten, um SSD und RAM zu kaufen? Ne, also jetzt ganz ehrlich, Black Friday, ja, da gibt es ja immer ein paar schöne Schnäppchen, das ist überhaupt keine Frage. Aber auf einen Black Friday warten würde ich persönlich eigentlich nicht, muss ich so sagen. Würde ich nicht, weil eventuell genau das, was du haben willst, das gibt es ja nicht im Angebot. Wenn du warten kannst, sag ich eigentlich immer warten, dann kannst du jetzt auch auf AMDs, neue Grafikkarten und CPUs und so warten. Von mir aus auf die RTX 4000er Reihe, klar, dann kann man das machen. Aber eigentlich, ich bleibe dabei, ich sage, wenn ihr was braucht, kauft es jetzt. Wenn ihr es braucht, ist so. Das Einzige halt jetzt in diesem Fall jetzt natürlich, natürlich wartet man jetzt noch auf die RTX 3000er Karten. Ist klar, ist ja kurz bevor. So lange sollte man auf jeden Fall noch warten. Aber allgemein, Leute, wenn der Rechner nicht mehr vernünftig läuft, wenn er nicht zufrieden ist, dann kauft jetzt ein. Natürlich kann man das ein oder andere Schnäppchen mitnehmen, aber Black Friday, weiß ich nicht. Klötzi macht sich, werft den Black Friday Gedanken über Bord. Bin ich auch der Meinung. Den kann man mitnehmen, wenn sowieso Black Friday ist und man braucht was oder so, dann kann man sich das auf jeden Fall kaufen. Das ist immer schön. Aber so hypermäßige Angebote sind das ja auch nicht. Das sind ja meist so Tagesangebote. Da gucken wir nochmal bei Amazon rein. Und ja, okay, wollte ich sowieso immer mal kaufen. Dann bestelle ich das mal mit. Und ich habe ja beim Black Friday meine letzten Festplatten für mein NAS gekauft. Hier von WD. Die WD Reds waren das ja im Verbund mit WD Dings da. Dieses Möchtegern-Nass, wo die Festplatten schon eingebaut sind. Dieses Einweg-Nass, sage ich immer so quasi. Gab es da günstiger zum Black Friday, als wenn ich die beiden Platten separat gekauft hätte. Und da habe ich zugeschlagen. Das war nicht schlecht. 20 Terabyte mal eben für einen relativ günstigen Kurs. Heute sind die aber noch viel günstiger. Das war das Einzige, glaube ich, was ich jemals beim Black Friday gekauft habe. Sonst halte ich von Black Friday nicht viel. Ich halte allgemein so von Riesen-Rabatt-Aktionen nicht viel. Weil große Rabatt-Aktionen bedeuten, die Dinger müssten ja eigentlich gar nicht so teuer vorher gewesen sein. Das meins. Caro, zum Black Friday nach Amiland fahren und mit anderen Amis im Laden um die letzten Angebote prügeln. Da sind die Deutschen noch vernünftiger. Die Amis teilweise. Ich verstehe dieses Volk manchmal nicht. Ich hasse natürlich nicht alle über einen Kamm schieren. Das ist klar. Aber gerade diese, wie die da abgehen bei Rabattschlachten und so weiter, ist schon krass. Das habe ich hier in Deutschland so noch nie erlebt. Ich hasse SSVs. Achte mal, Fanatiker. Ich auch. Mittlerweile ist das Ganze ja überhaupt nicht mehr gesetzlich geregelt. SSV kann jeder machen, wann er Lust und Laune hat. Nur, wenn große Rabatte gegeben werden, dann heißt es einfach, dass sie sonst zu teuer waren. Oder da wurde mit den Preisen getrickst. Das heißt, die ehemalspreise sind einfach viel teurer angesetzt, als sie wirklich waren. Das ist ja nur rechtens, wenn die Dinger wirklich mal so teuer waren. Ja toll. Hauen sie sie mal für ein paar Stunden auf den Preis irgendwo. Die Sachen, die sowieso nicht verkauft werden, dann machen sie die mal 100% teurer. Ja, dann kann man immerhin sagen, wieso die waren doch vor kurzem noch so teuer. Ja, also es gibt immer Möglichkeiten, das Ganze zu umgehen. Einfach direkt günstig machen und gut ist. Natürlich so Ladenhüter mit Rabatten raushauen finde ich immer fair, weil ich komme ja nun mal auch aus dem Handel. Ich habe ja jahrelang im Handel gearbeitet. Ich kenne das Ganze ja. Wenn man so Sachen hat, die sich einfach nicht verkaufen lassen, dann haut man natürlich die Preise runter. Das ist in Ordnung. Aber bei gängigen Artikeln dann plötzlich irgendwie so Rabattschlachten zu machen, verstehe ich nicht. Und der Nogone ist auch da. Guten Abend. Willkommen in diesem Stream. Ghetto. Idee zum PS5-Kühlsystem. Wird es zwei Lüfter geben? Über das Kühlsystem haben wir ja schon, glaube ich, zweimal geredet. Wir haben uns da die PS5 auch mal in dieser 3D-Ansicht mal komplett angeguckt und ich werde aus der PS5 nicht schlau. Ich habe keine Ahnung, wie das Kühlsystem wirklich funktionieren soll. Also, wenn es mit einem großen Lüfter funktioniert. Also eigentlich bleiben bei der PS5 am Ende tatsächlich nur kleine Lüfter über. Weil für großen Lüfter hat die ja gar keine Ausgänge. Außer die PS5 hat vielleicht noch so ein paar Tunnelsysteme, wo der große Lüfter dann halt so schräg, senkrecht eingebaut ist. Und weil an der Seite hat die ja nun mal keine Auslässe zum Luftauslassen. Dass die halt senkrecht eingebaut sind und dann so Tunnelsysteme, die die Luft dann nach oben jagen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Das PS5-Kühlsystem bereitet mir aktuell noch so ein paar Rätsel. Aber ich bin jetzt natürlich auch nicht der Mega-Kühl-Spezialist. Ist schwierig. Es ist schwierig. CDW, machst dann ein Tier down? CDW, ich bin zu alt dafür. Was ist ein Tier down? Ich bin ein alter Mann. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was du meinst. Was ist denn ein Tier down? Wisst ihr, was ein Tier down ist? Was meint ihr damit? Kann die PS5 unten ansaugen? Ja, die wird da unten ansaugen. Das ist ja normal. Unten wird angesaugt, oben die warme Luft ausgeblasen. Oder halt hinten. Also vorne angesaugt, hinten ausgeblasen. Das ist ja normal. CDW auseinandernehmen, meinst du? Achso, Tier down kann ich nicht. Nein, natürlich werde ich die nicht auseinandernehmen. Ich muss mir die ja ganz normal kaufen. Ich werde doch nicht eine Playstation 5 mit Garantie und Eindruck und dran. Werde ich doch nicht auseinandernehmen. Nein, nein, nein. Also wenn ich jetzt hier eine Million Abonnenten hätte und jeden Monat irgendwie 50.000 Euro verdienen würde, dann wäre mir das Latte. Dann kaufe ich zwei PS5. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Und von daher, nee, nee, nee. Also 500 Euro ist für mich viel Geld. Das mache ich natürlich nicht. Das machen genug andere. Gett und Wurst ist auch, Gett, Tier down auseinanderbauen. Und ihr merkt schon, ich bin ein bisschen leiser geworden von der Stimme. Ich habe mich jetzt noch ein bisschen dran gewöhnt. Vielleicht drei Stunden nicht, aber mal gucken, wie lange ich noch mache. Freunde, das ärgert mich jetzt mit meiner Stimme, weil das jetzt schon das zweite Mal in Folge wäre, wo ich den Stream nicht so lang mache, wegen meiner Stimme. Und das nervt mich. Ich will eigentlich viel länger streamen. Und was soll ich denn machen? Noah schreibt sofort lange. Was soll ich denn machen? Ich weiß, ich weiß es echt nicht. Ich muss wirklich nochmal zum Arzt gehen und dem Arzt sagen, ey, Meister, ich bin Profi-Laber-Kopf. Ich kann aber nicht länger als zwei Stunden labern. Was ist zu tun? Ja, können wir in neue Stimmbänder einbauen? Kosten nur 50.000 Euro, aber das machen wir mal. Aber das geht, glaube ich, gar nicht. Versuch mal Milch. Nee, AX04. Milch ist, glaube ich, gar nicht so eine gute Idee, weil Milch relativ fettig ist und Milch ja so eine Schicht bildet. Auch wenn du die trinkst oder so. Das licht sich dann ja auch über die Stimmbänder und so weiter. Also Milch ist, glaube ich, eher kontraproduktiv. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Milch wirklich gut ist. Kalidor ist eine Stunde rum. Gesangstraining. Soll ich mal anfangen zu singen? Nee, da ist Eis im Meer besser. Nee, da ist Eis im Meer. Milch verschleimt. Milch mit Honig. Milch mit Zitrone. Flirt. Leckblüten-Tee. Heißen Zitrone. Nee, aber wie gesagt, Milch verschleimt, genau. Milch ist kacke. Bewegt meiner Meinung nach genau das Gegenteil. Also Tee mit Honig oder so ist, glaube ich, ganz geil. Aber dann schüttet man Milch so in ein durchsichtiges Glas. Schüttet die Milch aus. Und ihr seht ja, das ganze Glas ist noch mit Milch benetzt. So dieser Milchschleim da. Und das hast du ja natürlich dann auch im Hals. Also dass das helfen soll, glaube ich nicht. Lolli Gamer. Autotune. Ich vergesse beim Singen. Boah, ich hasse Autotune. Hast ihr eigentlich auch Autotune so sehr wie ich? Autotune ist so kacke. Jeder kann mit Autotune singen. Jeder. Ich finde das schrecklich. Absolut schrecklich. Flirt hilft bestimmt trinken, Sandriel. Nee, ich trinke jetzt absichtlich. Ihr braucht mich übrigens an das Dringliche erinnern. Ich trinke nämlich jetzt absichtlich nichts, um zu gucken, ob das vielleicht hilft. Nicht trinken. Vielleicht hilft nicht trinken. Wer weiß. Nur lalalalalala. Nein, ich kann überhaupt nicht singen. Nicht mal ansatzweise. Ich habe Musikunterricht auch immer gehasst. Boah, damals in der Schule. Musikunterricht. Das war der letzte Müll. Ich fand das so schrecklich. War überhaupt nicht meine Welt. Joe, 115. Ist ja unser WSK-Fan hier. Was ist denn hier los? Wieder ein paar verpasst. Hallo, Monti. Ja, offensichtlich hast du eine Stunde verpasst. Aber ich weiß genau, was der Joe gemacht hat. Ich glaube, ich weiß, was der Joe gemacht hat. Hä? Ich glaube, du hast dir irgendwie Anzeigen gewählt oder sowas. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ja, Joe und ich haben mir relativ viel privat geschrieben. Aber ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, worüber. Deswegen werde ich das nicht sagen, Joe. Außer du lässt das zu, dass wir darüber quatschen können hier. Wie los ist der Bot, Backstarde? Was hat der Bot denn gemacht? Ähm, der Ghetto. Was sagst du zu dem Xbox-Deal? Äh, klicke ich gerne mal drauf, Ghetto. Ähm, das ist immer sehr interessant. Ah, jetzt die Xbox Series S auch endlich auf der Seite. Obwohl, ne, das ist die US-Seite, ne? Auf der deutschen Seite war vorgestern noch nichts zu finden. Ähm, Tollinon, der 1990, Ingwer hilft. Uah, Ingwer, uah. Caro ist in der Schulband. Ah, ja, ja, das wäre echt gar nichts für mich. Das wäre gar nichts für mich. So, wir gucken jetzt mal, was der Ghetto meinte. Was hältst du von dem Deal? Von dem Retailer. So, hier haben wir sie beide nebeneinander. Man sieht also, die Xbox Series S ist auf jeden Fall den ganzen Tag ein kleiner. Übrigens finde ich das Bild hier irgendwie ganz cool gemacht. Finde ich ganz geil. Ne, auf jeden Fall schick. Okay, Xbox All Access, The All Exclusive Pass, 24 Monate mit Game Pass. Das ist eine Menge. Ja, okay, wenn man es hier so schreibt, ne, wie die schreiben, für 25 Dollar pro Monat, für 24 Monate, das ist natürlich schon eine Menge Geld, wenn man es so sieht. Aber ich weiß auch nicht, was der Game Pass kostet. Kann ich jetzt echt überhaupt nicht sagen. Gucken wir mal, auf der deutschen Seite hier. Was kostet ein Game Pass? Oh ne, ach man, machen wir es so. Xbox Game Pass. Ja, okay, PC ist natürlich immer geschenkt quasi. Ich muss ja dazu sagen, Game Pass finde ich geil. Ich habe ihn nicht, aber ich finde ihn geil. So, hier haben wir es. 10 Euro im Monat. Ultimate 12,99 Euro. Und hier steht 24,99 Dollar. Warum? Ach mei, hätte ich ein bisschen, ne, einfach ein bisschen weiter runter gehen, dann ist alles gut. Ach, jetzt ver... Okay, ja, jetzt... Moment. Monty braucht ein bisschen. Monty ist alt. Immer wieder die gleiche Ausrede. Jetzt habe ich es verstanden. Das ist so ähnlich wie beim Handyvertrag. Das heißt, du zahlst ein bisschen mehr für den Game Pass und kriegst damit die Konsole. Ah, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, ne? Ich habe das nämlich nur so eben überflogen. Genere Xbox oder Xbox Series X-Konsole plus 24 Euro. Xbox Game Pass Ultimate from no upfront costs. Also keine weiteren Kosten. Xbox All Access. Ah, okay. Habe ich nicht direkt verstanden. Finde ich eine coole Idee. Das heißt, er kostet in Amerika dann höchstwahrscheinlich auch maximal 12 Dollar. Der Game Pass. Und für 12 Dollar im Monat, 24 Monate, dann die Xbox Series S dabei. Pre-Order September 2022. Finde ich eigentlich jetzt gar nicht so eine schlechte Idee. Das müsste man halt mal hochrechnen, wie weit das jetzt in etwa passt. Du zahlst ja jetzt im Prinzip... Gehen wir mal von 10 Dollar jetzt aus. Du zahlst ja 15 Dollar pro Monat, 24 Monate. Ja, toll. Rechnet's nach. Seid ihr über 300 Euro, ne? Oder 300 Dollar. Das heißt, am Ende macht ihr Minusgeschäft. Ist einfach so. Am Ende macht ihr Minusgeschäft. Zahlt ihr auf jeden Fall mehr dafür. Hier zahlt man sogar dann 25 Dollar oder Euro pro Monat extra. 24 Monate. Das sind dann auch über 500 Euro. Also das Angebot ist in einer Art nicht sinnvoll. Die Idee finde ich gut, ja. Aber die Idee werden natürlich trotzdem wieder viele darauf eingehen, weil viele haben halt keine 500 Euro am Stück. Und für die ist das dann sowas wie Ratenzahlung. Und dann kommt die gleiche Ausrede wie bei den ganzen Handybenutzern. Weil das Thema Smartphone, habe ich ja schon oft genug drüber geschimpft. Smartphones, ne? Die Leute geben ohne weiteres 1000 Euro für ein Smartphone aus, sind aber zugehaltig, 500 Euro für eine Konsole auszugeben. Und dann kommt ja immer wieder das Gleiche, ne? Ja, wieso? Das Smartphone kriege ich ja quasi umsonst. Oder das Smartphone ist ja mit im Vertrag. Ach, ich sage ja, und wo ist das Problem? Du zahlst ja trotzdem für das Smartphone. Das kriegst du ja jetzt nicht geschenkt. Dafür ist ja dein Vertrag teurer. Das heißt, so ein Vertrag ist nichts anderes als Ratenzahlung. Ihr könnt jetzt so viel diskutieren, wie ihr wollt. Ein Smartphone-Vertrag mit Handy ist nichts anderes als Ratenzahlung. Und ich bin jemand, für mich ist Technik, also alle technischen Geräte, bis auf den Kühlschrank und so, sind Luxusgegenstände. Und für Luxusgegenstände sollte man auf gar keinen Fall einen Kredit aufnehmen. Fürs Auto akzeptiere ich das noch, weil ein Auto ja auch ein Gebrauchsgegenstand ist, für mich ein Luxusgegenstand. Aber für technische Geräte sollte man keinen Kredit aufnehmen. Das ist, weiß ich nicht. Geht nicht in meinen Kopf. Bin ich einfach absolut gegen. Und von daher mag ich sowas jetzt nicht, was wir hier gerade sehen. Für viele ist es sicherlich eine Lösung, die sich das halt nicht direkt leisten können. Klar, keine Frage. Aber jeder muss selbst wissen, Fakt ist, man zahlt drauf. Das haben wir jetzt, glaube ich, gut erörtert, denke ich mal. Auch wenn ich es jetzt nicht genau ausgerechnet habe. Monty Lee, Donrai Senpai. Was soll ich lesen? Du schreibst jetzt das Gleiche wie Sanrio. Was soll ich lesen? Soll ich jetzt... Xbox Series... Jetzt sehe ich es zufällig gerade noch oben im Chat, ohne hochzuscrollen. Xbox Series All Access 19 Euro billiger. Wie wäre es mal mit einem Twitch-Sinks-Abendbestimmten? Da bist du bei mir genau an der richtigen Adresse. Da bist du bei mir genau an der richtigen Adresse. So, Xbox Live Gold. Genau, Xbox Live Gold ist ja auch noch so ein Thema, was auch noch nicht ganz ausgestanden ist. Da gibt es ja auch im Moment weiterhin Gerüchte, dass eventuell Xbox Live es bald so nicht mehr geben soll, sondern vielleicht nur noch mit einem Game Pass zusammen oder eventuell gar nicht mehr. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, wie das so laufen wird. Andy, let's go. Warst du vorhin auch schon da? Oder bist du jetzt gerade neu reingekommen? Ich sehe dich hier gerade. Bar-Zahlung, ne? Meinst du damit? Wenn dann bist du willkommen und wenn nicht, dann habe ich halt ein bisschen Alzheimer gehabt. So, DJ Freaky ab 1. Jänner macht Monty Twitch-Songs. Ab 1. Jänner, meinte er. Nein, 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 nein. Ihr wollt mich doch nicht sehen hören. Ich verspreche es euch, das wollt ihr nicht. Nur Bar ist es wahres, Caro. So ist es. Ja, okay, Bar nicht. Also natürlich kann man mit Karte zahlen oder so, aber diese, diese, ähm... Ich verstehe, also ich weiß genau, dass in diesem Stream jetzt einige, viele, viele Menschen dabei sind, die auch gerne mal einen Fernseher auf Raten gekauft haben oder sonst was. Ich verstehe sowas nicht. Wenn ich nicht genug Geld dafür habe, dann kaufe ich ihm einen kleineren Fernseher. Ist so. Oder dann muss ich halt noch ein bisschen sparen. Wenn er jetzt kaputt gegangen ist, Fernseher ist auch so eine Sache. Ohne Fernseher kann man ja heutzutage quasi kaum noch leben. Ne, ein Fernseher, ja, vielleicht noch auf Raten, okay, ne? Wenn es nur ein kleiner ist. Aber es ist für mich alles Luxus. Wenn er eine Grafikkarte auf Raten kauft, dann solche Leute werde ich niemals, niemals nie verstehen. Ist so. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben, habe ich ein technisches Gerät auf Raten gekauft. Ist so. Ich habe aber auch mal, also im Prinzip habe ich gerade gelogen, im Prinzip habe ich gerade gelogen, weil ich habe auch mal ein paar Jahre einen Handyvertrag gehabt, also mit Handy dazu. Das war jetzt immer noch vor der Smartphone-Ära. Das waren auch hier diese kleinen Tastenhandys mit Mini-Bildschirm und so. Da habe ich ab und zu mal tatsächlich, ich glaube, ja, dann alle zwei Jahre auch noch das Handy bekommen. Aber die Sache ist ja auch die, die Leute freuen sich dann alle zwei Jahre über ein neues Handy, brauchen aber gar keins. Die Handyhersteller, die reiben sich nur die Hände und der Mobilanbieter sowieso. Aber man braucht doch nicht alle zwei Jahre mal ein neues Handy. Das Ding ist vier Jahre alt. Das läuft nur super. Das läuft nur spitzenmäßig. Oh, ich habe noch eine E-Mail gekriegt. Ach so, die ganzen Paypal-Benachrichtigungen wegen den Spenden. Ne, sonst war es auch gar nichts. Nur Paypal-Benachrichtigungen. Ja, so viel zu meiner Meinung. Aber wie gesagt, meine Meinung muss man nicht teilen. Wer eine andere Meinung hat, darf sie natürlich gerne behalten. Und akzeptiere ich halt. Hallo Monty, ganz deine Meinung. Der Try2Fixit78, schwieriger Name. Ganz deine Meinung. Vielen, vielen Dank. Er gibt Banana, ist auch da. Moin, Moin und X-Mambo-Killers. Moin. IMD-Findern 20, bei dem Schrott, wo die Sender ausstrahlen, kann man heutzutage sehr gut auf den Fernseher verzichten. Nö. Ich rede von dem Gerät. Fernsehen. Gleich Monitor, Bildschirm. Ich rede nicht von einem Receiver. Nicht von Television à la RTL und so. Davon habe ich gar nicht gesprochen. Ich gucke so gut wie kein Fernsehen mehr. In diesem Sinne. Hast du recht. Gucke ich auch nicht. Aber mein Fernseher läuft trotzdem extrem viel. Papa Schlumpf. Papa Schlumpf ist wieder da. Wie geil ist das denn? Ich habe ihn ja schon lange nicht mehr gesehen. Und fünf Monate ist er dabei. Einer der wenigen Ersten, die fünf Monate dabei sind. Freut mich riesig. Der sieht aus wie so ein Podcast-Setting im Hintergrund so dunkel. Ja, ich wollte ja noch LEDs für hinten holen, aber habe ich immer noch nicht gemacht. Schande über mich. Tut mir leid. Aber das wird noch ein bisschen heller auf jeden Fall. Papa Schlumpf, vielen Dank für den Sub auf jeden Fall. Jetzt habe ich leider das Thema gerade irgendwie. Hä? Was wollte ich denn gerade noch sagen? Weiß ich jetzt. Ach so, Fernseher, genau. Weil auf meinem Fernseher läuft da und YouTube. Da läuft da und YouTube. Da läuft Netflix. Da läuft Amazon Prime. Das läuft auf meinem Fernseher. Aber deswegen heißt das Gerät ja immer noch Fernseher. Und ich brauche es auch. Also ohne Fernseher möchte ich nicht. Weil ich habe doch keine Lust, den ganzen Tag hier vor in meiner YouTube-Ecke hier zu sitzen. Weil ich will einfach mal gemütlich auf der Couch sitzen. Also Fernseher muss unbedingt sein. Ganz, 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 ganz wichtig. Fernseher zu den Dattel, Netflix schauen, Blu-Ray, DVD. Genau, Caro, ne? So sehe ich das auch. Fernseher muss sein. DJ Freaky und YouTube natürlich. Da ich mir eh jedes Video von Monty ansehe. Egal, um was es geht. Auch wenn es mich gar nicht interessiert. Und das ist die einzig wahre Einstellung. So müssen alle sieben Milliarden Menschen auf diesem Planeten müssen genau diese Einstellung haben. Und ja, ich wäre dann höchstwahrscheinlich gerade nicht hier, sondern auf einer Insel auf meiner Yacht oder so. Ein paar hübsche Frauen um mich rum. Und wir würden alkoholfreien Sekt schlürfen. Und ja, das wäre schon eine ganz geile Sache eigentlich, ne? Weil dann hätte ich so viel Geld. Ist, glaube ich, nicht gut. Ich glaube, zu viel Geld ist sowieso nicht gut. Zu viel Geld tut den Leuten nicht gut und schadet. Und man kann sich über nichts mehr freuen. Und von daher ist es genau so gut, wie es jetzt gerade ist. Der Straßenpenner ist auch wieder da. Zurück von der Straße. Benutzt du noch einen Plasma-Fernseher, Mixpan? Oh, Plasma-Fernseher. Sowas gibt es noch. Der ist schon ein paar Jahre alt auf jeden Fall, ne? Ja, das Plasma-Fernseher sich nicht durchsetzen. Das habe ich schon ein paar Jahre vor dem Ende übrigens gesagt. Und der Michel hat auch noch einen Zap da gelassen. Zwei Monate dabei. Vielen Dank. Das mit den Frauen. Lass mal lieber, dann hast du keine Zeit mehr für uns. Gax 04. Das kommt ja noch dazu, ne? Ja, aber komm, ab und zu irgendwann muss man eine Frau wieder hier einziehen bei Monty, ne? Ja, also, das kann dann sein, dass mal der ein oder andere Stream eventuell ausfällt. Das ist durchaus möglich, gerade in der Anfangszeit. Das kennt ihr ja vielleicht selber alle. Aber Frau, Caro. Auf meinen Fernseher läuft meist, wenn ich nicht aktiv schaue, Sender wie Welt, Discovery Channel, Neo Geo oder Demax. Bei mir ist es auch so, ich nutze den Fernseher quasi auch so ein bisschen wie Radio. Das heißt, der läuft im Prinzip den ganzen Tag. Also jetzt zum Beispiel gerade nicht, wenn ich hier YouTube-Videos mache auch nicht. Also den ganzen Tag nicht. Aber abends oder so, auch wenn ich hier ein bisschen am Sauer machen bin oder sonst was. Der läuft immer nur, damit ich was um die Ohren habe. Weil Radio kann ich nicht mehr in der Birne haben. Da läuft sowieso den ganzen Tag das Gleiche. Und dann habe ich lieber von mir aus von morgens bis abends Big Bang Theory am Durchlaufen oder Tour in der Half-Man oder sonst was. Nur, damit ich was um die Ohren habe. Weil ich bin ja alleine. Niklo und Nabend, auch dabei. OLED oder QLED, Waldmann, ich habe einen OLED LG seit zwei Jahren. 55 Zoll. Sehr, sehr schönes Teil und ich möchte nie wieder ohne OLED. Nur, ich schaue gar keinen Fernseher mehr. Ich schaue einfach das, was ich will auf YouTube. Ja, mache ich ja auch. Also am meisten gucke ich tatsächlich YouTube. Es ist ja oft so, dass ich mir vornehme, eine Serie zu gucken. Klappt aber nicht. Weil dann bin ich auf der Couch am Rumlümmeln. Und dann, als erstes wird immer YouTube angemacht. Immer. Als erstes wird immer YouTube angemacht. So empfohlen, da durchgucken, was gibt es Neues. Und natürlich gibt es immer was Neues. Und dann bleibt man hängen oder so und dann muss man ins Bett. Oh, ich wollte auch noch eine Serie gucken. Die einzige Serie, die ich die letzten Wochen geguckt habe, war Cobra Kai. Die zwei Staffeln waren aber viel zu schnell zu Ende. Waren ja nur zehn Folgen pro Staffel. Fand ich ein bisschen wenig. Und plötzlich war die zehnte Folge der zweiten Staffel zu Ende. Und ich, äh, wie, äh, 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 war? Wie, wie, vorbei? Was ist jetzt los? Ich war völlig geschockt, ne? Ich fand die Serie zwar irgendwie sehr amüsant. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Super, super, hardcore, unrealistisch das Ganze. Und die Reaktion der Leute habe ich hin und vorne nicht verstanden. Also eigentlich habe ich die ganze Zeit nur so da gesessen. Wer denkt sich so ein Drehbuch aus? Wer denkt sich so ein Drehbuch aus? Fabi, vielen Dank. Vier Monate dabei. Hallo, Monti. Willkommen. Vielen Dank. Ne, so habe ich die ganze Zeit nur da gesessen. Aber irgendwie konnte ich von der Serie nicht lassen. Ich musste einfach die nächste Folge gucken. Aber das Drehbuch ist, oder die Drehbücher sind so schlecht von Cobra Kai. Das geht auf keine Kur. Habe aber super gute Bewertungen gekriegt. Überall im Internet, ne? Die Leute feiern die Serie, absolut. Aber ich feiere sie ja auch. Ich gucke sie gerne. Ich freue mich auf die dritte Staffel. Aber ich finde sie trotzdem irgendwie scheiße. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich finde sie scheiße, aber ich finde sie geil. Ist halt so. Die warten wohl auf Drogen, Caro, ne? Also dieser Daniel da, der ist ja der Typ aus Karate Kid damals. Also der ist so unsympathisch. Claude, vielen Dank für den Sub. Der ist so unsympathisch, weil der so unfassbar dumme und dämliche und übertriebene Entscheidungen trifft. Da denke ich mir nur mal, boah, ist der kacke. Obwohl das ja der Hauptdarsteller ist oder einer der Hauptdarsteller. Da denke ich mir, kann der nicht gehen? Ich finde den doof. Kann der nicht einfach gehen? Der ist so kacke. Hass lieber. Genau so ist es, Glütt. Aber ich freue mich auf die dritte Staffel. Aber das dauert wohl noch ein bisschen, bis sie kommt. Und dann sind es wieder nur 10 Folgen. 30 Minuten und es ist wieder so schnell vorbei. Ne, und sonst, ich hatte jetzt aber, was, hier, Narcos habe ich angefangen. Narcos habe ich angefangen. Gibt es ja schon ewig. Narcos ist ja schon uralt. Gibt es, glaube ich, drei Staffeln von. Ist sehr viel auf Spanisch wieder geredet, also mit Untertiteln. Aber finde ich geil. Also die ersten drei, vier, fünf Folgen von Narcos haben mir gefallen, muss ich sagen. Doch, fand ich ganz geil. Wenn ihr noch so ein paar Ideen habt oder so. Netflix oder Prime oder so ein paar gute Serien, realistische Serien. Also kein Science-Fiction, kein Zombie-Gedöns oder sowas. Einfach so Serien, die so in der heutigen Zeit, in der modernen Zeitleiter spielen. Und jetzt, oder okay, Narcos spielt jetzt zwar auch so in den 70er, 80er Jahren, klar. Aber allgemein liebe ich schon so aktuelle Serien. Blick Mirror habe ich schon 5000 Mal rauf und runter geguckt. Papa Schlumpf. Da kenne ich jede Folge in- und auswendig. The Blacklist. Könnte man auch mal reingucken. Black Sails habe ich angefangen. Oh, jetzt kommen natürlich viele. Chernobyl. Stimmt, Chernobyl hatte ich noch auf dem Schirm. Chernobyl, gibt es auf Prime oder wo läuft Chernobyl? Da wollte ich auch noch reingucken. Pumuckl, IMDFN20. Pumuckl ist auch so eine Hassliebe. Pumuckl ist eigentlich ganz geil und lustig. Aber trotzdem, die Stimme da von Hans Klarin, nach der Zeit geht die am Start noch ein bisschen auf den Senkel. Ne, Sky habe ich nicht. Ich interessiere mich nicht für Fußball, deswegen habe ich keinen Sky. Sonst reizt mich an Sky nix. Und ich glaube, Netflix, das dicke Abo habe ich ja für 4K mit allem drum und dran. Und Prime, das reicht. Also so irgendwie, keine Ahnung, wie viel sind das dann? Irgendwie 20, 30 Euro im Monat nur dafür. Dann hat man noch die blöden 18 Euro sind das, glaube ich, hier für die Öffentlich-Rechtlichen, die mit tierisch auf den Senkel gehen. Die kommen auch noch dazu. Das heißt, dann gibt es am Ende über 40 Euro im Monat nur für Fernsehen. Also nur für das aus. Das reicht, denke ich mal. Ich bin da nicht so großzügig. Jetzt, wenn Netflix und Prime teurer werden, dann, also, okay, Prime kostet ja eh nicht viel. Das geht ja, ne. Abo Prime, ne. Einmal so ein Prime wäre da, ne. Ein Account darf natürlich einmal im Monat bei mir abonnieren. Das ist durchaus erlaubt. Einmal im Monat habt ihr einen frei. Muss ich mal wieder loswerden, habe ich schon lange nicht mehr gesagt, ne. Das hat eigentlich jeder Twitch-Streamer. Ich habe vor kurzem so ein, so ein, so ein, ähm, ähm, Video gesehen, wo das schön zusammengeschnitten wurde von, von zig unterschiedlichen Twitch-Streamern. So immer, hey, Amazon Prime, Amazon Prime, Amazon Prime, guck bei Amazon Prime. Kannst abonnieren, Amazon Prime. Immer wieder, zack, zack, zack. Jeder Twitch-Streamer sagt das halt, ne. Ist ja auch eine ganz coole Sache. Ist ja auch eigentlich eine schöne Sache mit Amazon Prime, dass man einmal im Monat umsonst einen Sub dalassen kann. Ne, wie gesagt, nur wenn Netflix jetzt, äh, zum Beispiel 30 Euro kosten würde, weiß ich nicht, ob ich's hätte. Ich bin da zu geizig für. Ich bin, mein Vater richtet sich mal auf, weil ich so ein Geizknochen bin. Ich bin echt ein Geizhals. Ich bin echt ein Geizhals, ne, hier. Ich bin echt ein Geizhals, Leute. Ich bin wirklich geizig. Obwohl ich, hab ich ja schon tausendmal gesagt, ich geh nicht zum Aldi wegen der Preise, sondern, Dragon's World, vielen Dank für den Sub. Ähm, ich geh nicht zum Aldi wegen der Preise, sondern weil ich mich da auskenne. Aber trotzdem bin ich geizig. Und, ähm, egal, selbst wenn ich Millionär wäre, würde ich, äh, tatsächlich höchstwahrscheinlich Netflix für 30 Euro im Monat nicht nehmen. Weil mir ist so teuer es. Und der Sandril hat uns hab rausgegiftet hier. Vielen Dank. Und der Brax Maximus, viel Spaß damit. Moment, Quatsch, Sandril, ein? Alter, wie viel hat der denn jetzt rausgeballert? Zehn Stück hast du rausgeballert, Sandril? Und das, obwohl ich vorhin mit dir geschimpft habe, schon wieder übrigens. Äh, alter Schwede. Da kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank. Das ist ja mal ein Megasupport. Für diejenigen, die sich kein Prime-Abo leisten können. Danke, danke, danke. Zehn Subs ist... Das geht, das geht. Ne, und, ähm, ja. Ich wär zu geizig für Netflix für 30 Euro. Ist so. Obwohl das immer noch mehr wird. Müssen wir bedenken, was man mit Netflix so geboten kriegt, ne? Das ist ja schon eine Menge. Prime ist so eine Sache. Die haben ja nicht ganz so viel. Aber das ist schon cool. CDW muss öfter mit ihm schimpfen. Ja, Sandril. Ne, jetzt hast du sie selber... Äh, ja, jetzt hast du sie selber zu verschulden. Moment, ich mach die mal eben leiser. Mute-Alerts. Obwohl, wenn ich Mute drücke, dann werden die doch angezeigt. Werden sie aber nicht mehr laut. Haha, hab ich auch rausgefunden, wie das geht. Ähm, äh, ich wär einfach zu geizig dafür. Das ist einfach so bei mir drin. Deswegen würde ich auch nie ein Smartphone für 1000 Euro kaufen oder eine RTX 3090 für 1500 Euro. Wobei 1500 Euro, da ist man ja noch gut dabei. Ich hab heute das Video gemacht für morgen. Hab mir die Preise mal so angeguckt von den ganzen Custom-Karten. Da sind wir eben 1710 Euro für die EVGA. Wir werden da aufgerufen. 1710 Euro für eine Grafikkarte. Ja, wenn man's hat oder so, dann kann man das ja auch mal machen, ne. Ist ja überhaupt kein Problem, Leute. 1700 Euro für eine Grafikkarte. Wer kauft denn sowas? Ich meine ehrlich, wie krank ist das bitte? Es ist der blanke Wahnsinn. Äh, it's chaos. Seit du Streams geht bei Aldi die Flirt-Zero-Umsatz durch die Decke. Ja, äh, ist mir egal, weil ich krieg davon ja nix ab. So traurig ist es. Der Kl... Ah, ne, Klüt. Da haben wir mit Sanrel geschrieben hier. Kamal, Namen zusammen. Willkommen. Oh, was ist denn jetzt mit dem Chat los hier? Geht ja viel zu schnell. Apropos Chat. Ich hab's im letzten Stream vergessen zu sagen. Follower-Chat ist an. Ist, seh ich nicht tragisch, ne. Ich hab Follower-Chat im letzten Stream angemacht. Der bleibt auch an. Der wird auch nie wieder ausgestellt. Das heißt, ihr müsst mir schon folgen, wenn ihr schreiben wollt. Und ich denke, das ist wohl das kleinste Problem. Also, ein Abo-Chat werde ich erst anmachen. Ab einer gewissen Größe, denke ich mal. Und so groß werde ich höchstwahrscheinlich auch nie werden. Aber ein Follower-Chat sei mir bitte erlaubt. Bitte nicht böse sein, wenn es nur ein Follower-Chat gibt. So viel dazu. Genau, Follower kostet nämlich nichts. Und ein paar Follower abstauben kann ja auch für Monty mal nicht schaden. CDW Omenno. Abo-Chat. Nein, Abo-Chat mach ich nicht. So ein Quatsch. Mensch, guck doch mal, wie ruhig der oder wie vernünftig der Chat läuft. Die schreibt nicht übertrieben viel. Ist doch alles wunderbar. Ich kann vieles noch lesen. Follower-Chat, Slow-Modus und Abo-Chat. In der Reihenfolge, Noah, ne. Nein, Slow-Mode ist ja aus, ne. Glaube ich, Noah. Und Follower-Chat bleibt auf jeden Fall drin. Den stelle ich auf jeden Fall nicht aus. Bad Black Wolf. Verschrei es nicht, dass du nicht zu groß wirst. Das kann auch werden. Natürlich kann es werden, klar. Aber so muss man Glück haben. Und das kann natürlich, also jetzt so hier, so wie ich das im Moment mache, werde ich höchstwahrscheinlich keine, keine, was sagen wir mal, Follower auf Twitch sind ja zweitrangig. Reden wir mal von Abos. Ich habe im Moment um die 500 Abos, was ich schon echt geil finde. Das ist echt viel, Leute. 500 Abos habe ich. Das finde ich absolut krank. Aber ich werde jetzt sicherlich keiner sein, der so 5000 Abos im Monat macht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich diese Größe jemals erreichen werde. Mit diesem Format. Also so wie ich es im Moment mache, jetzt mit Laber und Technik und so, glaube ich nicht. Das wird nicht möglich sein. Aber mit Zocken ist natürlich eine Menge drin. Und ich werde ja dann also demnächst auf jeden Fall mehr zocken auch. Ja, ja, spätestens sobald Cyberpunk 2077 rauskommt, das werde ich ja zocken. Und wenn ich da Glück habe, diesen Hype mal so ein bisschen mitnehmen kann und damit viele Leute auf meinen Kanal kriege mit Cyberpunk und ein bisschen sympathisch rüberkomme und vernünftig labere, dann würde ich nie sagen, nö, ist nicht, wird nie passieren. So hat es Monte auch geschafft. Monte sagt ja selber, er hat zum richtigen Zeitpunkt angefangen. Naja, und so ist es. Du musst den richtigen Zeitpunkt erwischen. Und wenn ich beim richtigen Zeitpunkt dabei bin und dann Glück habe und ich dann überall empfohlen werde und angezeigt werde, dann kann es ganz schnell gehen und die Twitch-Geschichte kann riesengroß werden. Also ich behaupte jetzt mal nicht, dass ich so ein unsympathisches Gärchen bin, dass dann nicht viele Leute auf meinen Kanal kommen würden. Ich bin jetzt aber auch nicht so arrogant und würde sagen, jeder mag mich. Das ist übertrieben. Seht ihr morgen in meinem YouTube-Video auch wieder. Da gibt es hier dann richtig, richtig, richtig geilen Kommentar des Tages. Richtig, richtig geil, ne? Also der Kommentar des Tages, der hat mal wieder so richtig, so ein bisschen hat er mich wieder getriggert. Aber den könnt ihr euch morgen auf jeden Fall angucken. Noah mag mich, dass Noah mich mag, ne? Da bin ich sogar von überzeugt, auf jeden Fall. Ich glaube, Noah, wenn der mich mal live trifft oder so, der rammelt mein Bein. Entschuldigung, Noah, aber der muss jetzt raus. Ich glaube, der rammelt mein Bein. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Seht nochmal was. David Bauer. La 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 la. Na, Noah hat Humor. Also das muss man Noah lassen. Der hat auf jeden Fall Humor. Ich habe ihm schon so oft einen mitgegeben, so spaßhalber. Der hat immer drüber gelacht. Das finde ich gut. Die Vorstellung ist schön. Ne, Sandriel? Also ich würde mich ja nicht wehren. Nur ich möchte jetzt eigentlich YouTube auch unbedingt weitermachen. Also nicht, dass es so, bei Monte ist es ja im Prinzip auch so. Monte macht ja kein YouTube mehr. Alle paar Monate lädt er mal ein Video auf seinen Kanal hoch und den Rest machen, als seine Jungs da, diese Crew und wie die alle heißen, dafür hin. Ne, also so richtig YouTube macht er ja gar nicht mehr. Aufgrund der ganzen Twitch-Geschichte, dass das so durch die Decke gegangen ist. Und YouTube möchte ich nicht verlassen, weil YouTube hat im Prinzip auch dafür gesorgt, dass es auf Twitch im Moment so gut läuft. Ist so. Leute, 500 Abos. Ich bin fünf Monate dabei und habe 500 Abos. Das ist pervers. Es gibt Leute, die machen das jahrelang und haben keine 500 Abos. Gutes Beispiel ist eigentlich, der macht es ja schon deutlich länger und auch ein bisschen erfolgreicher als ich, die KuchenTV. Der hat über 100.000 hat der Follower zwar, aber der hat grob, ich würde mal so sagen, ja, doppelt so viele Zuschauer wie ich, würde ich sagen. Der hat, glaube ich, 800 Abos. Karajo! Unser VIP ist auch immer wieder da. Drei Monate ist er jetzt dabei. Dass Karajo mich hier supportet, finde ich ja immer mega, mega geil. Karajo, willkommen auf jeden Fall. Ich hoffe, dir geht es gut und deiner Frau auch. Schöne Grüße auch an Karajoline. Sehr geil, ne? Aber er hat ja, glaube ich, so 800 Abos, also er hat 300 mehr. Und das ist natürlich schon krass, dass ich relativ nah an KuchenTV dran bin, ne? Das ist schon mal eine Hausnummer. Ja, und dann, ich habe es auch schon ein paar Mal erwähnt, also gezockt wird auf jeden Fall demnächst mehr. Ich sage das in jedem Stream, ich weiß es. Und ja, jetzt ist Monty schon wieder heute am Labern, ne? Ist aber so, wird kommen, verspreche ich euch. Und dann halt die ganzen, die Reaction-Sache. Werde ich so ein bisschen aufbauen. Die Reaction-Sache hat auch zwei Gründe. Auch wieder, muss ich ja dann auch wieder auf KuchenTV zu sprechen kommen, weil er macht das ganz hervorragend. Er hat ein ganz hervorragendes Format, was ich mir so ein bisschen abgucken werde. Grüße an KuchenTV, falls er das mal irgendwie durch Zufall sehen sollte. Das mit den Reactions ist einfach eine supergeile Sache. Du hast zum einen Content für deine Twitch-Streams, das ist schon mal geil. Und du hast gleichzeitig sehr geilen und interessanten Content für deinen Zweitkanal. Weil der Zweitkanal, braucht man ja nicht drüber reden, mein Zweitkanal, der läuft wie Grütze. Ist jetzt auch keine Überraschung. Da lade ich einfach nur ganz stumpf meine Twitch-Streams hoch und das war's. Moment, der Karach hat gerade was geschrieben. Wenn der was schreibt, bin ich dabei, bin ich dabei, jawohl. Und der läuft wie Grütze. Und um den groß zu machen, dafür sind Reaction-Streams auf jeden Fall fantastisch. Dann kann man auf mehrere Videos reagieren. Die einzelnen Videos, also die einzelnen Reactions, die kann man dann schön auf den Kanal hochladen. Muss man sich noch nicht mal zu viel Mühe mit Thumbnails oder so geben. Hauptsache, da steht dann ein entsprechender Name oder worauf man reagiert. Und dann kriegt man den Kanal auch groß. Das heißt, es ist ein großer Vorteil gleichzeitig für Twitch, weil das Format interessant ist auf Twitch. Und deinen YouTube-Kanal kriegst du auch noch hoch und verdienst dadurch mehr Geld. Und finde ich eine geile Sache und auch schon deswegen werde ich Reactions mal machen. Und ich hoffe, dass ich so Copyright-mäßig keine Probleme kriege. Nur ihr habt ja recht, ihr habt es mir schon tausendmal gesagt. Ich habe mich ja erst vor Reactions ein bisschen gedrückt. Ihr habt selber gesagt, ja, es machen tausende Leute, machen Reactions. Warum soll Monty das nicht auch machen? Also ich, ich hasse die dritte Person eigentlich, aber ich sage es trotzdem immer wieder. Und deswegen werde ich auf jeden Fall damit anfangen. Wie gesagt, schickt mir gerne mal so ein paar interessante Videos. Auch gerne von kleineren YouTubern, weil die kann man ja auch mal so ein bisschen unterstützen, wenn die gut sind. Aber bitte, keine Grütz-Videos, keine Videos von euch, so damit ihr jetzt so ein bisschen mehr Reichweite kriegt. Bitte Videos mit Hand und Fuß, mit einem interessanten Thema, was irgendwie im weitesten, im entferntesten was mit Technik zu tun hat. Und sei es nur das Internet in Deutschland oder sonst was, gucken wir uns auf jeden Fall gerne mal gemeinsam an. Du bräuchtest nur ein Facecam-Rahmen. Nein, Noah, mach ich nicht. Warum? Nö. Wo ist das Problem? Warum brauche ich einen Facecam-Rahmen? Ich, ich, brauche ich nicht. Ich sehe den Sinn nicht. Warum brauche ich da einen schönen Rahmen drumherum? Was soll das denn bringen? Verstehe ich nicht, bist du, ich verstehe es nicht. Ehrlich nicht. Okay, Noah findet es, ne? Wie gesagt, die Meinungen sind unterschiedlich. Aber, ähm, für mich macht so ein Rahmen und so ein Gedöns. Natürlich kann man eben Rahmen basteln, das kriege ich sogar ich hin. Aber hier so ein Mega-Overlay macht keinen Sinn. Also das hier, was ich hier unten drinstehen habe, ne? Mit hier, äh, Top-Donation und Co. und so weiter. Der Sandrail steht übrigens hier vorne. Der Sandrail steht überall, sehe ich gerade. Der Sandrail steht links und der Sandrail steht rechts. Das hast du dir verdient, offensichtlich. Das ist schon das Höchste der Gefühle. Mehr will ich nicht machen. Das reicht. Ursprünglich wollte ich nicht mal das machen, ne? Also jetzt so ein Rahmen da drum und hier. Äh, nee, nein. Also ihr merkt schon, nein, nein, nein. Ihr braucht eine PS5-Grenz, bin ich mit Gordo. So ist das. So Gold mit Schnörkeln und so weiter, CDW, ne? Ne, aber, äh, auf jeden Fall, äh, man, natürlich ist mein Plan, äh, auf Twitch noch größer zu werden. Aber ganz ehrlich, wenn es nicht passiert, ist es nicht schlimm. Weil das, so wie das jetzt ist, ist es schon mega. Ich bin einfach hin und weg weiterhin. Äh, zum einen, weil ich damit tatsächlich schon überraschend viel Geld verdiene. Ne, der Stundendung im Gegensatz zu YouTube ist zwar ein Witz, aber trotzdem ist das schon mega, mega geil hier. Und es ist ja nun mal nur ein lang, nur ein lockeres Rumsitzen hier. Und ein Don't Give a Puck oder Puck ist auch jetzt, äh, Abonnent. Ich danke dir recht herzlich. Schön, dass du das gemacht hast. Ne, und es ist ja keine richtige Arbeit, die ich hier betreibe. Und damit verdient man dann auch, äh, ganz ordentlich Geld im Prinzip, ne? Andere würden sich im Monat darüber freuen, was man jetzt schon hier mit Twitch verdient. Ist so, ist so. Einige Kleinverdiener würden sich schon über die Einnahmen freuen. Ihr habt ja gesehen, so in einigen Streams, ne, da sind zwar, wie viele Streams hatten wir jetzt bisher mit Mega-Donations? Drei, glaube ich, ne? In drei Streams in meiner ganzen Laufbahn und in fünf Monaten gab es Streams mit absolut irrsinnigen Donations. Wo ich in einem Stream dann mal 600, 700 Euro verdient habe, ne? Ja, das, es gibt Leute, die freuen sich echt tierisch über 600, 700 Euro im Monat, ne? Ja, das ist schon krass. Achso, ich muss die, äh, äh, die Donations mal wieder laut machen, ne? Die hört man gar nicht, beziehungsweise nicht Donations, die, äh, die Subs auf jeden Fall. Für den Chat sind wenige Zuschauer cool. Das kommt noch dazu, Hoffi. Äh, das kommt auf jeden Fall dazu. Wenige Zuschauer sind auf jeden Fall deutlich angenehmer. Und eigentlich, seien wir mal ehrlich, da kann ich euch fragen, Community und, äh, mich eingeschlossen, ist das hier im Moment das angenehmste, was geht? Es geht nicht angenehmer. Das heißt, deutlich weniger wäre nicht so schön, weil man dann weniger mit dem Chat interagieren kann, da wird nicht so viel geschrieben. Deutlich mehr wäre halt auch ein Problem. Dann könnte man natürlich immer wirklich den Abo-Chat anmachen, wenn es zu viel wird, na, klar. Ähm, das bringt euch natürlich dazu, eher zu abonnieren, würde mir dann mehr Geld bringen, klar. Ähm, aber ich finde es so sehr schön mit dem Chat. Das macht tierischen Spaß mit euch im Moment. Auch wenn, ich finde es halt schade, wie gesagt, das ist jetzt ein zweischneidiges Schwert. Ich finde es geil, dass ich so viele treue Stammzuschauer hier habe, die ich jetzt gerade auch hier im Chatverlauf sehe. Das ist einfach der blanke Wahnsinn. Finde ich arschgeil, dass ihr immer wieder dabei seid. Trotzdem finde ich es schade, dass man im Moment relativ wenig neue Zuschauer sieht, ne. Das ist so eine Sache, ähm, ich würde gerne mal ein paar mehr neue Leute sehen. Ich weiß zwar, es kommen viele neue in meine Streams rein, aber ihr schreibt nicht. Schreibt doch mal, Leute, nicht nur gucken, was tun, packen wir eure Tastatur aus und beteiligt euch mal. Würde mich riesig freuen. Lerna Randa, bei Streamer mit um die 50 Zuschauern ist es am angenehmsten. Also ich finde es bei mir eigentlich geil. Also von meiner Seite her finde ich es echt perfekt. Klütte, sie macht sich 600 Euro Umsatz gemacht, Monty. Du meinst jetzt einen der Streams, oder was meinst du jetzt genau? Ne, also das war schon viel, ne. Karacholine, ist der Alter da? Das freut mich ja. Jetzt ist das Pärchen auf jeden Fall da. Aus Bayern, obwohl, ne, ich darf ja nicht Bayern sagen bei euch, ich weiß, ne. Ihr wohnt ja quasi im Norden von Bayern und die hören das nicht so gerne, wenn man sagt, ihr Bayern. Weiß ich noch ganz genau. Wäre irgendwie ganz cool. Ne, haben wir schon zigmal darüber gesprochen, wenn wir uns irgendwie mal wieder, äh, wenn wir mal zusammen zocken können oder was. Aber ich zocke ja schon seit Monaten kein Call of Duty mehr. Von daher wird das etwas schwierig. Und Karacho zumindest zockt auch kein Suchen und Zerstören. Ich hab den ja mal in der Freundesliste. Aber, äh, ich sehe immer, dass da was anderes zockt. Und ich zocke ja nur Suchen und Zerstören. Was anderes gibt es nicht. Genau, Karacholine schreit schon Franken. Die Franken mögen es nicht, wenn man Bayern zu ihnen sagt. Aber ihr gehört zum Bayern. Ich kann es doch nicht ändern. Ihr gehört nochmal dazu. Darksider 302. Moin, willkommen. Was schreibt Johnson Boy da? Johnson Bonzi ist auch am Stissle? Was? Was willst du mir damit sagen? Baloubert, mach ich doch. Ich bin auch neu. Dritte Mal dabei. Baloubert. Ich hab dich aber schon mal wahrgenommen und gesehen. Du schreibst. Du hast schon mal geschrieben. Oder hast du abonniert? Ne, Abonnent bist du nicht. Aber irgendwas hast du gemacht. Also Baloubert, äh, an deinen Namen kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Finde ich auf jeden Fall schön, dass sich da noch ein paar neue hier mal herantrauen. Der Rainer Hohn zum Beispiel. Hab ich auch noch nicht auf dem Chat gesehen. Oder noch gar nicht. Freistadt Bayern. Das ist auch nicht schlecht. Freistadt Bayern. Hervorragend. Und trotzdem, was ja auch viele jetzt die Schreiben natürlich bedenken müssen. Ich antworte natürlich nicht auf alles. Aber ich lese mehr als ihr denkt. Aber ich lese aber auch nicht alles. Das kommt natürlich schon dazu. Hoffi, bin ich neu? Ja, fast, ne? Hoffi, Hoffi. War Hoffi schon mal dabei? Ne, Hoffi kenne ich gar nicht. Hoffi ist neu. Damit meine Moin, das Monty Johns Boy. Achso, nochmal Johns Boy. Alles klar. Sido, hallo zusammen. Bin nicht neu. Höre aber nur meistens zu. Das finde ich auf jeden Fall schön, dass du mal schreibst, ne? Ich mag das einfach mal so ein paar neue Leute hier mit reinzubringen in die Community. Ihr könnt auch gerne in den Discord dann beitreten. Der Noah wird gleich sofort einen Link posten, wie ich ihn kenne. Und Anni, 19-Bits. Moin, wie geht's? Habt ihr euch einfach verpasst? Was gibt's Neues? Mir geht's super. Weil ich habe ein wunderschönes Wochenende vor mir mit schönem Wetter. Ihr allerdings auch. Und ja, ich hoffe, dir geht's auch gut. Danke für 19-Bits. Der Apple... Oh, der Apple-Benni. Rocky, wo bist du? Apple-Benni ist da. Grüße aus Schweinfurt, ihr Franken. Wo ist eigentlich Bielefeld, der Straßenpenner? 30 Kilometer von hier entfernt. Da ist Bielefeld. Da war... Wann war ich denn das letzte Mal in Bielefeld? Vor zwei Wochen oder so? Der Rico Del Monte. Vielen Dank für den Sub. Sehr freundlich. Oh, der Panzergym. Bielefeld gibt's nicht. Langweilig. Langweilig. Der Crazy P in Bielefeld ist hier. Okay, du kommst aus Bielefeld. Das finde ich schon mal sehr, 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 sehr geil. Von mir aus auf nur 25 Kilometer. Der Try-Fix-It. Das finde ich gut. Komm aus Münsterland. Das wird niemals langweilig. Doch, wird es. Das ist so öde. Gamer. Monty, welche Gegend willst du wissen? Gütersloh. Nicht direkt Gütersloh, aber Kreis-Gütersloh auf jeden Fall. Kalidor, was sagst du zum Chip-Anschlussverfahren? Was? Ach, Ausschlussverfahren. Zum Beispiel AMD, Intel, Nvidia. Die guten werden für OC-Karten CPUs verwendet. Ja, Kalidor, das ist normal. Das ist schon ewig so. Das ist einfach völlig normal. Chip-Binning nennt man das Ganze. Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen. Kennt ihr ja. Das ist einfach so. Die guten werden nicht nur für die OC, sondern auch für die tollen Karten verwendet. Ein gutes Beispiel sind jetzt zum Beispiel eine 3080 und 3070 von Nvidia. Weil beide nutzen den gleichen Chip. So, die 3080 kriegt die guten Chips, die auch funktionieren. Und die schlechten Chips, beziehungsweise die, die Teildefekt sind, kriegt die 3070. Weil die 3070 hat natürlich weniger Einheiten und die können dann entsprechend abgeschaltet werden. Und das ist einfach ganz normal. Einen Vollausbau gibt es so gut wie nie. Da ein Vollausbau halt relativ wenig Chips abwirft. Deswegen hat die 3090 ja auch ein ganz paar deaktivierte Einheiten. Und wenn entsprechend dann wieder mehr Chips anfallen, an defekten Chips. An Chips zum Beispiel für eine mögliche 3080 Ti. Dann wird es eine 3080 Ti geben. Das ist ganz normal und auch sinnvoll. Das Binding. Das ist einfach sinnvoll, Leute. Ist euch schon aufgefallen? Ich meine nur noch so. Ne? Wer hat da reingeguckt? Wer hat da reingeguckt? Ich meine nur noch so. Statt hier meinen berühmten Finger oder so. Das Binding muss sein. Weil sonst kannst du die Hälfte an Chips wegschmeißen. Wer will das denn? Also fast jeder Chip wird benutzt. Und das ist auch gut so. Sonst gäbe es zu viel Elektroschrotthofi. Genau so ist es nämlich. Ultra Plus als Paderborner muss ich leider sagen. Bielefeld gibt es wirklich. Ist auch so. Gaius Julius Verus hat 25 Euro da gelassen. Das ist ja der blanke Wahnsinn. Vielen Dank dafür. 25 Euro. Ihr oder du bist. Nein. Gaius Julius Verus. Ihr seid der blanke Wahnsinn. Und du weißt hoffentlich genau, wie ich das meine. Mega geil. Vielen, vielen Dank für unglaubliche 25 Euro. Der Straßenmänner, was sagst du eigentlich zum Preis der PS5? Haben wir vorhin schon alles bequatscht? Ne, ich möchte mich nicht wiederholen. Red Wolf ist auch da. Guten Abend. Haben wir vorhin alles bequatscht, die Preise. Möchten wir nicht nochmal machen. Ja, wie gesagt, beim Binding war er mal. Ich habe immer Binding gesagt früher. Binding. Binding heißt es aber. Und das wäre ja traurig, wenn es das nicht geben würde. Weil dann wäre ein Grafikkarten noch dazu viel, 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 viel teurer. Viel teurer schon. Schwanzus Longus, ne? Caro. Schwanzus Longus. Nein, hat er nicht gesagt. Hallo Monty. Sasch. Sedesh. Willkommen. Und Bad Black Wolf, jetzt kannst du dir ein Schnitzelmenü kaufen. Stimmt, 25 Euro. Boah, Bad Black Wolf, jetzt erzähl doch nichts von Schnitzelmenü. Da hätte ich jetzt Bock drauf. Aber das kostet nicht mal 25 Euro. Das kriegt man schon für 20 Euro. So am Schnitzeltag und so weiter gibt es das auch günstiger. Und ich liebe Schnitzel. Der Esle... Boah, ich kann den Namen nicht. Was heißt das? Esle... Le... Le... Gend. Ich hoffe, du akzeptierst, dass ich das nicht aussprechen kann. Bezüglich 3080 R zu großen Herstellern Asus Gigabyte MSI. Oder kann man auch getrost zu kleineren Herstellern wie Sotec, KV2 oder PNY greifen? Du kannst zu kleineren greifen. Ja. Die Sache ist einfach die, die großen Hersteller machen ganz tolle Hardware. Da sind wir und auch Sandriel, wir sind uns glaube ich einig, dass auch Gigabyte das macht. Das ist überhaupt keine Frage. Die großen Hersteller haben halt nur einen Vorteil in Anführungsstrichen. Die machen dann natürlich auch diese sehr teuren Grafikkarten mit ultra mega fetten gefühlt 5-Slot-Kühler und so weiter. Die dann aber auch ein unfassbar scheißiges Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Das heißt, die kosten unglaublich viel. EVGA ist ja jetzt aktuell das beste Beispiel mit seiner 1710 Euro Grafikkarte. Und es lohnt sich im Prinzip nicht. Wenn du zu viel Geld hast, kann man sich die kaufen. Aber allgemein bin ich ein ganz großer Fan der kleinen Hersteller wie KV2 und besonders PNY. Weil, 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 wo ist sie denn, wo ist sie denn, wo ist sie denn? Ich finde die geil. Ich finde die geil. Der Namorosho, vielen Dank für den Sub. PNY hat mir ja dieses gute Stück auch mal zugeschickt. Die 2070, super. Und das Ding gefällt mir auf jeden Fall gut. Die sind relativ günstig. Ein großer KV2-Fan bin ich auf jeden Fall auch immer. Habe ich ja auch schon mal verbaut und da gehabt. Sind auch viele geile Karten. Man darf sich natürlich nicht die absolute Mega-Kühlung bei den Dingern erwarten. Die kosten viel. Aber die Hardware ist gut. Und die Sache ist auch die, selbst irgendwelche unbekannten China-Hersteller könnt ihr eigentlich bedenkenlos zugreifen. Denn über alle Grafikkarten haben AMD und Nvidia ihre Hand. Das heißt, es wird kein Rotz gebaut. Nvidia und AMD haben gewisse Mindestvorgaben für die Hersteller. Die kriegen ja so Chippakete. Mit der GPU, mit dem Speicher und allem drum und dran. Die dann auf die entsprechenden Boards von denen gelötet werden können. Die kriegen ja zugeschickt. Und da hat Nvidia natürlich, die sagen dann natürlich, ich weiß nicht, was die genau sagen, aber die sagen, so, das, eure Boards, die müssen so und so Spannungsversorgung haben, die müssen die und die Güte des PCBs haben und so weiter. Du kriegst keine schlechte Grafikkarte. Es ist Fakt. Wenn ihr jeden unbekannten Hersteller, hier, gutes Beispiel. Bestes Beispiel überhaupt. Mynetz in 70T. iGame. Kennt fast keine Sau. Das wird fast nur in Asien verkauft. Es gibt so ein paar Shops oder so, ich habe da für damals Werbung gemacht, für GBES zum Beispiel. Die haben hier, kann man hier bestellen. Da kann man iGame Grafikkarten kaufen. Die Karten sind geil. Die Karten sind wirklich geil. Die sind teilweise, die Optik ist immer so eine Sache, wobei die 70T hier noch ziemlich gut aussieht, muss man sagen. Die ist wirklich auch für europäische Augen noch wirklich vertretbar. Die sieht wirklich gut aus. Aber teilweise haben die schon Optiken, die, ja, man merkt, es ist für Asien gemacht. Die sind hier für ein deutsches Auge auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Das ist der einzige Nachteil bei so asiatischen Karten, die sind optisch meist nicht ganz so schick. Aber kann man kaufen. Und ich bin einfach ein reiner Preisfetischist in der Hinsicht und ich kaufe tatsächlich immer das mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis. So eine Asus Strix, so schick ich die auch finde. Oder besonders EVGA-Karten machen mich optisch echt an. Oder die Gaming X von MSI. Ich finde die wirklich geil. Aber die Dinger sind mir einfach zu teuer. Ihr dürft mir die gerne, alle Hersteller, ihr dürft mir die gerne reinschicken zum Testen als Dauerlehrgabe. Wiesst du auf jeden Fall Bescheid. Ich werde die so oder so gut bewerten. Weil Fakt ist auch, die sind nun mal nicht schlecht. Die kann man nicht schlecht bewerten. Die Karten sind geil. Aber ich werde immer in jedem Review-Video zu solchen Karten dazu sagen, das Ding ist teuer. Das ist das, was mich so aufregt. Diese extrem über, ja, zu hohen Preise bei den Dingern. Weiß ich gar nicht. Hier, interessante Info. Der von Traffic-Sit, die PNY produziert doch alle Quadros, oder? Weiß ich nicht. Ist durchaus möglich. Weil Nvidia produziert seine Karten ja auch nicht selber, bekanntermaßen. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, wer die Founders-Editions jetzt produziert. Weiß ich überhaupt gar nicht. Null Ahnung. Der Hoffi schreibt, ja, damit meinst du das höchstwahrscheinlich. Morgen Muffel ist auch schon da. Guten Abend und Cookie lässt er da. Ein bisschen spät morgen Muffel, ne? Ein bisschen spät. Übrigens, morgen bin ich nicht muffelig, weil morgen ist ja Samstag. Kann man ein bisschen ausschlafen. Wobei ich um 9 Uhr aufstehen muss, ich habe um 9 Uhr einen Friseur-Termin. Meine Haare sind zwar nicht so lang, aber die Tage hat hier jemand gesagt, meine Haare wären komisch, ne? In den Kommentaren und deswegen muss ich zum Friseur. Nein. Ich liebe diese mega kurzer Frisur. Ich finde, das ist alles schon zu lang. Ich sehe absolut kacke aus. Deswegen fahre ich morgen zum Friseur und dann werde ich mich Sonntag im Stream mit frisch polierten Haaren auf jeden Fall wieder erleben. Der Hoffi muss morgen arbeiten. Arme Sau, Hoffi. Arme Sau. Der Pro-Gamer, deine Haare passen doch. Ne, ich habe lieber Haare immer rappelkurs. Am liebsten würde ich mir nur noch mit dem Rasierer immer den hier machen, nur das sieht auch kacke aus. Das heißt, ich brauche schon deswegen eine Freundin, damit die mir immer die Haare kurz macht. Damit ich nicht immer zum Friseur muss. Aber ich gehe, nein, das wäre jetzt übertrieben. Also ich gehe zwar nicht gerne zum Friseur, aber mein Friseur ist ganz cool, mit dem kann ich immer ganz gut labern. Auch mit seiner Friseurin, die ab und zu mal da ist. Das macht schon immer Spaß da. Die sind auf jeden Fall ganz nett. Deine Haare passen doch, siehst top aus. Vielen, vielen Dank. Vivi, natürlich kommen neue Farbe rein. Ist doch klar, das Grau kommt ja auch schon wieder ein bisschen durch. Ist ja kein Geheimnis, dass ich meine Haare immer bunt mache. Der Karacho, habe ich schon gesehen, du hast bald keine Haare mehr. Du kannst ja auf jeden Fall den Friseur schon komplett sparen. Aber Karacholine macht den Rest dann. Bei dir kann man schon mit der Maschine drüber gehen. Das Glück habe ich ja. Mein Vater, der hatte in meinem Alter hatte der schon fast keine Haare mehr. Aber man kommt ja immer nach dem Opa. Mein Opa hatte aber auch immer relativ früh schon eine Glatze. Und ich, ja, ich nicht. Dafür habe ich aber schon sau früh graue Haare gehabt. Das liegt bei uns in der Familie. Warum sind väterlicherseits alle mit 20, 25 schon graue Haare? Also ich rede jetzt nicht von einem grauen Haar. Ich rede von grauen Haaren. Also richtig grau. Mit 20, 25. Als Mann ist das ja noch zu ertragen. Aber Frauen tun mir da eigentlich immer so ein bisschen leid. Meine Tante, die auch schon, die hat mit 20 den komplett weißen Kopf gehabt. Meine Cousinen, ich habe nur Cousinen, Leute. Ich habe keinen Cousin. Ist das nicht traurig? Aufgewachsen unter Frauen. Ich habe nur Cousinen. Ist das nicht schrecklich? Und meine Cousinen da von der Tante oder so, die sind auch schon seit 20. Sind die, sind die, also Mitte 20 würde ich sagen, weiß auf dem Kopf. Ich auch. Und deswegen färbe ich auch schon mein ganzes Leben nach meiner Haare. Werd damit wohl nie aufhören. Old Man Gru, Bad Black Wolf. So ist es. Mit orangen Haaren wärst du der Rezo in der Tech-Szene? Ja, aber Rezo ist noch ein Tag jünger, dem steht das noch ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob mir wirklich orange Haare stehen würden. Ich glaube nicht. Ich bin ja auch Barträger, den müsste ich dann auch orange machen. Nee, ich glaube nicht. Aber das Blau von Rezo ist schon ein Markenzeichen. Das hat er schon ganz cool gemacht, muss man sagen. Rezo ist ja sowieso ein sehr sympathisches Kärlchen, obwohl ich ihn nicht verfolge. Da habe ich nur mit dieser Artikel 13 Debatte, da habe ich ein bisschen was mitbekommen. Glatze wird über Mutter vererbt, Rainer Hohn, aber meine Mutter, ja, aber Frauen haben doch, in der Regel kriegen die auch keine Glatze. Also wüsste ich nicht, ist mir irgendwie neu. Und nochmal, damit hier, apropos orange Haare, nochmal, ich muss es immer wieder sagen, die Leute kapieren es nicht zur Klarstellung. Ich habe es schon ein paar Mal im Stream gesagt. Orange Haare gibt es erst bei 200.000 Abos in diesem Jahr oder 100.000 Abos im letzten Jahr. Ich habe niemals, niemals nie gesagt, bei 100.000 Abos gibt es orange Haare. Nie. Guten Abend an alle, der Beat Creek ist auch dabei. Willkommen. Willkommen. Apropos, 100.000 Abonnenten. Heute habe ich es getan. Ich habe heute meinen Playbutton bestellt. Jawohl. Ich habe den Code nämlich bekommen, den musste ich mir allerdings extra nur anfordern. Das ist auf meiner YouTube Hauptseite, ist ja nicht aufgetaucht, traurigerweise. Dann habe ich YouTube angeschrieben und die haben meinen Code geschickt. So geil ist das. Und in zwei, drei Wochen dürfte er da sein. Und dann muss ich ja zwangsweise meinen 100.000 Abos Spezial mal fertig machen. Noch dauert es ein bisschen. Und Kumpelkiss ist auch da. Willkommen. Wir brauchen einmal orange Haare von Monty, auch wenn es nur für einen Stream ist. Lerner Glander. Ja, dann muss ich aber irgendwie mit so Theatergeschichten oder so nachhelfen. Dass ich mir die Orangen, die Haare mal orange mache. Oder ich nehme einfach eine orange Kappe. Ich habe mir jetzt übrigens eine orange Jacke bestellt. Eine richtig orange Jacke. Jawohl. Voll orange. Ich hatte zwar schon mal eine orange-schwarze Jacke, aber die ist wirklich komplett orange. Ich habe die bestellt. Eigentlich wollte ich die in Grau bestellen. Und dann sagte die nette Dame aus meiner ehemaligen Firma, ihr könnt euch jetzt schon ahnen, worum es da vielleicht teilweise ging, hat mir so gezeigt, welche Auswahl es so gibt. Und dann, oh, auch orange. Dann nehme ich doch die in orange. Ich bin mal gespannt, wie die aussieht. Mon Monty, kann gar nichts. Willkommen. Monmove Perücke. Extra so eine Clowns-Perücke bestellen. Oder was soll ich machen? Hoffi, steht ihr bestimmt. natürlich. Und der Slytherking ist auch da. Hallo. Willkommen. Von Trifix Nummer 100. Herzlichen Glückwunsch zu den 100.000. Ich danke dir recht herzlich. Der Kalidor. Warum eigentlich orange? Ist das deine Lieblingsfarbe? Ja, genau so ist es. Und diese Farbe nervt meine ganze Umwelt teilweise massiv. Orange nervt ganz viele auch. Ich lese ja oft in den Kommentaren, dass den orange nicht so liegt, ne? Dass denen das auf den Sack geht. und ein paar Ex-Freundinnen mögen das auch nicht unbedingt so, ne? Und ja, orange kommt nicht bei allen so gut an, aber trotzdem werde ich das nie ändern. Ist einfach geil. Lolli Gamer ist auch wieder da. Schön. Ne, Warnweste ist natürlich nicht Talion. Warnweste nicht. Aber so orange ist schon eine geile Farbe, muss man einfach so sagen. Hier. Ich habe mir übrigens auch, ne? Da ist der alte Challenger. Da ist der neue Challenger. Ich war nämlich auf der Streetmax-Show in Hannover letztes Wochenende und da habe ich den gekauft. Ey, guck mal, wie gut die, wie gut jetzt die, ne, jetzt nicht mehr. Jetzt wollte ich gerade meinen Autofokus loben und jetzt funktioniert er nicht mehr richtig. Jetzt geht er nicht mehr zurück. Die Autos hat er jetzt ganz schnell scharf gemacht. Jetzt auch nicht. Ach man, dafür ist die Panasonic GA5 bekannt für ihren beschissenen Autofokus. Okay, jetzt ist aber schön, ne? Schön ist hier 2008, 8er Modell Dodge Challenger ein Hemi-Orange. So, jetzt klappt es mit dem Fokus auf jeden Fall wieder. Bei mir sind die Rottöne halb rot. Der Nintendo ist ja auch da. Dich habe ich gar nicht gesehen. Wie lange bist du denn schon da? Ich rede übrigens schon wieder laut. Und wisst ihr was? Das Nichttrinken hat ein bisschen geholfen mit meiner Stimme. Weil sonst wäre ich, glaube ich, schon wieder offline. Aber jetzt funktioniert es einigermaßen gut, ne? Monty braucht halt mal eine Ansage, die etwas lauter ist. Worum geht's? Noa, worum geht's? Ne, Klüt meint's. War doch Absicht, Absicht. Was hat er denn in der Klüt geschrieben? Ich weiß gar nicht, worum es jetzt geht. Was ist lauter? Hä? Achso, Noa hat gesagt, Kipps bitte ausstellen. Klüt 87, wir erwarten dich am Sonntag mit orangen Haaren zu sehen. Hm. Erwarten darfst du viel. Also ich erwarte auch so einiges von diversen Leuten, das wird aber auch nie passieren. Nein, keine orangen Haare, im Leben nicht. Sagen Sie, ist Kohlensäure auch so gut für die Stimmbänder? Weiß ich gar nicht. Hat Kohlensäure negative Auswirkungen darauf? Kann ich gar nicht mal so sagen. Ghetto ist dein privates Auto auch orange? Ja, aber darüber scheiden sich die Geister. Eine Freundin von mir schimpft immer mit mir, das ist kein orange, das ist rot. Das ist kein orange. Also offiziell ist es orange, ich finde es ist orange, aber es ist ein sehr rötliches orange. Mein altes Auto war ja foliert, das war orange-schwarz foliert, also so richtig orange, so richtig knallorange. Habe ich den Farbton gerade so hier? Hier, so wie Sandril hier im Chat ist. Sonnenorange ist das. Sandril passt, schon so mit seinem orange. So war mein Auto mal foliert. Und der neue, der ist jetzt auch orange, aber halt so mehr rötlich. Ist einfach so. Der Joe, der weiß es auf jeden Fall. Der Joe hat ihn nämlich schon gesehen. Klar ist das orange, sagt der Joe. Und ja, ich sage auch, es ist orange, aber so im Dunkeln sieht es rot aus. Wenn die Sonne richtig draufknallt, ist es ganz klar orange. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Und ich finde es immer so lustig mit einer Freundin von mir, mit der schreibe ich unheimlich viel mit WhatsApp, so das macht mit ihr wahnsinnig viel Spaß. Und die ärgert mich immer, weil die wohnt hier direkt um die Ecke und läuft hier mal am Hof dann vorbei, wenn der Wagen mal da steht oder so. Ich bin hier schon tausendmal dran vorbeigelaufen. Der ist immer noch rot. Die verstehe das nicht. Also einige sagen halt, der ist rot. Ist so. Ich sage das orange. Der Berliner ist auch da. Na, nabend, willkommen. Für mich ist das auch nur ein sehr dunkles Orange, Sandril. Du meinst jetzt deinen Namen hier oder was meinst du? Weil mein Auto kennst du nicht. Da bin ich ziemlich fest von überzeugt. So, mein Auto kennt in diesem Stream eigentlich nur der Joe. Sonst keiner. Karajo ne, Karajo dürftest du auch nicht mitgekriegt haben. Irgendwie auf Facebook oder was. Karajo, du folgst mir nur auf Facebook. Ich habe mein Auto eigentlich noch nirgendwo irgendwie geleakt. Noch nirgendwo. Sandril, ich bin sicher, dass du das nicht kennst. Also mein altes vielleicht, weil mein altes, wer wirklich, wer wirklich sucht, also wer wirklich sucht, ihr braucht meinen echten Namen gar nicht kennen, wer wirklich sucht und Google misshandelt mit der Suche nach das Monty, findet mein altes Auto tatsächlich. Und das ist tatsächlich in Verbindung mit meinem Namen und in einem Video. Ihr könnt, sucht vor mir aus. Habe ich jetzt keine Bauchschmerzen mit? Ihr könnt gerne suchen, weil ich in dem Video ja drin bin. Ist einfach so, ne. Der kann was finden. Mein neues Auto, ne. Ne. Nicht auf Insta, nirgendwo. Also es gibt, das gibt es sicherlich im Internet, ja. Gibt es auf jeden Fall. Aber nicht in Verbindung in irgendeiner Art und Weise mit meinem Namen. Nicht mal mit meiner Adresse oder sonstigen. Das heißt, Sandril kann mein neues Auto nicht kennen. Sandril kennt ja meinen echten Namen, das hat er ja die Tage noch geschrieben. Ich habe deine Nachricht ja gesehen. Ist ja auch übrigens, Sandril ist kein Geheimnis, dass man den Namen da sieht. Das weiß ja jeder. Das ist auch nicht zu ändern. Ne, aber das Auto wirst du nicht kennen. Monty Gomery Burns, so ist es, ne. Monty Gomery Burns. Klötzig macht sich, mit was warst du eigentlich in Berlin bei Case King? Mit der Bahn. Mit dem ICE. Mit dem ICE. Der, der, Roman, der war ja mit seinem GTR da. Ne, und als Roman, als ich mit Roman so über Autos gequatscht habe, dachte ich, oh scheiße, ich hätte auch mit meinem kommen müssen. Aber ICE-Fahrt war relativ entspannt. Zweieinhalb Stunden hier von Gütersloh nach Berlin beziehungsweise von Bielefeld. Das war schon sehr, sehr, sehr entspannt, muss ich sagen. Wobei auf der Rückfahrt, ne, stimmt, auf der Rückfahrt, habe ich euch die Geschichte schon mal erzählt. Die Rückfahrt von Berlin, von Case King, hier mit dem ICE. Boah, war das kacke. Das war so scheiße. Eigentlich, wenn ich das jetzt so erzähle, wie ich es erzähle, dann ist das eigentlich ein feuchter Traum eines Mannes. Eines heterosexuellen Mannes. Ist das ein feuchter Traum, der mit da passiert ist? Aber es war unfassbar nervig. Ich, ich besitze, oder ich komme in die ICE rein, ich setze mich da hin, auf meinen vorgefertigten Platz. Ne, du hast ja Platzgarten da. Setze mich da hin. Und ich hasse ja übrigens Tischplätze. Weil da guckt man ja immer jemanden so in die Fresse. Ich hasse das, ne. Habe ich aber einen Tischplatz bekommen. Leider, obwohl der ja eigentlich teurer ist. Habe ich den bekommen. Ey, Nabo Ruschko, Gütersloh, ey, schöne Grüße aus Gütersloh. Ey, schönen Gruß aus dem Nachbarort. Kreis Gütersloh auf jeden Fall. Freut mich ja. Und, und ja, dann, was passiert dann? Ich sitze da noch ziemlich alleine im Abteil. Und dann wird es laut. Dann kommt eine riesen Truppe an holländischen, jungen Mädels da rein. Junge, hübsche, holländische Mädels. Ich mag ja eh Holländer, ne, und Holländerinnen, ne. Also ich mag ja das Volk unheimlich gerne. Ein paar Jungs sind auch dabei, auch ein paar Holländer, aber fast nur junge, holländische, attraktive, hübsche Mädels. Und alle, natürlich auf holländisch. Ich verstehe fast kein Wort, ne. Die kommen dann alle da rein. Ich sage, nein, wo kommen die denn alle her? Im ersten Moment guckt man sich die an. Ich sage, okay, zumindest zum Gucken hat man ein bisschen was, ne. Und dann hinterher setzen sich auch noch zwei direkt vor mir. Und das mag ich ja gar nicht, ne. Ich mag das nicht. Zweieinhalb Stunden guckst du, egal wie hübsch die jetzt war, ich weiß auch nicht mehr, ob die hübsch war oder nicht, ne. Egal wie die aussah, du guckst die ganze Zeit in ein Gesicht. Ich hasse Tischplätze mit diesen Gegenüberplätzen. Ich hasse das. Ich kann das nicht haben. Ne. Und es wird dann so voll. Die labern und labern und labern. Und dann, ich habe dann nach einer halben Stunde gesagt, ich muss hier weg. Das geht gar nicht, ne. Und bin dann, habe dann so einen freien Platz davor genommen, aber trotzdem, das war so laut, auch hinter mir überall, ne. Die waren so viel am reden. Ich fand die alle echt sehr sympathisch und so. Und ich habe auch nicht geschimpft oder was. Aber ich musste da einfach weg. Gehen gar nicht. Die Rückfahrt war wirklich unfassbar nervig. Trotz des eigentlich, ne, wenn man es so erzählt, feuchten Traumes. Überall hübsche junge Holländerin. Was gibt es eigentlich Schöneres, ne. Die restliche Fahrt auf der Tolle Taufi. Nein. Musste man einfach durch. Ich war froh, dass ich nach zweieinhalb Stunden aussteigen konnte. Warum hast du deine Maske auf? Fetzen Fisch. Wie? Was? Hä? Was ist los? Wieso Maske? Was ist denn hier los? Der Berliner. Ich bin leider sehr enttäuscht von Case King. Wollte in mein bestehendes System ein Komplett Wasserkühlung einbauen. Lassen aber keine fertige... Moment. Du schreibst das so komisch. Lassen aber keine fertige Warküh. Und die sagen, machen sie nicht, müsste ich das Komplettsystem bei denen kaufen. Ja. Das meinst du? Karao, 50 Bits heute. Karao raus. Musst du doch gar nicht. Du bist doch sowieso ein wichtiger Mann hier. Vielen Dank. Ich muss nochmal lesen, Berliner. Von Case King wollte in mein bestehendes System ein Komplett Wasserkühlung einbauen lassen. Ach so. Okay. Komm, wir können Leben retten. Das ist zur Info. Also keine fertige Wasserkühlung, sondern ein bestehendes System und Wasserkühlung, das machen die nicht. Ich kann es verstehen, Berliner. Also sei nicht zu enttäuscht. Ich kriege von Case King dafür kein Geld, aber ich kann das schon verstehen. Case King als Case King, die wollen halt wirklich Komplettsysteme verkaufen hauptsächlich und dass die das nicht zwangsweise machen, das macht aber keiner. Das wird ein Mindfactory, glaube ich, auch nicht machen, dass die da eine Wasserkühlung reinbauen. Kann ich mir nicht vorstellen. Das macht wirklich keiner. Das ist zu aufwendig. Die haben auch keine vorgefertigten Preise für. Also da muss ich Case King so ein bisschen in Schutz nehmen. Ich kann das verstehen. Ja du, wenn du so in so einem Laden mal arbeiten würdest und die ganze Kalkulation und so kennen würdest, dann geht das teilweise auch gar nicht. Da müssen die so irrsinnige Preise nehmen, dass die dann auch wieder für blöd gehalten werden. Also tut mir leid, ich kann Case King da durchaus verstehen. Und das trotz, dass Tom heute nicht dabei ist. Mal wieder. Tom geht mir fremd. Der Joe, dann hätte Roman wenigstens mal ein anständiges Auto gesehen. Nicht so ein Japan-Teil. Hey Moment Joe, ruhig, ruhig, ruhig. GT-R nur ein leckeres Autochen. Finde ich geil. Ich liebe GT-R. Unter anderem, weil der geil aussieht, weil der einen geilen Motor hat und auch weil der selten ist. Ich stehe auf seltene Autos. Muss man einfach so sagen. Noah, Tom streamt gerade selber, das weiß ich doch natürlich. So Nintendo, kann nicht der Tom, also ja kann nicht der Tom selber gerade streamen. Alles klar. Japan-Karren sind geil fetzenfisch. Also GT-R, Nissan, geiles Auto. Einfach mega geiles Auto. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Also wäre, tatsächlich wäre die zweite Wahl gewesen. Aber ist natürlich auch ein ganz schön teurer Spaß so ein GT-R. Das muss man dazu sagen. Vor allem nicht nur teuer in der Anschaffung, sondern auch teuer, wenn was kaputt ist. Das hat Roma mir nämlich erzählt. Die Teile kosten immens viel Geld für so ein GT-R. Das kannst du nicht bezahlen. Ja, Tommi, welcher GT-R, der mit dem RB-Dit absoluter Sahne-Motor. Ich meine jetzt einen ganz normalen Nissan GT-R. Also den R34, ne? Ne, R5, ne, R5, ich bin, ich habe gerade ein Brett vor dem Kopf. R4, ne, E34, ne? Der aktuelle. Das aktuelle Modell auf jeden Fall. Muss kein Nismo sein, aber ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Auto. R35, ne? Ich komme immer durcheinander. Eigentlich weiß ich das. Wegen R32, ich denke immer zwei Stufen drauf, so R34. Ich weiß nicht, wieso ich darauf komme. Ich weiß es. R35, das aktuelle Modell. Finde ich Sahne-mäßig geil. Von vorne nicht ganz so schön wie von hinten, aber auf jeden Fall ein sehr schickes Auto. Joe, nur 15, 30, jetzige 100 Mal besser, finde ich, ne? Finde ich auch besser, aber lassen Sie nicht zu viel drüber reden, weil ich will ja nicht drüber reden, ne? Aber ich bin mal gespannt, ob jemand meinen alten findet. Joe, ich muss dir meinen alten auch mal schicken, oder habe ich den schon geschickt? Habe ich noch gar nicht, ne? Meinen alten hast du, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Gary, Pix, Cry, Mutti. Ich weiß jetzt übrigens, wie du aussiehst. Du hast ein Foto in deinem Profil. Ich weiß, wie Gary Pix, Cry aussieht. Das freut mich. Ja, Roman hat ein R35, klar. Roman hat ja mit dem Reparaturbedarf seines Autos auch viel Erfahrung. So ist es, Klütt, ne? Und das ist so teuer. Also was ein R35 kostet, das ist ja unnormal krank. Also an Reparatursachen jetzt. R35 sieht auch geil aus. Keiler, nicht Golf. Nicht mag, also die alten GTRs mag ich nicht, Tobi. Ist nicht meins. Ist nicht meins. Puhnrad, Puhnrad, du auch hier. Unglaublich. Willkommen. Autofahrer zum Mechaniker, kontrollieren Sie doch bitte noch die Reifen. Mechaniker 1, 2, 3, 4, alle da. Ja, ist was dran, ne? Mechaniker, Reifen kontrollieren, das interessiert dich, glaube ich, nicht großartig. Joe, ich habe ihn mal gefunden, aber da war er noch schwarz. In Orange kenne ich ihn nicht. Hm. Joe, du hast ihn in schwarz gefunden? Hä? Wie geht das denn? Mein altes Auto, ja, das habe ich schon verstanden, aber in schwarz? Der war ja schwarz, aber nur in Verbindung jetzt mit dem, was wir so besprochen haben, oder hast du den so mal gefunden? Weil so in schwarz findest du den normalerweise nicht in Bezug zu meinem Namen. Ne, eigentlich nicht. Also eigentlich nur foliert. Ne, aber ist ja auch egal, wenn das so ist, dann ist das doch. Ja, da musst du mir mal erklären, wie und wo. Weil ich weiß nicht, ob ich mit dir darüber geschrieben habe oder mit einem anderen, ich meine mit jemandem, habe ich schon mal drüber geschrieben. Wer wartet, wie er hoffentlich belohnt, mit mehr Leistung, mit bessere Effizienz pro Euro, Morgenmuffel, schreibt der Sächtisch. Das könnte übrigens höchstwahrscheinlich wirklich passieren. Also warten könnte sich eventuell bei den Grafikkarten lohnen. Moin in die Runde, der Bullsman66, guten Tag. Ich wollte schon guten Morgen sagen. Willkommen in diesem schönen, gemütlichen Freitagabend-Stream mit einigermaßen noch funktionierender Stimme. Und Max heißt auch da nabend. Ich muss jetzt was trinken. Ich hab Durst. Ich muss was trinken. Erstmal in der unschuldigen FWL Zero hier den Kopf abreißen. Hört ihr das? Hört man das? Weiß ich gar nicht. Hört man das so ein bisschen? Moin Meister, Hey Gaming, YouTube, willkommen. Trink so viel du willst, solange du weiter streamst. Ja, aber das Nicht-Trinken hat tatsächlich geholfen. Okay, man hört das. Wieder ASMR hier. Ich weiß nicht, wie sich das gerade anhört. Keine Ahnung. Klötzig macht sich das. Das glaube ich nicht. Was meinst du? Balubeer. Brauch aber gestern ein... Was braucht aber gestern eine? Also 3080. Jetzt kaufen. Bin ich mir nicht so sicher. Ja, gucken, was die höchstwahrscheinlich eine 3080 mit mehr Speicher oder 3080T oder so kostet. Also es kann sein, außer 3090-Käufer, die werden sich nie ärgern, weil eine stärkere Karte wird höchstwahrscheinlich nicht kommen. Aber alle darunter könnte eventuell sein, dass sie sich ärgern werden, weil dann eventuell eine Karte für 100 Euro mehr kommt, die ein bisschen mehr Leistung hat. Der Eskalations-Rabbit ist ja auch da und haut mal ein paar Flirt-Zero hier in den Chat rein. Lasst es euch schmecken. Die erste Generation Raytracing-Karten von AMD erwartet nicht zu viel. Ja, Raytracing bei AMD Klötzig macht sich ist doch so eine Sache. Sonst, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass ich von den AMD-Karten genau das erwarte, was da kommen wird. So arrogant bin ich jetzt. 3080 Niveau maximal. Raytracing ist so eine Sache, ganz schwierig einzuschätzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass AMD die Raytracing-Power von Nvidia-Karten schaffen wird. Kann ich nicht. Es besteht ja eventuell eine Möglichkeit, dass AMD eine etwas andere Technik nutzt. So, jetzt geht es los hier. Ich habe was getrunken. Dass AMD eine etwas andere Technik nutzt und dass Raytracing vielleicht ganz anders verwurstelt. Ich weiß nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Aber ich glaube nicht, dass AMD Raytracing-mäßig so jetzt in der ersten Generation richtig was reißen wird. Aber es kommt Raytracing. Das ist erstmal das Wichtigste überhaupt. Der Berliner, was soll denn die 3090 kosten? Ist das bekannt? Ja, ist schon. Berliner hast du an meines Streams nicht geguckt. 1.499 Euro in der Faunus Edition. Also nicht ganz so günstig, aber dafür mit 24 GB VRAM. Und ja, die Custom-Modelle gehen auch mal über die 1.700 Euro. Also wer es hat, darf natürlich gerne zuschlagen. Wer es nicht hat, nicht. Und wer es hat und nicht zuschlägt, der kann das natürlich gerne als Tornation bei mir lassen, wenn er Bock hat. Die TUF, die ist sogar noch teurer. 1.810 Euro, Hofi. TUF, TUF, TUF. Die habe ich noch gar nicht geguckt, muss ich sagen. Wahnsinn. Die werden auch kein viel besseres Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Das sowieso nicht. Na oben in das PL-Verhältnis wird ja immer schlechter. Wobei das jetzt mit der 3080 noch Ups, da ist mir die leere Pulle umgefallen. Diese hier. Die noch Ripper hieß. Das Preis-Leistungs-Verhältnis bei der 3080 finde ich trotzdem noch überraschend gut, muss ich sagen. Red Freak, Moin, Moin, willkommen. Was lässt du denn da hier für nette Emojis mit der letzten Dame raus? Ähm, TUF, Noah, was ist hier los? Die Leistungsklassen werden schlechter und die Preise teurer. Das ist so, das war immer schon so, Tobi, ne? Das war immer schon so. Tschüss, Achterbahn-Fanatiker, mach's gut. Viel Spaß weiter auf der Achterbahn. Der Berliner nochmal. Wie gesagt, ich bin erst vor acht Monaten die 2080T gekauft und ärgere mich mega. Bin am Überlegen, mir deine 3090 zu holen, da ich die 2080T schon voll ausreize. Aber nochmal, Berliner, ich hab's im letzten Stream schon erzählt, jemand anders. Vor acht Monaten hast du eine 2080T geholt. Da ärgert man sich doch nicht. Du hast doch acht Monate mit der 2080T verbracht. Das ist eine ganz normale Zeit für eine Grafikkarte. Naja, also nicht ärgern, um Gottes Willen. Ne, mit Gott hab ich nichts am Hut. Und ich sag immer, ich versuch immer Gottes Willen eigentlich so zu unterlassen, weil ich ja nicht gläubig bin. Aber ab und zu rutscht das dann ein Dummer raus. Aber acht Monate sind in Ordnung. Klötzig macht sich war auf einen D6000 bezogen, das Monty. Im Vergleich zu 3070 und 3080. Achso, das wusste ich jetzt nicht. Hey Gaming, kennst du noch die Nvidia GeForce 4800GS? Ja, die kenn ich alle noch. Ich hatte eine 4600, glaube ich. Ne, TI, was war das für eine? Wie hieß die denn? 4600, irgendwie was, ne? Doch, da hieß sie einfach nur 4600. Die hatte ich ja, das war damals ja der Preis-Leistungsknaller. Hallo, Kader ist auch wieder da. Willkommen. Ihr ahnt es, ne? Ihr ahnt es schon. Ihr ahnt es schon. Oder TI 4600 oder irgendwie sowas war das, glaube ich, ne? Ich glaube, die ist sogar noch im Keller. Nur mal schon traurig, ein Smiley. Ich glaube, die habe ich sogar noch im Keller, die Karte. Oder ist sie, oder wo habe ich die gelassen? Weil damals mal habe ich es ja immer so gemacht, ne? Als ich noch keinen YouTube hatte. Ich habe ja immer, alle Nase lang habe ich ja für andere Leute PCs zusammengebaut. Die haben dann meine alten Sachen gekriegt und ich habe mir dann was Neues gekauft, so wie man es halt macht. Und deswegen, die 4600 habe ich glaube ich gar nicht mehr. Aber so einige habe ich noch. Fun Club ist auch wieder da. Servus, Monty. Legende, was geht. Genau, die 4200 war der Preisleistungsknaller CDW, ne? Hast recht. Oder hatte ich die? Stimmt, die hatte ich. Ich hatte gar keine 4400. Die konnte ich mir gar nicht leisten. Bullsman hat einen Zap da gelassen. Ich danke dir. Stimmt, wie viel Zweier hatte ich, glaube ich. Das, äh, das Monty ist, äh, kein gläubiger Pastafari? Was? Was ist denn Pastafari? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Hab nur noch die GTX 460 hier rumfliegen. Also ich habe noch einige Grafikkarten im Keller. Ich habe ja noch einige uralte Grafikkarten hier. Die habe ich euch aber schon ein paar Mal gezeigt. Pohnrad, Nudeltyp. Ach, Pastafari Nudeltyp. Meinst du jetzt wegen Quacky oder so? Ich verstehe es gerade nicht. Ich verstehe es gerade nicht. Pastafari komme ich gerade nicht drauf klar. Ähm, die glauben an das Spaghetti-Monster. Ich, weiß ich nicht. Ich bin zu alt für Sonnengedöns alle, denke ich mal. Die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters, Caro. Das kommt doch von Quacky oder wo kommt das her? Das Pizza-Bote. Hä? Was? Ach, der Schmar. Ich, ich, ich bin gerade überfordert, merkt ihr gerade. Ich verstehe kein Wort mehr, was ihr da gerade schreibt. Ich habe noch eine Artie mit 32 Megabyte-Eskalations-Rabbit. Ähm, ach komm, ich hole sie noch mal raus. Den Schwachsinn gibt es wirklich okay. So, diese beiden Karten habe ich zumindest hier kurzfristig greifbar. Ja, bei mir in Streams gibt es viele Wiederholungen, ich weiß. Jetzt gibt es noch eine Wiederholung. Jetzt gibt es noch eine. Hast du neulich das Video von Zinchilli gesehen? Ne, ich gucke Zinchilli im Moment gar nicht. Ich gucke im Moment überhaupt keine Hardware-Videos. Absolut null. Interessiert mich nicht. Ich mache lieber Hardware-Videos. Das ist viel interessanter. Zinchilli habe ich ab und zu mal reingeguckt, aber den verfolge ich auch gar nicht mehr. Aber sein Kanal läuft im Moment echt gut, muss ich sagen. Das habe ich wohl gesehen. Der macht im Moment echt gut Klicks. Also ihr Respekt. Ich habe mich auch mal kennengelernt. Netter Typ. Und ich weiß zwar, dass Zinchilli so von vielen Seiten viel Head-Up gekriegt hat. Ich verstehe bis heute nicht, warum. Der macht vernünftige Videos. Natürlich sehr ernst, robotermäßig teilweise und so. Aber nö, ist schon gut, was der macht. So, da haben wir so eine Radion X800 Pro. Natürlich mit 16 Pipelines. Ist klar, ne? So wie man es damals machte. Aber wie viel Speicher hatte die denn? Weiß ich gar nicht. Wie viel Speicher hat die eigentlich drauf? Ich habe keine Ahnung. Wie viel Speicher hatten die denn so? 256 Megabyte? Ich denke schon, oder? Oder 64 der Berliner? Weiß ich gar nicht. Red Bull! Nabbend! Geile Karte. Und hier war noch eine GeForce 3. Ist in etwa ganz grob die gleiche Ära, glaube ich. Und sehen sich auch sehr ähnlich. Eigentlich würde man ja denken, dass die GeForce 3 eine AMD oder eine ARTI-Karte ist. Nicht AMD. Damals war es eine ARTI, weil die damals ja alle rot waren. Aber ich wusste auch gar nicht, dass GeForce-Karten auch rot waren. Und guckt euch mal die Anschlüsse hier an. Komm, mach scharf das Ding. VGA-Anschluss. Hier haben wir noch Super-V... Ne, Super-VS ist das, glaube ich. Und noch hier Ton-Chinch-Anschluss. Das war noch Zeiten, ne? Das war noch Zeiten. Und hier haben wir zumindest DVI sogar noch. Da sagt man, einer, der Autofocus will, es funktioniert nicht gut. Ne, also das waren noch coole Karten eigentlich. Wobei meine X800 Pro, die ich damals hatte, die hat noch eine Custom-Kühler gekriegt. So ein Mega-Plastik-Kühler von Arctic... Dingster? Von Arctic irgendwie was? Weiß ich gar nicht mehr genau, wie der hieß. Snow, bla bla bla. Sah mega kacke aus. War auch irgendwie nervig laut. 128 Megabyte hatte die. Lang ist sehr. Auf jeden Fall. Ich gucke jetzt aber eben, ich will es jetzt wissen. Red Bull hat ein Zap da gelassen. Zwei Monate. Vielen Dank. Jetzt will ich es wissen. Komm, wir gucken gemeinsam. ATI. Ato, yo. Ah, wo ist der im Mauszeiger wieder? ATI. Jetzt sage ich schon wieder Ato. X800 Pro. 256, habe ich doch vorhin gesagt. Habe ich doch gesagt. Genau die gleiche Karte ist das, ne? 32, 32, 32, 38 Euro? Ne, ist nicht die gleiche. Hat ein etwas anderes, da seht ihr jetzt gerade nicht, ist so klar, ein extra etwas anderes Muster. Aber im Groben, im Groben ist das die gleiche. Ne, das ist das gleiche Board. Ist der gleiche Lüfter, das gleiche Board. Ist Referenzkarte damals gewesen von ATI und die haben einfach nur hier einen anderen Aufkleber draufgepackt. Das ist genau das gleiche. 256 Megabyte und mit einem Bleistift, also ist ein, das ist jetzt nicht übertrieben, mit einem Bleistiftstrich konnte man die 25% schneller machen. Ich lüge nicht, ich schwöre. Ich schwöre, das stimmt. So einfach war damals noch das Freischalten von Pipelines. Das war so mega geil. Simon, willkommen. Das war schon cool. War auch, war bei der Karte so. und wo ging das denn noch? Du konntest auch bei den alten AMD CPUs, welche waren das denn? Du konntest, die waren ja damals noch, war das gleiche Prinzip im Prinzip, das gleiche Prinzip im Prinzip. Die alten, welche waren das denn? Die Adlon XP, ne Tobi? Ja doch, die Adlon XP waren das, glaube ich. Da konntest du auch mit einem Bleistiftstrich konntest du die Übertaktung freischalten. Da musstest du wirklich nur zwischen so zwei Punkten mit einem Bleistift ran her, weil Bleistift, ne, ist ja Grafit, das ist ja leitend, konntest du verbinden und dann konntest du die übertakten. War mega geil. Das war mega geil, ne? Monty will es wissen, Eskalationsrebit, auf jeden Fall. Oder ja mit einer Drahtschlaufe oder sowas. Aber mega simpel, ne? Einfach Bleistift so. Ich weiß nicht mehr genau, wie es bei dieser hier ging. Weiß ich jetzt wirklich nicht mehr. Kühler abnehmen und da irgendwo Bleistift irgendwo dran langmalen und dann alles so 16 Pipelines. Das war einfach cool. Das war einfach cool. Oder war das, doch war das so, ne? Nicht, dass ich mich jetzt vertue. Oder erzähle ich gerade Blödsinn? War das so mit der X800 Pro, ne? Weil ihr wisst ja, ne? Im letzten Video. Ich habe nicht immer recht. Ich habe nicht immer recht. Hab damals meinen gegrillt, Tobi. Was denn? Wie? Wie kann man denn selbst einen Adlon XP konnte man auch, also man konnte ihn theoretisch schon grillen, aber ich habe die auch immer gut übertaktet. Das geht auch immer. Noah, du hast immer recht. Nein, habe ich definitiv nicht. Der Klödsinn macht sich in der Arti 9800 war auch so leicht zu frisieren. Ich habe aber die genaue Bezeichnung nicht mehr parat. Die 9000er-Reihe von Arti habe ich nie miterlebt. Kumpel hatte die damals, aber die habe ich übersprungen. Da gab es ja noch, wie hieß es denn noch? Mit den runden Oberflächen. Wie hieß das denn damals noch? Da haben wir immer einen Kumpel mit aufgezogen. Schreit es mal im Chat. Da gab es noch so eine Delfin-Demo. Der Delfin war dann super rund, ist so wie Tessalation im Prinzip heute. Sag mal, wie hieß das damals von AMD, die Technik? Heute Tessalation und früher hat niemand benutzt. Da gab es nur eine Demo von, die die Technik benutzt hat, um mehr Polygone zu nutzen, um Objekte runterzumachen. Keiner erzählt es gerade. Der Gott, das Monty hier. Pulenrad Monty erzählt. Kein Blödsinn. Die Wahrheit beugt sich nur nicht schnell genug. Keiner weiß es im Chat. Wieso weiß denn jetzt keiner im Chat wie die AMD-Technik denn damals hieß für mehr Polygon-Power? Ah, Mann. Ich will das jetzt wissen. Aber ich weiß nicht wie. Das war doch bei der 9000er-Serie. Tobi weiß nicht, was ich meine. True, ne, doch, Trueform, ne? Ne, Trueform? Oder was war Trueform denn nochmal? Aua! 5 Euro von Rish Feek! Ich danke dir für unglaubliche 5 Euro! Das ist doch mal was! Vielen Dank! Trueform Artie? Doch, Trueform war's! Ich habe das irgendwie anders in Erinnerung gehabt. Doch, Trueform war's, ne? Trueform. Hier, ich blende es mal ein. Was im Englischen übersetzt Artie, Trueform war eine Marke von ATI für einen Zip-Blog, der einen Grafikverfahren namens Tessalation, ne? Hier heißt es ja heute auch nur so, Computerartware ausführen kann. Genau, mit der Radion 8500 ging das los und die 9000er-Reihe hatte das nämlich auch noch. Und da gab es dann diese Delfin-Demo. Da! Trueform-Technologie mit so einem Delfin. Das sah dann mega, mega runter aus, so wie hier, ne? Aber hat natürlich enorm viel Leistung gekostet und war irgendwie sinnlos, wurde auch überhaupt nicht benutzt. Also so eine tote Technologie. Ich hatte nur irgendwie den Namen etwas anders im Hinterkopf. Und wir haben dann einen Kumpel immer geärgert, ne? Der hatte nur 9600er oder was, so eine 9500er-Grafikkarte, ne? Und dann immer, wenn es so kantig wurde oder was, Trueform, hat der Trueform an, wird alles runter oder so. Haben wir immer so ein bisschen getriggert, ne? Weil die, die war tote Technik. Brachte am Ende rein gar nichts. Moin, Movil, was du noch alles weißt? Ja, ich bin ja auch alt, ne? Gott weiß auch alles. Warum? Weil er schon so lange da ist, ne? Glaube ich zwar nicht dran, aber das wird ja immer so gesagt. Aber heute kann gar nicht verstehen, dieses Gehype um Cyberpunk beispielsweise. Ist jetzt zwar ein ganz anderes Thema, äh, vor Cosmix, aber ja, kann ich auch nicht nachvollziehen. Ist ein bisschen zu viel Hype, ne? Logitech Trueforce. Was ist das denn? Ich weiß auch alles, bin jetzt, äh, bin aber erst 19. Sanred weiß sowieso alles. Sanred ist nämlich ein kleiner Klugscheißer. Trotz, dass Sanred heute ein bisschen donatet hat und jetzt hier einen Subs verschenkt hat, ist Sanred ein kleiner Klugscheißer. Das ist mir auf jeden Fall schon aufgefallen. Ganz, ganz sicher. Der Crazy P, die Kids von heute kennen auch keine Lahnpartys mehr. Oh, ich vermisse Lahnpartys, wo man erst mal zwei Stunden brauchte, bis man alle Rechte im Netzwerk gefunden hatte. So ist es. So ist es. Noch mit den, ähm, ähm, mit den Terminatoren und so weiter, ne? Mit den ganz alten Techniken. Noch mit 10 Mbit LAN und so. Das war noch Zeiten. Erst mal die Kabelverlegerei mit den Terminatoren. Nichts lief. Einen Switch oder so hatte man damals gar nicht. Was für ein Scheiß, ey. Was für ein Kack. Genau, mit den Endstücken. Das war noch eine Zeit. Und 10 Mbit LAN. Nicht mal vom gegenüberliegenden Rechner konntest du die Daten vernünftig überziehen und so. Hölle, aber das hat so Spaß gemacht, Leute. Und das meine ich, das ist, das hat jetzt nichts mit wirklich so verworrenen, äh, Retro-Erinnerungen zu tun, sondern es hat wirklich Spaß gemacht. Diese Probleme haben Spaß gemacht. Weil wir haben, wir sind zu trinken da gehabt, wir waren mit 5, 6 Leuten, waren wir beim Kumpel da in der Bude, ne? Und allein das Aufbauen und, ne, das dran machen die Terminatoren und so die Probleme, das hat Spaß gemacht. Natürlich hat es 2, 3 Stunden gedauert, bis wir erst am Zocken waren und selbst das Zocken lief nicht rund. Aber das war wirklich geil, Leute. Alle, diese Internet, also Internet hat echt eine Menge versaut in der Hinsicht. Im Internet möchte ich natürlich nicht mehr missen, das ist mega geil. Ich liebe das Internet über alles, diese Technik und alles. Aber LAN-Partys fehlen tierisch. Gibt es natürlich vereinzelt immer noch, ne, LAN-Partys, aber trotzdem, das Problem heute ist, LAN-Partys funktionieren einfach. Da gibt es ja keine technischen Probleme mehr, die Zeiten sind ja vorbei. Einfach anstöpseln, alles in den Switch rein und gut ist. Unser Screamer, 50 Bits, Moin Moin aus Hamburg, Kauli, Aua, willkommen. Vielen Dank. Ja, heute hast du da so einen Switch-Baller mal nach stehen oder so und jeder stöpselt sich da ein, das Ding läuft. Das ist doch langweilig. Das ist doch was für Lappen. Das ist einfach was für Lappen. LAN-Partys sind einfach kultig. Moin Moffi, kennst du den 5-Sekunden-Clip von Arnold Schwarzenegger, wo er sagt, put that cookie down? Kenn ich gar nicht. Put that cookie down in seinem österreichischen Akzent. Wie geil ist das denn? Genau, Pizza bestellen, Nachtdurchzocken oder so, LAN-Partys so, die hörten ja erst morgens im Morgengrauen auf. Es war fantastisch. Und ich habe die Story zwar auch schon erzählt, wie gesagt, hier gibt es viele Wiederholungen in meinen Streams, das ist mir bewusst, nicht schimpfen. Aber wir hatten einen Kumpel damals, der Kumpel, mit dem habe ich heute nichts mehr zu tun, ist ein ehemaliger Arbeitskollege. und da war immer Freitag, Samstag, LAN. Immer. Immer. Das heißt, du musstest dich nicht anmelden, gar nichts, du konntest einfach deinen Rechner zusammenpacken, losfahren und hinfahren. Ja, und dann war LAN. War Fakt, ist einfach so. Ja, und dann saßen wir dann in unserer Geräucherbude, weil die alle gequalmt haben, nur der Monty nicht, ne? Und dann ging es auf jeden Fall rund. Hoffi, wie geil, genau so ist es, ne? Das war cool, das vermisse ich mit. Ein paar von den Jungs habe ich zwar immer noch Kontakt, aber LAN gibt es trotzdem nicht mehr, ne? Ist ja schade. Was haben wir denn damals alle gezockt? Bin ich gerade am überlegen. Blatt? Oh, darf ich gar nicht sagen, das ist immer noch indiziert, ne? Blatt ist noch indiziert, das haben wir gezockt, wie sauer. Das war aber, boah, das macht im Laden aber auch so viel Bock, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war im Laden so fetzig. Ne Quake haben wir gezockt, also Quake 2, glaube ich, auch viel. Dann, boah, wie hieß es denn nochmal? Jedes Mal muss ich über einen Namen nachdenken. Jedes Mal, obwohl der Name so eindringlich ist. Auch ein 3D-Shooter. Relativ blutig, konnte man auch so mit Flöcken schießen und so weiter. War hier so mit Dracula und so einem Gedöns. Wie hieß der denn nochmal? Gibt es nicht Teile und Add-ons und so von? Schreibt es doch mal einer rein, komm. Wofür habe ich euch denn? Wofür habe ich euch denn? Ja, genau, Unreal Tournament haben wir gezockt. Hexen nicht? Ne, ne, Blatt hatten wir schon. Bin zu jung, Hoffi. Ah, wie hieß das Ding denn? Ich könnte jetzt in der Internet was suchen, im Internet was suchen, aber ich komme nicht drauf. Ne, Series Sam nicht, aber kommt schon nah dran, glaube ich. Boah, wir haben uns so bepisst vorlachen. Das war so geil, weil so ein Kumpel und ich haben das auch oft zu zweit gezockt, mit den Flöcken, dann in so einer Kirche. Du zu zweit. Nur zu zweit haben wir das im Laden gezockt und wir haben uns so bepisst, weil das mit den Flöcken so lustig war, ne? Man hat es immer so einen Pop gemacht, ne? Und dann war man tot. Das war einfach eine coole Sache. Puzzle auch nicht. Ja, Puzzle ist, glaube ich, auch noch initiiert. Mittel vor noch nicht. Ne, ne, nichts aus dem Weltkrieg. War schon mehr so, mehr so, ähm, Richtung Fantasy. Ah, Mann. Oh, ich hasse das. Von, ich bin Painkiller, Joe, du bist der absolute Mega-Retter. Vielen Dank. Der allergrößte Painkiller war es. Ein so geiles Spiel. Ein so geiles Spiel. Hat das Spaß gemacht. Ultra brutal, ne? Ich weiß auch nicht, ob es neu indiziert ist, ob ich drüber reden darf. Ich glaube, das nicht mehr indiziert, meine ich. Ne, aber dann gab es noch ein paar Add-ons und das Flöcke-Schießen da, es war super geil. Pinkiller sonst, boah, was haben wir denn sonst noch alles gezockt? Ne, Unreal haben wir da eine Zeit gezockt, aber das fand ich jetzt im Multi nicht so geil. Unreal 1. Ich konnte, das ist das Interessante. Das sind so viele geile Erinnerungen an diesen ganzen Sachen, aber ich weiß die Spiele alle gar nicht mehr. Traurig, traurig, traurig. Kesselvania, Anon, ne, sowas haben wir alle nicht gezockt. Ah, ein wildes Monty, Skopje, willkommen. Ja, ganz wild, ne, so ohne Skript, ohne Schnitt und so, ist schon ungewohnt, würde ich mal so sagen, ne? Ist schon, ist schon seltsam. Und ab Bits hat er schon mal gecheert. Hat er sogar hier sein Logo noch davor. Sein Emoji wollte ich schon gerade sagen. Sein Badge. Bubble Bobble. Ne, Bubble Bobble, sowas haben wir auch nicht gezockt. Das war C64-Zeiten, Amiga-Zeiten und so. Aber Bubble Bobble, die Musik, die Automatmusik. Bubble Bobble, die Musik, das ist so ein unfassbar, ekelhafter, nervenzerfetzender, ähm, Ohrwurm, ne? Es ist fürchterlich. Komm, ich mache euch die Musik mal eben an. Machen wir ein Bubble Bobble hier mal. Könnte ich zwar eben das Spiel auch anmachen, aber ich glaube auf YouTube bin ich schneller. Die Musik ist fürchterlich. Ich glaube, die ist auch nicht geschützt. Ich glaube, das darf ich. Also ist schon geschützt, aber es ist ja ein Spiel. Ist dann nicht ganz so tragisch. Bubble Bobble, äh, Amiga oder Arcade. Ist völlig egal. Amiga ist die geilste Mucke. So, Original Amiga Game, Ingame Musik. Da. So geil, Leute. Das kriegst du nicht aus dem Kopf. Das bleibt ewig in deinem Ohr hängen. Ewig. Ihr werdet heute noch pennen und wenn ich die Musik nicht aus dem Kopf ziehe. Das ist Amiga. Das ist 30 Jahre, 40 Jahre alte Hardware. Die jungen Leute kennen das alle gar nicht. Hoffentlich kriegst du auch einen Krebs. Ich werde im Schlaf singen. Ja, die Qualität ist natürlich für heutige Verhältnisse nicht mehr so gut. Damals war das echt geiler Sound, ne? Zu Amiga Zeiten, so 90er, also Anfang der 90er Jahre. Hier ist es, ne? Nochmal, Bubble Bobble, so sah das aus. Genau, wir können noch mal kurz ins Spiel reingucken, weil wir schon dabei sind. Äh, möchte ich jetzt Amiga Longplay. Ne? So sah das Spiel dann aus und dann lief die ganze Zeit die Musik im Ende. Und die ganze Zeit. War es das hier? Ach, übrigens, ihr hattet gerade, habe ich vergessen, ich hätte ein Mikro ausmachen müssen. Ihr hattet gerade so ein bisschen heil, ne? Hat er jetzt übrigens immer noch. Das Spiel selber habe ich nie so gefeiert, weil, also, das Spiel ist zwar ein absoluter Klassiker, aber mein Spiel war das so nicht. Aber, ähm, die Musik, die Musik war der absolute Burner. Amiga 500 hatte ich gleich nach C64, Comart. Ich hatte den Amiga 500 gleich nach CPC. Reto ist einfach geil. Also, es tut mir echt, es tut mir richtig leid für alle Leute, die diese Zeit nicht miterlebt haben. Ähm, ihr habt echt was verpasst. Ihr könnt da nichts für. Ihr könnt da überhaupt nichts für. Ihr könnt das auch nicht nachholen. Geht einfach nicht. Nachholen geht nicht, indem ihr jetzt ein paar Emulatoren spielt oder euch die Dinger holt. Ihr müsst die Zeit miterlebt haben. Und das war einfach geil und diese Zeit möchte ich nicht mehr missen und deswegen möchte ich auch nicht mehr jünger sein, weil, äh, wenn ich jünger wäre, hätte ich das einfach nicht erlebt. Das war einfach so cool. Monbo 8-Bit-Musik fand ich generell ganz gut. Das war aber 16-Bit-Power gerade. Das war Amiga. Das war zu der Zeit der soundtechnisch beste Computer auf dem ganzen Markt. Ähm, ne, was Besseres gab es nicht. Also Amiga-Sound war schon mega, mega fett. Na, Borussia, hört, hört. Megadrive ist das Älteste, an das ich mich erinnern kann. Megadrive kam relativ kurz nach dem Amiga-Polen-Rad. Und hatte, Megadrive hatte den Nachteil, Megadrive hatte elf Sound-Stimmen. Das war für die damalige Zeit fett. Leider nur eine Sample-Stimme. Sample-Stimme bedeutet, dass man, ähm, den Ton, äh, digitalisieren konnte. Also mit Mikrofon oder sonst wie konnte man Ton digitalisieren. Der Rest des Megadrive war leider pur, äh, MIDI-Gedöns. Also, äh, künstlich. Künstlicher Synthesizer-Sound. Mehr war das nicht. Und deswegen fand ich Megadrive-Sound nie so geil. Und der Amiga hatte nur vier Sample-Stimmen, aber halt alles gesampelt. Das heißt, du konntest jedes Instrument da rein-samplen, wozu du Lust hattest. Das war einfach mega geil, ne? Und deswegen hatte der Amiga so einen super geilen Sound. Vor allem in einer relativ guten, hoch aufgelösten Qualität. Das war schon fetzig damals. Amiga-Sound damals war Wahnsinn. Ich würde euch jetzt am liebsten auf Terrican 2 den Anfang-Soundtrack vorstellen, aber da weiß ich jetzt echt überhaupt nicht, wie das rechtlich aussieht, weil der ist so bekannt. Traue ich mich nicht. Aber wenn ihr mal richtig fetzigen Amiga-Sound hören will, dann hört euch mal Terrican 2 den Anfang-Sound an. Das ist das Beste, was ich auf einer Amiga erkenne. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. den höre ich heute noch mega gerne. Ponyrad macht nichts. Ich fand den Sound auch gut. Was ich nicht kannte, konnte ich nicht vermissen. Ponyrad genauso ist es, ne? Ich würde es ja auch nicht vermissen, wenn ich jünger wäre. Aber trotzdem tut es mir für die Jüngeren leid, dass sie diese Zeiten verpasst haben. So dieser Ende der 80er und dann die ganzen 90er durch. Das war schon einfach eine geile Zeit. Terrican 1 ist auch geil von Anfang vom Sound. Der Terrican 1 ist auch sehr geil, aber nicht ansatzweise so geil wie Terrican 2. Denn bei Terrican 2 hat Chris Hülsberg ja ein sehr geiles System erfunden, was siebenstimmig war. Sieben oder neunstimmig? Ne, siebenstimmig war es, glaube ich. Weil der Amiga konnte eigentlich nur vier stimmen gleichzeitig. Und der hat dann halt mal was siebenstimmiges rausgedonnert, ne? Und das war einfach super. Intro von den ersten Liedern war auf zwei Discs, weiß ich jetzt gar nicht, Kromart, keine Ahnung. Siedler habe ich zwar gespielt, aber kann ich mich jetzt so überhaupt nicht daran erinnern. Mivin, frag mal den Atari-Nutzer. Die sind da anderer Meinung, Atari. Ja, der Atari ST hatte einen Vorteil, der konnte natürlich hervorragend mit MIDI umgehen, ne? Der Atari ST war ein Standardcomputer für Keyboards. Ist einfach so, weil der hervorragend mit MIDI umgehen konnte. Dafür hatte er den gleichen Soundstift wie ein Schneider-CPC und der war natürlich Grütze. Ist einfach so. Caro, heute auf jeden Fall gerade einen Link raus. Vielen, vielen Dank. Ich glaube zu 99 Prozent, dass ich es zeigen könnte, den Sound von Terracan 2, aber ich weiß nicht, da sind wirklich immer noch, weil der Sound noch sehr aktuell ist, da sind glaube ich echt noch Rechte drauf. Leisure Suit Larry, Baloo Bear, auch ein geiles Spiel mit einer kranken, ja, mit einem kranken Kopierschutz. Amiga war eine tolle Zeit. Definitiv. War super. Man muss aber ehrlich sein, viele Spiele sind noch relativ schlecht gealtert, ne, und da, wenn man die noch gut in Erinnerungen hat und dann mal wieder reinpfeift, dann, ja, so geil war es ja dann doch nicht, ne. Also die heutige Zeit möchte ich ja eigentlich auch nicht missen, weil es ist ja schon geil, was wir alle haben, ne. Wir haben VR, wir haben eine Grafik, die seinesgleichen sucht, Sound ohne Limit, das heißt, ne, damals hatte ich auch jede neue Computer-Generation auch besseren Sound von der Qualität her gehabt, mehr Stimmen und so weiter. Heute haben wir perfekten Sound, es geht im Prinzip nicht besser. Naja, da gibt es noch ein bisschen Atmos hier und da, dass man mehr Lautsprecher hat, das war es aber. Aber wir können ja das Maximum an Sound wiedergeben. Das ist so und das war früher halt nicht möglich. Der C64 hatte deutlich grützigeren Sound als an Amiga. Mal als Beispiel. Hier nochmal der Sound vom Bubble Bobble auf an Amiga. Ich mache mal das Mikro eben aus. So, da habt ihr das gehört, ne? Und jetzt, Bubble Bobble, suche ich jetzt mal eben auf dem C64. C64. Das war halt eine Generation davor. So, Level 7. Das hört sich jetzt so an. So, und jetzt nochmal den Amiga. Das sind schon Unterschiede. Also solche Unterschiede gab es damals halt beim Sound. Weil der C64, der hatte übrigens auch ein Megasoundchip. Also das ging noch deutlich schlechter. Nur da merkt man dann halt so eine Generation weiter, das klingt schon ein bisschen geiler, ne? Auf jeden Fall. Hört sich fast so wie Pokémon Musik an, Tobi, ne? Ach nein, ich liebe, also Bubble Bobble, der Soundtrack ist so mit der Geile. Also, die Qualität jetzt nicht, aber jetzt so von der Melodie her ist das so eingängig. Finde ich einfach so mit am geilsten, was es überhaupt gibt. Bei Sandrin Frelig liegen gerade die Nachbarn aus dem Bett. Meinst du? Hat der so laut gemacht, oder was? Mein Bass ist voll aufgedreht, mein ganzer Tisch hat gerade vibriert. Aber so viel Bass war da doch jetzt gar nicht, oder? Herrlich. Bubble Bobble. Einfach absolut kultig. Ja, und damals war es ja auch noch so, heute neue Generationen, jetzt, jetzt sagen wir mal ehrlich, ich habe ja ein ganzes Video dazu gemacht, dass ihr euch von den neuen Konsolengenerationen nicht zu viel erwarten solltet. Da habe ich es ja auch erwähnt. Heute kommt eine neue Konsolengeneration, ja, etwas höhere Auflösungen, ja, ein paar bessere Texturen, SSD, ja, alles gut und schön. aber damals war eine neue Konsolengeneration wirklich weltbewegend. Da hat man wirklich eine ganz andere Grafikqualität gehabt, und zwar eine ganz andere. Das waren wirklich Welten. Selbst beim Sound, der kam ja dann auch noch dazu. Also so ein Umstieg vom Nintendo Entertainment System auf ein Super Nintendo Entertainment System, das war wirklich, das hat sich wirklich gelohnt, dann eine neue Konsole zu kaufen. Und heute, ja, ist halt ein bisschen besser, ein bisschen schneller alles, aber nicht weltbewegend. Dann hast du ein bisschen Retracing, ich liebe Retracing, wisst ihr, trotzdem war das damals einfach eine ganz andere Geschichte. Das ist einfach so. Und da hat man sich so auf eine neue Konsolengeneration gefreut, weil es gab wirklich, das beste Beispiel ist dann der Umstieg so auf 3D, dann eine Playstation 1, so die erste Konsole mit 3D-Grafik, und also jetzt nicht so 3D hier Virtual Reality, sondern so Polygon-Grafik halt. Und dann kam das Nintendo 64, das waren damals wirklich Revolutionen. Und das fehlt heute halt massiv. Ist einfach so. Das fehlt heute komplett. Voodoo, ja, oder die ersten Voodoo-Grafikkarten, die ersten Grafikkarten, die wirklich anständig 3D, also Polygon-Grafik darstellen konnten. Es waren zwar nicht die ersten, aber die davor, die konnten das nicht wirklich schnell. Da ruckelt alles wie Sau. Der da finden Sie, der hat mal eine Frage bezüglich der Hardware-Hersteller. Warum haben alle Streamer von ihren Sponsoren wie Casegang und Mifcom immer Produkte von Asus verbaut? Gibt es große Qualitäts- und Leistungsunterschiede zwischen Asus und MSI? Nein. Das ist auch kein, das hat nichts mit einer Meinung zu tun, das ist Fakt. Es gibt groß, keine Qualitäts- und Leistungsunterschiede zwischen Asus und MSI. Asus steckt nur unfassbar viel Geld in Werbung. Unglaublich viel Werbung. Mit einem Grund, warum die AOG-Produkte so teuer sind. Denn wer glaubt, dass Werbung umsonst ist, der irrt. Denn Werbung wird bezahlt von? Na, wer bezahlt Werbung? Moa. Wir gucken Werbung und wir bezahlen die Werbung auch noch. Warum bezahlen wir Werbung? Weil wir die teureren Produkte kaufen als Produkte, die ohne Werbung deutlich günstiger sind. Wer Coca-Cola kauft, bezahlt Coca-Cola-Werbung. Wer River-Cola aus der Aldi kauft, der bezahlt keine zusätzliche Werbung. Deswegen ist Cola so teuer. Und das ist bei Asus halt das Gleiche. Asus baut geile Produkte, die halt relativ teuer sind, weil Asus ein wahnsinnig großes Werbebudget hat. Und Asus wird schon dafür sorgen, dass im Mifcom-PC schon Asus-Produkte reinkommen. Ich glaube nicht, dass Mifcom das, also ich glaube, ich weiß es nicht. Der Tom könnte vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, wenn er jetzt hier wäre. Aber ich glaube nicht, dass das alles so unbedingt auf freiwilliger Basis geschieht. Noch dazu sind die gesponserten PCs für die großen YouTuber. Das sind ja zum Beispiel auch immer wirklich absolute HN-PCs. Und da geht es nicht unbedingt darum, die beste Hardware zu verbauen, sondern die teuerste Hardware. Und die teuerste Hardware bietet in der Regel nun mal Asus. Also da kommt ein Asus Maximus Dings da bums der Mainboard dann rein, einfach schon aus dem Grund, weil es viel kostet. Und das kommt dann natürlich gut an. Dann sieht man da die PCs, zum einen von Mifcom, da in den Videos und dann Asus-Produkte. Also das lässt sich Asus schon ein bisschen was gucken. Oh, Sandriel. Mir fällt echt nichts mehr darauf ein. Ich bekomme selten Werbung von Asus und so weiter. Ja, die bekommst du nicht, aber die siehst du viel. Die siehst du viel in Videos, die siehst du viel auf diversen Homepages, gehen wir auf PC Games, Hardware und Co. Oder dir allein die Zeitschriften. Überall siehst du Asus. Also Asus ballert schon viel rum. Ich habe mit Asus bisher wenig Kontakt gehabt. Ich wurde mal eingeladen auf wie so eine Asus kommen dieses Jahr. Die sollte dieses Jahr stattfinden im Ruhrpott. Dieses jedes Jahr, das war so mein erster Kontakt mit Asus. Da habe ich mich auch darüber gefreut. Ist jetzt natürlich eingeschlafen, weil das natürlich abgesagt wurde. Aber wie gesagt, Asus mag ich eigentlich ganz gern. Nur ich finde halt die AOG-Produkte halt zu teuer. Ist so. So viel dazu. Qualitätsunterschiede gibt es aber keine. Also ich glaube, es gibt auch wirklich keine. Nur halt das eine Produkt hat vielleicht mal, das Mainboard hat mal hier ein paar mehr Anschlüsse, da eine bessere Kühlung. Das gibt es natürlich, aber das ist jetzt auch von Bord zu Bord oft unterschiedlich. Joe, 015 und es funktioniert. Kumpel von mir wollte unbedingt eine GTX 1070Ti von Asus anstatt eine 1080 von einem anderen Hersteller, die auch noch günstiger wäre. Also das Denken zum Beispiel, da komme ich gar nicht drauf klar. Also ich kaufe doch auf jeden Fall lieber eine 3070, eine RTX 3070 von Hersteller XY, KFE2 oder von mir aus muss ich die nicht mal kennen, fürs gleiche Geld als eine, ne umgekehrt, eine 3080 meine ich von Hersteller KFE2, sagen wir jetzt einfach mal, für das gleiche Geld als von Asus fürs gleiche Geld eine 3070. Weil die Kühlung kann doch noch so gut sein, ist doch völlig Latte, die kann noch so gut sein, noch so fett und aussehen und alles. Die 3080 des günstigeren Herstellers ist trotzdem schneller. Da kann Asus draufstehen, so viel ihr wollt. Die 3080 ist schneller. Und es gibt wirklich Leute, die das machen, Joe. Ja, kenne ich. Es gibt Leute, die geben mehr aus, nur weil Asus draufsteht und kaufen dann das langsamere Produkt. Und da gibt es nur eins. Verstehe ich nicht. Raff ich nicht. Ich kapiere es einfach nicht. Die Produkte sind teurer, die haben einen besseren Kühler, alles überhaupt keine Frage. Aber das Ding ist dann trotzdem langsamer als eine 3080 vom KfW2. Ist Fakt. Ja, und Sandril sorgt ja auf jeden Fall schon wieder für ein bisschen Aufsehen, weil er nun mal Gigabyte geblendet ist, so ein bisschen. Ich weiß nicht warum, werde ich nie verstehen, kapiere ich nicht. Musst du mir auch nicht schreiben, Sandril. In der Einheit will ich es auch gar nicht wissen. Mich stört es ehrlich gesagt massiv hier im Chat die ganze Zeit. Aber wir können es nun mal nicht ändern, weil das Schreiben werde ich dir deswegen trotzdem nicht verbieten. Der Set hat 100 Bits rausgelassen, ich danke dir recht herzlich. Caro, das sind auch Leute, die 300 Euro für Schuhe ausgeben, nur weil Nike oder Adidas draufsteht. Das sehe ich jetzt ein bisschen anders, weil das ist wieder ja, das ist im Prinzip ein anderes Thema. Das ist jetzt wirklich ein Produkt zu kaufen, nur der Marke wegen. Ne, also nehmen wir mal an, es gibt jetzt zig verschiedene äh, wie soll ich das jetzt erklären? Zig verschiedene 30, 70 Karten. Wenn man dann jetzt sagt, ich kaufe eine Asus, die kostet dann 50 oder 100 Euro mehr, dann kann ich das irgendwie noch nachvollziehen. Wenn da ein Asus-Fan ist, der sagt, komm, dann nehme ich die Asus. Das kann ich irgendwie noch nachvollziehen. Hier geht es aber darum, dass du die gleichen Schuhe, nehmen wir mal an, ähm, du hast wirklich so gut wie identische Schuhe, von Nike oder von einer No Name Marke. Die sehen genauso gut aus, es gibt keinen Unterschied. Die laufen sich genauso gut, sind gleich verarbeitet, alles gut, ne? Der eine Schuh, ähm, ist halt, äh, dann von Nike und hat ein kleines extra, wie gesagt, eine Asus-Karte, hat ja auch, ne, hat einen besseren Kühler. Ist keine Frage. Aber trotzdem sind sie im Prinzip das Gleiche und wenn da jemand zu Nike greift, verstehe ich es nicht. Für mehr Geld. Ne, dann nimmt man auf jeden Fall den günstigeren Schuh. So ist das. Ne, weil hier erhält man nun mal beim günstigeren Produkt mehr Leistung. Oder zum gleichen Preis. Genau, ich habe es im Prinzip falsch verglichen gerade, weil die Produkte, die ich vorhin ja meinte, von Asus und KF2, die kosten ja das Gleiche. Ne, und da kriegst du im Prinzip, um den Vergleich jetzt mal nochmal richtig zu stellen, da kriegst du im Prinzip für den gleichen Preis kriegst du einen Schuh von der No-Name-Marke, der vielleicht sogar ein bisschen mehr bietet als der von Nike. So ist es eigentlich richtig, ne? Der Nike-Schuh kostet das Gleiche. Jemand greift zu Nike, obwohl der Schuh faktisch etwas, man läuft langsamer mit dem Schuh, sagen wir es mal so. Mit dem No-Name-Schuh würdest du 100 Meter in 11 Sekunden laufen und mit dem Nike-Schuh 12 Sekunden. Machen wir es jetzt so mal, um jetzt auch mal Zahlen in den Raum zu schmeißen, ne? Mir fiel jetzt kein vernünftiger Vergleich ein, ne? Aber ich hoffe, ihr versteht jetzt, was ich meine. So und jetzt will ich das Thema auch beenden. Ich habe mich jetzt gerade um Kopf und Kragen geredet und viel Blödsinn erzählt, ne? So viel dazu. Sesh-Sedesh, bei den SSDs ist es aber nicht so. Da haben die Markenprodukte wirklich mehr Leistung. Bei den NVMe-SSDs ist das tatsächlich richtig. Nicht immer. Nicht grundsätzlich. Bei den normalen SSDs, die mit normalen SATA 6 GB angebunden sind, ist es im Prinzip falsch, weil alle SSDs werden nun mal durch das Interface geblockt. Die können nicht mehr als knapp 500 MB die Sekunde übertragen. Und da ist es fast völlig egal, welche du kaufst. Es ist so. Natürlich, eine SATA kann mal ein bisschen langsame Zugriffszeiten haben als eine Samsung, aber im Prinzip merkst du da definitiv keinen Unterschied. Habe ich viel geredet. Der Nike-Shoe-Druckte Karo. Kann natürlich auch passieren. Sagen wir dir, die Windforce ist auch nicht optimal. Die Gaming-OC-Karte sind besser. Und Trefflow, 100 Bits nochmal. Denkst du dir, RTX 3080 Release wird dann Paper Loans? Kann sein. Noah, du redest immer viel. Kann sein, dass ein Paper Launch wird. 50-50. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Kann aber sein. Ehrlich, kann passieren. Paper Launch, ja. So ein bisschen Befürchtung habe ich ja. So ein bisschen Befürchtung habe ich, dass das auf jeden Fall möglich ist. Aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich kann nur sagen, ja, ist durchaus möglich. Glaskugel ist wie immer nicht da. Telefonnummer geht auch nicht. Hat Handy abgestellt. Was soll ich machen? Geht mal alles einfach nicht. Klöt 87, 3080 denke ich nicht. 3090 ja. 3090 wird aber nicht ansatzweise so gefragt sein, weil die ja nun mal wirklich pervers teuer ist. Weiß ich nicht. Ja, kann sein, Klöt. Kann sein. Ist schwierig. Der Straßenpenner ableitet keine Zeit mehr. Also, bye. Mach's gut. Und viel Spaß weit auf der Straße. Ich hoffe, heute Nacht wird es nicht zu kalt. Letzte Woche war es nämlich arschkalt. Der Joe nochmal. Ich glaube, dass nicht genug Karten am Start sind, aber will ihr keine kaufen? Erstmal zumindest. Und ich bin ehrlich gesagt, ich habe die Tage noch gesagt, dass ich mir eine 3080 V100 Edition kaufen werde. Habe ich gesagt, heute Nachmittag habe ich hier so gesessen. Bist du sicher, Monty? Willst du die wirklich kaufen? Ist doch eigentlich gar nicht nötig. Also zum Testen kaufen ist es ja schon mal Schwachsinn, weil dann ist ja eh zu spät. Und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass ich irgendwann sowieso eine 3080 kriege. Von daher werde ich meinen Kauf der Founders Edition erstmal aussetzen. Erstmal gucken, was die Hersteller so machen und eine Testkarte kriege ich sowieso irgendwann. 3090 nicht, aber 3080 schon, oder? Warum nur eine Monty? Ne, die gehen ja sowieso nicht im SLE. 3090 2 wäre ja noch sinnvoll, aber 3080, nö. Der Backstard ist wieder da. Ich wusste gar nicht, dass du weg warst, ehrlich gesagt, aber geschrieben hast du auf jeden Fall schon lange nichts mehr. Jetzt Garo hört zwei oder drei oder noch mehr. Wobei genau geht eigentlich, weiß ich selber nicht. Ich schimpfe mich jetzt zwei Experten, ich weiß nicht, ob 3090 mehr als zwei Karten gehen, weiß ich nicht. Wurde aber auch noch gar nicht drüber gesprochen, ne? Gehen beide 2080, die gehen glaube ich nur drei Karten, ne? Also SLE bin ich im Moment echt nicht so im Thema. Bin ich gar nicht im Thema. Aber zwei Karten gehen natürlich, sonst würde SLE natürlich überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber vier Karten, Korbi, meinst du, gehen 2480 T noch? Weil Nvidia hatte das glaube ich mit der letzten Generation so ein bisschen eingeschränkt. Ich finde SLE doof, ich halte da gar nichts von. Ist nicht so meins. Geht doch gar nicht mit den Anschlüssen für Nvidia. Doch, Nvidia ist ja schon seit der letzten Generation SLE fähig. Haha, es gibt nämlich die normalen SLE-Anschlüsse gar nicht mehr. Bei den neuen Karten. So ist das. SLE funktioniert nur noch über NW-Link. Und ja, Trifix SLE ist natürlich quasi tot, ist richtig, aber die 3090 kann es noch. 3090 kann es auf jeden Fall noch. Der Panomat, was denkst du über 3080.de? Wann wird es kommen und wie viel wird es kosten und wird es überhaupt kommen und wird 750 Watt noch ausreichen? Viele Fragen, ja, so Standardfragen, ne? Die werde ich jetzt in jedem Stream höchstwahrscheinlich so 10-fach beantworten müssen. Von daher stelle die Fragen bitte nicht so oft, sonst nervt es dann irgendwann. 3080.de, also ob die Bezeichnung TI kommt, weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall noch Karten mit größeren, mit mehr Speicher geben. 3080 mit 20 GB wird kommen. Meine TI muss ja eigentlich mehr Leistung bringen, ne? Aktuell sieht alles danach aus, als ob Karten mit mehr Speicher als TI kommen. Ob die auch mehr Leistung haben, weiß ich nicht, keine Ahnung. Kosten 100 Euro mehr als eine 3080, das heißt 799 Euro, gehe ich fest von aus und 755 Watt wird noch reichen, klar, klar, klar. Pundrati 3090 wiegt mehr als unser Monty, ja, dazu wirst du morgen im Video auch noch was hören. Sofort der Einleitungssatz im morgigen Video, wird darauf anspielen. Da gibt es sofort wieder einen Threat-Ribberwitz, ihr könnt euch schon vorstellen, was es geben wird, ne? Wisst ihr, was man eigentlich machen könnte? Man könnte eigentlich mal so einen Stream, so wenn ich schon Videos fertig habe, die könnte man eigentlich schon so ein bisschen, so ein bisschen teasern, ne? Könnte man eigentlich machen. Dann seht ihr schon hier alle, so in meinem Twitch-Stream, seht ihr schon das Video vom Morgen. Wäre gar nicht mal so eine schlechte Idee, so könnte man noch mehr Leute auf Twitch bringen. Ha, ha. Ja, ich sage jetzt nur die, die Themen, die morgen im Video kommen, die sind alle heute sowieso schon bekannt, ne? Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Wenn du Pech hast, geht die Kiste nicht mal an, Klütt. Äh, was? Wie? Welche Kiste? Was meinst du? Hm. Ich dachte gerade Alucada, aber hier heißt jemand Alucard. Ganz nah dran. Äh, hey, nice dich hier auf Twitch zu sehen. Äh, als ich mir vor sieben Monaten meinen PC zusammengestellt hab, hab ich mir deine Videos angeschaut. Mich ärgert es leider aktuell etwas, da ich mir da noch ne 2080T geholt habe. Aber egal, jetzt hab ich erstmal Ruhe. Nochmal das gleiche Alucard. Auf jeden Fall schön, dass du jetzt auch Twitch gefunden hast. Aber, wir hatten das gleiche Thema vorhin schon mal. Er hat an der 8 Monate eine 2080T und hat sich geärgert. Xau, und vielen Dank. Drei Monate dabei. Super. Und, äh, wer vor über einem halben Jahr sich eine 20, oder selbst vor über drei Monaten sich eine 2080T geholt hat, sollte sich nicht mehr ärgern. Irgendwann kommt immer neue Hardware. Es kann doch jetzt nicht angehen, dass zum Beispiel, wenn jetzt die 3090 rauskommen, nächstes Jahr kommt eine 3090. Super. Dann kann man sich da auch nicht ärgern. Ist halt so. Ist so. oder du kaufst dir ein neues Auto und, äh, irgendwann gibt es auch eine neue Generation. So gesehen kann man sich immer ärgern. Aber, irgendwann muss man halt mal was kaufen, ne? Nicht ärgern, habt Spaß mit deiner 2080T und fertig ist. Am DfN21, so Leute, ich hüpfe mal in die Federn und wünsche euch eine gute Nacht. Mach es gut. Und Berlin's, Berlin's tot, mein Freund. 100 Bits, oje, dachte ich, lass auch mal was da. Apropos, wo schreibt er denn hier im Chat? Äh, hab eine Intro-Komposition bei Twitter da gelassen. Bin gespannt, was du sagst. Ja, der Berlin's tot macht gerade Musik für mich. Unbezahlt. Äh, ich hab ihm auch gesagt, wenn's mir nicht gefällt, nicht böse sein, ne, dann nehm ich's nicht. Aber die Intro-Musik wird vielleicht ausgetauscht demnächst, wenn Berlin's tot was Geiles da reinballert. Weil er ist ja hier Musiker und hat ja schon einen geilen, das Monty-Track mal gemacht, ne? Und, äh, macht da völlig freiwillig, ne? Also ohne Druck oder sonst was. Ich hab ihm auch nicht drum gebeten. Und, ähm, vielleicht, äh, gibt's bald ein bisschen Musik so, ne? Äh, vielleicht auch Outro-Musik bald eine neue, vielleicht kriegt er ja auch was hin, was besser ist. Bin mal gespannt. Berlin's tot schreibt da schon, nö, bin ich böse, muss mal sagen, ob ich's in, ob's in die richtige Richtung geht. Äh, Berlin's tot, können wir uns das jetzt live anhören? Ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn wir uns das jetzt gemeinsam anhören. Ich weiß nicht, wie du mir das auf Twitter jetzt geschickt hast. Ich guck mal eben nach. Hat ein Link gesendet. Also, Google Drive hier. Ja, das passt doch. Dann mach ich das Ding mal an. Dann hören wir uns das einfach mal live an. Ja, und ich würde mal sagen, los geht's. Ja, ich mach eben ein Mikrofon aus, sonst hört er das nicht. Also du hast es gerade schon nach meiner Reaktion gesehen. Also das finde ich jetzt gar nicht so mega schlecht. Also ich finde es eigentlich cool. Ich finde es eigentlich cool. mir fehlt da jetzt zwar noch was. Ne, ein bisschen kurz, das muss so kurz sein. Mein Intro ist ja nur sieben Sekunden lang. Kann nicht länger sein. Mein Intro ist sieben Sekunden lang. Die Musik ist auch nur sieben Sekunden lang. Das ist auf jeden Fall richtig. Ähm, mir fehlt da was. Also ich finde es geil. Jetzt ohne Witz, ohne Witz. Ich finde es geil. Irgendwas fehlt mir da. Ein Instrument oder sowas fehlt mir da noch. Ich glaube, du musst da noch irgendwie, ja, Kickbass oder Bass oder irgendwie, was muss da noch rein, finde ich. Ich, ich spiele es mal nochmal ab. und ich, ich spiele es mal ab. Ich laber die ganze Zeit hier dumm rum und ist noch gemutet, ne? So, was ich hier sagen wollte, so das Intro, ich wollte das jetzt gemeinsam mit dem Intro abspielen. Ja, ich hab's ja gemerkt, ich bin gemutet. Ihr braucht's nicht mehr schreiben, alles gut. Mit dem Intro zusammen wollte ich das jetzt abspielen. Und, ähm, weil dann sieht man erst, ob das so wirklich passt. Nur, Balance Tolt, irgendwas muss anders, ne? Also, ne Kleinigkeit, ich denke mal, du hast nur Möglichkeiten, das so ein bisschen anzupassen. Ähm, ich weiß aber, ich hab das Problem, ich bin jetzt ein musikalischer Laie. Von daher, weil, kann ich jetzt nicht genau sagen, was du ändern musst. Also, vielleicht noch so ein paar Alternativen so bringen. Ne? Müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Und, ähm, das, ich hab jetzt nur ein Problem, ich weiß nicht, wie ich das jetzt beides synchron abspielen soll. Ich hab, ich hab nur einen Mauszeiger, das ist voll doof. Kann ich das nicht irgendwie im Loop oder so laufen lassen? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Oder ich muss jetzt ganz schnell mit dem Mauszeiger umgehen. Gibt's hier eine Möglichkeit, äh, mit einem Loop? Guck mal Leute, Intro 0317, das ist schon, das hab ich, im März 2017 hab ich das Intro fertig gemacht. So alt ist das schon. Gibt's hier eine Loop-Möglichkeit? Wiederholung, da. Endlosschleife. Ja, guck. Dann machen wir mal die Endlosschleife. Dann, sobald's durch ist, dann starten wir das mal. Nee, passt nicht, ne? Also, passt nicht. Hm. Also, das passt, also, mit dem Intro zusammen, so, äh, separat find ich's geil. Mit dem Intro zusammen find ich's jetzt nicht mehr ganz so geil, Berlin Stolt, muss ich sagen. Ja, okay, klingt viel zu dünn, äh, das stimmt. Das, äh, wird der sicherlich noch ändern. Äh, dein Intro-Sound ist doch gut, Monty. Nee, aber was anderes kann mal nicht schaden. Äh, definitiv nicht. Ähm, wo, Berlin Stolt, bist du noch da? Bestimmt, ne? Weil er schreibt jetzt gerade nichts. Der ist bestimmt schon dabei, was Neues zu machen, kann ich mir vorstellen. Was ich, äh, geil finde, wenn halt, äh, immer so ein passender Riff oder sonst was, wie gesagt, tut mir leid, falls ich mich hier falsch ausdrücke, ich bin ja kein Musiker, äh, zu, hier zu den Einblendungen käme. Jetzt so Bäm, 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 so in der, äh, in der Richtung. Wenn du da was hättest, wenn du da noch was reinballern könntest. Ja klar, ich bin doch da. Ne, weißt du, was ich meine. Also du guckst dir das Intro. Und dann hier Bäm, 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 Bäm. Dass da, also dass das so, so zum, zum Intro halt passt. Das Intro von mir hast du ja bekommen. Ne, das wäre nicht schlecht, wenn du das hinkriegen würdest. Also im Prinzip schon auf Basis von dem, was du gerade hast. Ein bisschen mehr, mehr, also ein bisschen bassiger das Ganze vielleicht noch. Das wäre nicht schlecht, weil die sagen ja schon, das klingt zu dünn. Und dann halt so hierhin. Ne, das mal so zur Info für dich. Vielleicht kannst du dann auch noch was basteln. Kriegen wir hin. Das freut mich. Ja, der, ich glaube, also Berlin Stolt schätzt sich so ein, dass dem diese Kritik jetzt auch überhaupt nichts ausmacht. Dass er so immer denkt, ey, cool, dann kann ich mich nochmal hinsetzen und nochmal so ein bisschen was ändern. Ne, also da gehe ich, da gehe ich mal ganz fest an aus. Der hatte, glaube ich, so richtig Spaß dran. Warum nicht gleich ein neues Video? Pabumm, äh, der Berlin Stolt wollte ja auch ein neues Intro versuchen. Weil ich bin jetzt nicht unbedingt ein begnadeter, ähm, After Effects Mensch. Das muss ich so sagen. Also ich wäre viel zu faul, mich jetzt nochmal an ein Intro ranzusetzen. Dieses Intro hier, das sieht nach nichts aus. Das ist so unglaublich aufwendig, das zu machen. Ich will es ja eigentlich in 4K auch nochmal machen. Das ist jetzt Full HD. Äh, Moment, ich muss mal umschalten. Dieses Intro hier. Das ist so aufwendig, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und, ähm, ich bin selbst zu faul, das einmal in 4K hoch zu skalieren, weil du musst, ach, ich habe schon wieder umgestellt. Du musst hier im Prinzip jede kleine Ebene, die hier so zu sehen ist, das sind alles einzelne Ebene. Dieser Schatten hier, das rote Dreieck hier, das gelbe Dreieck, das sind alles einzelne Ebene. Dann gibt es hier noch die Jalousien und so weiter. Alter, du musst alles einzeln anpacken und hochskalieren und umsetzen und so weiter. Das ist mega aufwendig, Leute. Das ist so mit After Effects gemacht. Naja, also dazu habe ich keinen Bock. Ehrlich, nur wegen dem Intro, ich bin da echt zu faul zu. Naja, Berlin's Toll schreibt schon, vielleicht kriegst du ja auch noch ein neues Intro. Warum nicht? Also ich bin so dem Gegenüber immer offen. Du bist einfach krass, Monty's Handreel, das ist voll um viel Arbeit. Das war ja auch echt, echt viel Arbeit. Absolut krank, das Ganze. Und so andere Versionen davon. Wir können mal eben, ich habe ja noch andere Versionen von dem Intro. Ein paar haben wir schon, oder eine haben wir schon mal im Stream gesehen, in den alten Videos. Ich gucke mal ein paar alte Intros rein. Was ist das? Das hier ist das erste Intro, glaube ich, was ich jemals hatte. Ich weiß, das seht ihr gerade nicht. Muss ich auch mal starten hier. Immer diese App benutzen, ja. Ne, das war, auf Basis dieses Intros, was war denn das erste? Ne, das war das. Sternemönö, das war dann dieses hier, glaube ich. Genau, ne, das sah gar nicht so anders aus. Alle, die so in den letzten Streams dabei waren, wo wir mal alte Videos wieder angeguckt haben, die kennen das Intro schon. Das ist nämlich im Prinzip das gleiche Intro, wie das gerade. Auch mit dem gleichen Sound, halt nur mit anderer Grafik. Ne, das war ja das alte, da hatte ich ja noch Events gemacht. So Moped-Events und Motorsport-Events habe ich da ja noch mit reingenommen, obwohl das überhaupt nicht zum Rest passte. Hatte ich einfach, weil ich die sowieso gefilmt hatte immer. Und der R-S-Fig, 121 Bits, 128. Das ist mal eine vernünftige Zahl. Vielen Dank. Die geilen, die geilen Dinger da hat er noch gepostet. Super cool. Ne, und hier noch mit Pac-Man drin. Und ich fand es eigentlich eine ganz coole Idee mit den Bildern hier. Ne, dann hier auch mit den Kontrollern dabei. Und was hatte ich hier noch so? Ne, genau, mein Mainboard als Hintergrund. War eigentlich ganz geil, aber zu überladen. Das Problem, was ich halt hatte, das Ding war zu überladen. Und hier noch das alte, das Monti-Logo. Genau, das absolute, boah, das ist so hässlich. Ne, das sieht dann halt genau so aus eigentlich. Obwohl, ne, genau, das geht noch schneller. Hier hatte ich ja noch die Timings, genau, die Timings habe ich ja noch verändert, wie zur Musik passend, wie sich hier die Schriften da rausholen. Und genau, die Schriften sind auch noch so ein bisschen anders aus. Ne, also aus dem Intro kann man ja eigentlich nur eine Menge machen. Da kann man ja schon allein nur auf dieser Basis eine Menge verändern. Da geht so einiges. Der Klötze macht sich so, Leute, ich bin mal raus für heute, schaue nochmal kurz zu Tom und bin dann auf, äh, bis Sonntag, äh, ja, äh, richte Tom noch einen schönen Gruß aus, ne? Mach's gut, Bill in Stolt. Ich könnte auch versuchen, das bisherige Intrusionen etwa nachzuahmen, damit die Leute hier alle keinen Herzinfarkt bekommen. Ne, Bill in Stolt, wie gesagt, du musst gar nichts, ne, wenn du Bock hast. Nur wenn du wirklich Lust dazu hast, mach mal einfach was ganz anderes. Einfach mal auf einer ganz neuen Basis. Opa, Manni, Sauda, oh, Mimimimundi hat so schwer. Was soll ich denn sagen? Hab Grippe und die Busen geschwollen. Oje, Opa, Manni, auf jeden Fall gute Besson, würde ich mal so sagen, ne? Wenn's dir nicht so gut geht. Und Leute, merkt ihr's? Drei Stunden, vier Minuten läuft dieser Stream jetzt. Nach der ersten halben Stunde des Streams hatte ich gesagt, äh, geht nicht. Warum nicht? Guckt mal, wie viel ich getrunken habe jetzt in drei Stunden. Also das Nichttrinken funktioniert irgendwie. Noah, ich hab doch gar nicht gesagt, ich hör auf. Boah, Noah hat immer so schnell schon seine Smilies parat. Und ich sage nur, ich bin jetzt so lange online und will euch sagen, warum ich so lange online bin. Weil ich nicht viel getrunken habe. Flirt ist böse. Ne, das liegt nicht an Flirt, sondern, glaube ich, allgemein am Trinken. Wenn ich viel trinke oder was oder so und dann gleichzeitig so viel quatsche, dann vielleicht, ne? Kann ja sein. Trinken ist wichtig, aber ich vertrage nicht. Super, Manni. Kein Alkohol. Wir reden immer nicht über Alkohol. DJ Freaky, weil du uns liebst. Nimm Wasser. Ne, Wasser hat die gleiche Wirkung, glaube ich. CDW. Rocky ist da. Rocky ist da. Du wurdest schon vermisst, Rocky. Dass du doch nochmal hier reinkommst. Das ist ja der blanke Wahnsinn. Unglaublich. Wir haben so viel über dich gelästert, aber du warst nicht da. Das war voll langweilig, Rocky. Ey, Stream ohne Rocky geht nicht. Ich befürchte zwar, dass es irgendwann Streams ohne Rocky geben wird, ne? Aber Moment, ey. Wir vermissen dich schon richtig. Blanker Wahnsinn. Jetzt Caro, Memo an mich. Monty auf Flüssigkeitsentzug setzen während des Streams. Macht man besser. Lockchen ist auch da. Hallo. CDW. Also vom Zuckerwasser werde ich auch tendenziell heiser. Ist aber kein Zuckerwasser. Ist zero. Ist zero. Ist nur künstlicher, auch sehr ungesunder Süßstoff drin. Sechs Kalorien pro 250 Milliliter. Also damit kann man auf jeden Fall noch leben. Zwei Kalorien pro 100 Milliliter. Geht rechnerisch jetzt nicht ganz auf, aber immerhin so ein bisschen. Zuckerwasser verklebt ja auch die Stimmbänder. Ja, aber wie gesagt, ich trinke überhaupt keine süßen Limonaden. Null. Schon seit Jahren nicht mehr. Das einzig Süße, was ich trinke, ist morgens ein Glas Saft. Weil in einer Art kalorienmäßig ist Saft mit einer Cola vergleichbar. Ist so. Aber morgens so ein Glas, so mixt, mixt, rüchte Saft, den brauche ich ja nicht immer. Gönn dir mal eine Runde Red Bull Eskalationsrabbit. Es gibt zwei Gründe, warum ich kein Red Bull trinke. Zum einen, ich mag es nicht. Ich mag überhaupt keine Energy Drinks. Und der zweite, den habe ich vorhin schon erwähnt, als ich das Thema Werbung und zu teuer und so ansprach. Red Bull ist eines der teuersten, also nicht alkoholischen Getränke auf diesem Planeten. Red Bull kostet pro Liter eben wie 4 Euro oder zwischen 3 und 4 Euro. Ist ultra teuer. Warum? Weil Red Bull ein unfassbar hohes Werbebudget hat. Warum soll ich denn Red Bull trinken? Ich habe doch gar keine Lust, diese völlig übertriebene viele Werbung und so zu bezahlen. Mache ich nicht. Also wenn ich Energy Drinks trinken möge, oder wenn ich es möge, mögen würde, dann würde ich mir was ganz anderes holen, was günstiges. Ja, Bautik, vielen Dank für den Sub. Red Bull ist völlig überteuerte Plörre. Sorry, dass ich das so sage. Das ist völlig überteuert. Das wird pro Liter für 15 Cent hergestellt und für 4 Euro verkauft. Aber ich muss sagen, ich habe den Namen von dem Red Bull Chef gerade nicht parat, aber ich muss trotzdem meinen Hut vor ihm ziehen. Hat er gut gemacht. Ein Getränk so groß zu machen, nur es ist ja gar kein Getränk. Red Bull ist ja eigentlich nur eine Marke. Das Getränk ist ja eigentlich, was in der Dose ist, ist eigentlich nicht wichtig. Da können die Wasser einfüllen und die Leute würden es trotzdem saufen wie sonst was. Ne, es ist überhaupt nicht wichtig. Aber was der da aufgebaut hat für eine Marke, Respekt, hat er wirklich geil gemacht. Auf jeden Fall würde ich ja auch gerne so machen. Aber ich würde trotzdem sagen, meine Kunden, warum kaufen die das Zeug? Warum geben die so viel Geld für dieses Zuckerwasser aus? Warum machen die das? Ich verstehe es nicht. Ist halt schwierig. Helmut Markauer heißt der, glaube ich. Ja, ich habe ihn vor Augen. Wie er heißt, weiß ich jetzt aber überhaupt nicht. 51% des Unternehmens gehört an der chinesischen Familie, von der das Originalrezept kommt. Ja, irgendwie sowas war das, glaube ich auch, ne? Mir schmeckt Red Bull. Opa Mani, das ist ja auch nicht schlimm. Aber die anderen Energy Drinks, die schmecken auch genauso. Oder vertue ich mich da jetzt? Der Energy Drink kommt aus dem Red Bull. Aber so ein teures Zeug, ja. Unfassbar. Ne, da trinke ich mir lieber ein schönes alkoholfreies Weizen oder so. Das ist auf jeden Fall was Leckereres für mich. Ja, die verwechsel ich immer. Fetzen Fisch. Wen verwechselst du? Weiß nicht, was du meinst. Ne, aber Energy Drinks. Boah. Als wir, ähm, wo waren wir denn da? Ich bin gerade am überlegen. Wo waren wir denn da? Wo war das? Wo war das? Wo war das? Genau, in der Lexus Arena. Da waren wir eingeladen. Gratis. Wir waren in der VIP-Lounge. Der Ringkeeper und ich. Das war super geil. So, ähm, ähm. Ich hab ein Brett vorm Korb. Ich hasse das. Moment. Steht da mal ein Name drauf? Wie gesagt, die Hälfte können sowieso meinen Namen. Aber, ne, hier VIP. Lexus Arena ESL. Da kam ich gerade nicht drauf. ESL One. Ne, da waren wir ja in der VIP-Lounge. Und da war es ja auch so lustig. Da kriegst du dann ja auch alles umsonst und so weiter. Und da liefen wir unten rum. Da, wo es halt so Futter gab und alles mögliche. Ja, und da standen riesige Red Bull-Palette rum. Ja, so nach dem Motto. Bedient euch. Ich nehm das nicht mal umsonst. Ich hab nicht mal ein Red Bull umsonst genommen. Nicht mal für Lau nehm ich sowas. Der Ringkeeper, der hat zwar zugegriffen, weil der mag das Zeug ganz gerne. Aber ich definitiv nicht. Bundere, das ist ein VIP-Ticket. Ein VIP-Ticket für die Lexus Arena. Vor, ja, 2018. Eines, muss ich sagen, eines der geilsten Events überhaupt. Von Logitech wurde ich da eingeladen. Schön oben in der VIP-Lounge. Schön gemütlich. Das war schon irgendwie eine ganz geile Sache, muss ich sagen. Und die Stimmung da war absolut umwerfend. Absolut umwerfend. Und sowas, also im Prinzip muss man sich das vorstellen wie im Fußballstadion. 15.000 Leute drin. Bei Counter-Strike wurde gespielt. Sobald da ein Kill gemacht wurde, die Leute waren außer sich. Und dann am Anfang diese Einführungsmusik und alles. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Es war Wahnsinn. Und das war der Popkonzert. Nee, ESL One. Counter-Strike. Das finale Counter-Strike ESL One. Das findet jährlich in Köln statt. Ja, in anderen Ländern auch. New York. Gibt es ja auch mit, ich glaube, League of Legends und allen möglichen Gedöns. Das fand auf jeden Fall statt und war mega, mega, mega cool. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, Noah, es ist wieder Zeit für traurige Smileys. Es reicht. Wir haben es 22.03 Uhr. Es reicht. Ich bin seit heute Morgen 7 Uhr auf den Beinen. Ich brauche jetzt noch eine Stunde Couch und dann gehe ich gleich ins Bett. Wieso, schreibt er. Dann gehe ich gleich ins Bett. Joe ist auch traurig. Tut mir leid, du bist so gemein. Vor allem Noah, das ist echt unfair. Ich bin so gemein. Ich sitze jetzt drei Stunden. Mein Hals kratzt wie Sau. Ich habe jetzt über drei Stunden durchgehalten. Und mir wird jetzt hier reingeschrieben, ich bin so gemein. Ich bin noch Sonntag wieder da. Morgen sieht er mich dann auf jeden Fall nochmal auf YouTube. Rocky ist auch entsetzt, obwohl er gerade erst reingekommen ist. Macht es gut. Den Stream werde ich jetzt beenden. Vielen Dank. Es gab ja heute wieder schöne Donations und unheimlich viele Bits. Und auch sehr viele, genau, relativ viele Subs dieses Mal. Also 20 Subs oder was hat es, glaube ich, denke ich mal gegeben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ein schönes Wochenende. Wir sehen uns Sonntag. Was ich Sonntag mache, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Mal gucken. 100 Bits nochmal von Jinrock666. Dann hau dich hin, Monty. Wir sehen uns Sonntag. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. 19 Bits noch von Andi sehen. Komm, die nehmen wir noch mit. Macht's gut.